Und ich will euch ganz kurz, so wirklich in fünf Minuten kurz erklären, was ich mir überlegt habe. Vorher muss ich hier nochmal was an den Einstellungen drehen. Ich packe mal die Musik auf 20 Prozent, mache sie da ein bisschen lauter. So, passt auf. Neues Spiel. Niederlande. Niederlande ist von den vier Ländern, glaube ich, das schwächste Land, ökonomisch definitiv. Bevölkerung ist auch ein großes Thema und sie haben kein Eisen. Das ist das Problem. So, was machen wir mit den Niederlanden? Und ich habe mir überlegt, dass ich mal eine sehr aggressive, also erst habe ich überlegt, gehe ich als Protektorat nach Großbritannien? Dann bin ich Teil des britischen Marktes und habe Zugang zu den ganzen Waren. Dann habe ich mir überlegt, ist doch irgendwie auch doof, habe ich nicht so richtig Lust drauf. Ich mag das nicht, als Kleiner in anderen Märkten zu sein, kannst du da so wenig beeinflussen. So, da habe ich mir eine Alternative ausgedacht und die ist ein bisschen riskant, wie ich zugeben mag und ein bisschen aggressiv, wie ich sonst nicht so spiele. Die Alternative sieht so aus, dass wir quasi mit Spielstart einen Krieg beginnen gegen die Sulu. Also wir müssen erstmal Interesse erklären, hier und vermutlich da oben. Wir starten einen Krieg gegen die Sulu. Wenn es gut geht, dann knicken die ein, ohne dass es zum Krieg kommt. Die haben zwar 15 Bataillone, aber die sind technologisch natürlich komplett unterlegen. So, wenn es nicht gut geht, haben wir ein erstes kleines Problem, weil dann ist das eine Flotteninvasion und das könnte ein bisschen schwieriger werden. So, erster Punkt. Wenn wir Sulu haben, werden wir sofort, sofort danach Oranje angreifen. Oranje ist sogar, glaube ich, hier burisch. Das ist quasi Teil unserer Ursprungskultur, also wir teilen da Kultur. Das ist insofern ganz gut. Und auch da gibt es die Möglichkeit, dass die einknicken. Die haben aber auch nur vier Bataillone. Die Gefahr ist, dass Großbritannien irgendwie rummuckt oder, beziehungsweise die Kap-Kolonie oder Portugal. Das ist die Gefahr dabei. So, wenn wir Oranje haben, dann werden wir sofort den nächsten Krieg starten gegen Transvaal. So, das ist der Plan. Und wenn wir Transvaal haben, da wird es vermutlich sogar zum Krieg kommen. Wenn wir Transvaal haben, dann haben wir alles, was wir wollen, weil in Transvaal gibt es ohne Ende Kohle und Eisen. Eisen, das, was uns fehlt. So, dann haben wir hier schon mal einen fetten Klops, sind in Afrika drin. Gleichzeitig werde ich dann von oben hier kolonisieren und dann kolonisieren wir uns hier so gegen einen in die, quasi in die gleiche Richtung und kommen irgendwann hier zusammen und haben das mega Kolonialreich. Soweit der Plan und wir brauchen keinen anderen Markt, weil wir hier alles haben. Okay, mal gucken, ob das klappt. Wie gesagt, Risiko ist Großbritannien und Portugal. Und die Tatsache, dass Sulu möglicherweise tatsächlich in den Krieg geht. Und ich weiß nicht, ob wir mit 20 Bataillonen eine Landung hinbekommen, die wir gewinnen gegen 17. Keine Ahnung. Das ist die riskante Strategie. Ansonsten wird die Herausforderung sein, dass wir innenpolitisch, oh Gott, das sieht ja auch erbärmlich aus hier, dass wir innenpolitisch die Intellektuellen fördern. Das ist unsere entscheidende Interessensgruppe. Die brauchen wir, weil wir müssen ein paar Gesetze in unsere Richtung drängen. Also wir wollen hier auf jeden Fall weg von nationaler Überlegenheit, am besten hin zum Multikulturalismus, damit wir möglichst Einwanderung bekommen, weil das ist ein Problem. Ja, Bürokratie würde ich gerne eingesetzte Verwaltung haben. Dafür brauchen wir die auch. Der Rest ist gar nicht so entscheidend. Bei den Frauenrechten würde ich auf jeden Fall gerne Eigentumsrechte haben, wegen der Beschäftigtenrate. Das sind so die Pläne. Insofern werden wir am Anfang jetzt gar nicht so uns konzentrieren auf den Ausbau hier. Ein paar Sachen müssen wir da machen, aber im Vordergrund steht jetzt erstmal der Krieg. Und wenn der gewonnen ist, wenn diese drei Kriege gewonnen sind, dann werden wir uns erstmal in Ruhe mit dem industriellen Aufbau beschäftigen. Forschungstechnisch will ich tatsächlich auch sofort in Richtung Chinien gehen, also Pharmazeutika und Chinien, um dann schnell kolonisieren können. Wenn wir Chinien haben, können wir dann uns um Produktion und sowas kümmern. Ja, das ist der Plan. Ich bin ja auch, ich finde es ist wichtig, den Leuten in diesen schweren Zeiten ein bisschen leichte Unterhaltung als freundlichen Eskapismus zu bieten. Ähm, also würde ich sagen, ab geht's, schauen wir mal, wer die Welt am schlimmsten ausbeuten kann. Seid ihr bereit? Ja. Let's do this. Dann beginnen wir. Ich schalte noch auf drei runter, Pause ist noch an. Will ich sich noch kurz sein Land anschauen oder wollen wir direkt loslegen? Ich bin sowieso am Arsch. Wir können sowieso, also ich bin sowieso verwirrt. Na dann, ab geht's. Ab geht's. Halt, falsch, das brauch ich. So, ich glaube jetzt erstmal gucken, wie steht denn mein Volk aktuell so zur Kolonialisierung. Ja genau, die Gesetze müssen erstmal da sein. Äh, da haben sie, da haben sie gar nicht so viel Bock drauf. Ja, das ist, das ist der Nachteil in Sizilien, die haben das noch nicht verstanden. Ihr kennt das Potenzial, oder was? Äh, ich hab schon ein Gesetz, äh, Kolonial, bla bla bla. Was? Oh Gott, ehrlich? Ja, ich glaube Belgien auch, ne, oder? Ich guck mal kurz. Die Schweden hassen Kolonialisierung. Nee, tatsächlich, ich bin der Einzige, der es hat. Okay. Da, da sind wir über den ehrbaren Steinwein. Wisst ihr, was er im Discord geschrieben hat? Ähm, ja, das ist das schwächste Volk. Ähm, aber ich, ich nehm die natürlich gerne. Ne, also nur, dass wir hier mal wieder einfach so, ne, ne, ihr wisst schon. Ja, ich hab mir auch einen Plan überlegt, wie ich aus dieser Position der Schwäche sehr, also das Problem ist. Nur schäbiges Sackgesicht, ja, ja. Nachdem ich jetzt Niederlande habe, also das Problem ist, die haben kein Eisen, ne, und das ist wirklich doof. Aber ich hab zufälligerweise Eisen, kann mich nur mal anmerken. Aber ich hab einen Plan, wie ich mit relativ riskanten Aktionen an Eisen komme und dann auf Augenhöhe mitspiele. Mal gucken, ob er aufgeht. Also, ich kann jetzt wirklich mal... Okay, machen wir jetzt nette Kolonialisierung oder Ausbeutungskolonialisierung? Das ist ja die erste wichtige Frage hier. Dänemark, gleich mal Rivalität, haben die irgendwie zugehört? Na, naja. Hattet ihr in irgendeinem Land das schon mal, dass eure Regierung aus geschlossenen Parteien besteht? Ja. Ich hab das, ich kannte das tatsächlich noch gar nicht. Ich hab eine katholische Partei... Ja, kannte Demokratie noch nicht. Ja, ich hatte noch bei keiner meiner Runs... Nee, ich bin noch Monarch... Ich hab keine Demokratie. Ich hab eine konstitutionelle Monarchie. Aber mit Wahlen, ja. Ich kann zum Beispiel meine katholische Kirche, meine Streitkräfte, meine Grundbesitzer oder meine Kleinbürger nicht einzeln in die Regierungspartei holen, weil die alle gemeinsam die katholische Partei sind. Genau, du hast schon so ein Wahlrecht, wo die Parteien... Genau. Ich hab ein Wahlrecht mit Parteien. Krieg ich das wieder abgeschafft? Äh, wenn du... Aber es ist vielleicht nicht so hilfreich. Ach nicht. Ach, komisch. An sich ist das keine schlechte Sache. An sich ist das keine schlechte Geschichte, ja. Außer, dass mein Herrscher intellektuell ist. Und die Intellektuellen gehören leider zur liberalen Partei, die leider wesentlich weniger zu sagen haben als die katholische Partei. Das heißt, ich hab einfach eine inakzeptable Regierung. Das ist natürlich suboptimal. Das ist Katastrophe. Ich würde, ich würde gern einen intellektuellen Anführer haben. Das bringt mir nix. Ach du Scheiße. Ja, das wird spannend werden. Aber ich darf ja dieses Mal auch effizient spielen. Nicht wie in dem Run mit Maurice, wo es darum ging, furchtbar zu spielen. Das heißt, ich kann ja wirklich mal auch versuchen, tatsächlich meiner Wirtschaft was Gutes zu tun, dieses Mal. Warum erklären alle hier Rivalitäten? Was ist denn das für ein Mist? Ich bin hier gleich schon der Bad Boy. Was hast du schon wieder gemacht? Vielleicht haben sie gehört, dass du von, ähm, sag ich mal, riskanten Plänen, um Eisen zu kriegen, äh, geredet hast. Mein guter Steinwallen. Könnte es was damit zu tun haben? Ja, ich weiß nicht. Das können die eigentlich nicht mitbekommen haben. Natürlich nicht. Noch als erst mal in ganz Italien. Superbeliebt. Das kann sicher nicht schaden. Okay, der Super-GAU ist passiert. Der niemals passiert. Chat. Wir haben ein Problem. Ich muss zurückziehen. Der Plan ist gescheitert. Ich muss den Sulos Reparationen zahlen. Ich habe das dreimal ausprobiert, Leute. Dreimal vorher. Und es hat problemlos funktioniert. Die Briten sind niemals auf die Gegenseite gekommen. Da sehe ich ja schon Niederländisch-Ghaner. Naja, das ist, das ist, das ist wirklich irrelevant. Ranger, das ist wirklich irrelevant. Das ist nur so ein kleiner Popelhafen. Achso, ja gut, dann ist egal. Ja, wirklich, da mache ich auch nichts. Natürlich nicht. Nein! Das haben die immer gesagt, wenn sie in die Kolonien gekommen sind. Ja, ja. Mein riskanter Plan ist übrigens sofort gescheitert. Äh. Ja. Ich habe es mir mit den Briten gerade ein bisschen schon verscherzt. Das Problem ist der Plan A, was ich nicht bedacht habe. Das ist immer so ein Zufallseffekt, ob man startet mit, ob die Briten einen schutzbedürftig sehen oder nicht. Und jetzt sind sie vorsichtig mir gegenüber. Und das führt dazu, dass sie mir gerade richtig in die Quere gekommen sind. Ich wollte eine kleine Eroberung machen. Und sie sind im Diplomatiespiel auf die Gegenseite eingetreten. Und jetzt muss ich gleich schon Kriegsreparationen zahlen. Das geht ja gut los. Also, das war soweit zum Plan. Es geht ja super los. Okay, dann müssen wir jetzt mal normal spielen und aufbauen und so ein Kram. Moment, wo hast du den Krieg hervorbeschworen? Aber nicht in den Zingen, oder? Was? Jetzt erklärt noch Frankreich die Rivalität? Oh, ey, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Ich liebe alles daran, was da passiert. Das ist so richtig katastrophal gescheitert. Wundervoll. Das ist ja großartig. All deine schurkischen Pläne. Es ist alles gescheitert. Sehr gut. So, naja, dann müssen wir jetzt konservativ spielen. Ah, langweilig. Ich dachte, dass es dem guten Mann passieren konnte. Ich lasse wirklich. Jetzt müssen wir konservativ spielen. Jetzt müssen wir irgendwas bauen. Du armer Mensch. Bauen ist das magische Stichwort. Das ist das, was ich noch machen möchte. Bauen. Ich habe meine Leute direkt mal in die Minen geschickt. Weil wenn wir schon so viele Gebirge hier haben, dann soll die auch mal irgendwas zerhauen. Vielleicht habe ich später auf Lachland. Also guck nochmal in so einer Stunde bei mir rein. Das klingt alles wundervoll. Genau. Wir haben die Niederlande nachgebildet. So, wo kriege ich jetzt mein Eisen her? Das ist doch doof. Darf ich vorstellen? Professioneller Eisenhandel? Ja. Eisenhandel Ranger und Töne? Dann mach mal ein Interessensding hier in meiner Region. Weil ich kann nicht mit dir handeln. Das sage ich nicht nein. Direkt am Anfang ein bisschen. Das dauert einen Augenblick, ne? Sag mal Bescheid, wenn das soweit ist. Jo. Oh Leute. Was für ein Pech. In meinem Volk wollen sie jetzt alle schon erobern. Ich soll Bayern erobern aus irgendwelchen Gründen. Was für unsinnige Ratschläge gebt ihr mir, Leute? Das ist alles Quatsch, was ihr redet. Das war echt Pech. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Niederlande mit guten Beziehungen zu Großbritannien startet, ist sehr, sehr, sehr hoch. Ich habe darauf gar nicht geachtet. Das wäre, wenn das so gewesen wäre, hätten wir mit einem Schlag hier unten diese drei Länder erobert. Ich habe es wirklich dreimal ausprobiert. Das hat immer geknappt. Okay. Das Problem ist, jetzt kommen wir auch nicht in den Markt von Großbritannien rein. Jetzt müssen wir wirklich die harte Tour spielen. Irgendwie Solo, keine Ahnung, mit unserem Markt irgendwie klarkommen. Also, ich habe es nicht in den Markt von Großbritannien. Äh, ich bin jetzt regulär schon am kolonisieren, ja, hier. Im Chat wird gesagt, dass in Indonesien Eisen ist. Das kann ich mir mal angucken. Warte mal, wie kommen wir da hin? Eisen. Vorkommen. Sulawesi. Okay, also wir brauchen halt Chinin, um das dann richtig durchziehen zu können. Das ist auf jeden Fall eine Variante, ja. So, ansonsten gehe ich jetzt mal alle Sachen durch und ändere jetzt die Zölle. Ja, das ist so, dass ich mich nicht mehr schaue. Ranger, ich seh dich immer noch nicht hier beim Markt. Oh, was? Also Eisen kann ich nicht von dir handeln irgendwie. Warte mal, ich schau mal kurz, ob ich da was zu dir schicken kann. Ähm, beziehungsweise guck ich erst mal kurz bei mir. Moment, ich muss mich mal kurz um mein Eisen kümmern vielleicht. Du hast gar kein Eisen. Ja, alles klar. Ich würde nicht sagen, ich hab kein Eisen, ich hab Minuseisen. Aber davon hab ich viel. Gut. Ich weiß auch nicht, warum ich die irgendwie in die Mine schicke. Anscheinend klauen die das Eisen dort. Mit 15% Erfolgschance hab ich trotzdem direkt im ersten Anlauf die koloniale Ausbeutung. Äh. Alter. Erlangt. Du fucking Glückspilz. Meine 17%, die ich hatte, sind auf 3,5% gestürzt. Und dann hab ich entschieden, ich schau mir erst mal was anderes an. Wie wär's mit Schulen? Ich muss sagen, bei mir ging das auch im ersten durch. Ich kann jetzt auch Kolonien gründen. Äh, Ranger, wir haben doch schon Handel. Deswegen hab ich wahrscheinlich kein Eisen mehr. Ja, es sind nur 10. Es sind nur 10. Alles geklaut. Preußen zieht mir alles raus. Immer diese Preußen. Nee, es bringt mir nichts, meine Regierung umzuformen, weil ich bin halt selber Intellektueller. Ich könnte meine Regierung maximal so umformen, dass ich die Intellektuellen rausschmeiße und die Industriellen rausschmeiße. Dann hab ich die katholische Partei an der Macht. Wer will das? Der Vatikanstaat ist entzückt über diese Idee. Ich mach jetzt hier die Zölle, das ist ein bisschen langweilig. Aber wenn wir darüber reden, eigentlich ist das keine so gute Idee, Poolen öffentlich umzusetzen, wenn ich Kolonien haben möchte, oder? Desto gebildeter die Menschen, desto eher haben sie was gegen Ausbeutung. Haben sie? Nee, haben sie dann was gegen Ausbeutung? Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wenn du ihnen genug Tee servierst. Das liegt potenziell gar nicht so direkt zusammen. Ich guck mal. Wer wäre denn für koloniale Ausbeutung? Never mind, denen ist das actually egal. Gut. So viel dazu. Ja, ich glaube, das... Ich meine, damals musst du dir vorstellen, wer waren denn die gebildetste Klasse? Das waren halt irgendwelche Tee-Trinken-Adligen. Wenn du denen gesagt hast, wir gehen da jetzt hin, um für euch Tee, Zigarren und Kaffee zu besorgen, dann ist, glaube ich, die Ausbeutung jetzt für die nicht so das große Problem. Ja, aber mit öffentlichen Schulen ändere ich das ja. Ja, stimmt. Das stimmt. In meinem Chat wird gerade geschrieben, Kolonien sind so weit weg und der warme Tee ist so nah. Sag mal, Ranger, man kann es auch übertreiben, oder? Was? Du hast jetzt irgendwie wie viel? Sechs Kolonien auf einmal gleich mal gestartet? Nein. Warum hast du das im Blick verflucht? Wo? Ja, also bitte. Das ist schon unverschämt. Das ist schon unverschämt. Mir wurde aber auch gesagt, Steinwallen hat die beste Kolonie schon gegründet. Ja, von Anfang an hat er auch schon eine, ne? Naja, aber die ist umgeben, da kann ich nicht weiter expandieren. Ich habe die beste. Oh, du Armer. Ich hatte einen ganz anderen besten Plan, aber der, naja. Irgendwann kommt die Zeit. Ich frage euch noch nicht, den kriegt ihr dann mit, wenn ihr verliert. Nee, der ist ja gescheitert, aber ich könnte ihn euch verraten, aber es ist mir peinlich. Also ich muss an der Stelle sagen, es ist schon in Ordnung, dass Ranger sich da sechs Kolonien geklaut hat, da meine Regierung einfach gegen Kolonien gestimmt hat und ich gerade nichts dagegen tun kann, bleibt euch ja eh was offen an Kolonien, ne? Also ich brauche ja gerade keine. Ranger verwaltet die nur für mich. Und wenn ich dann in vier Stunden auch an dem Punkt bin, dass ich Kolonien haben kann, gibt er natürlich alle an mich ab. Natürlich, bestimmt. So kennen wir ihn. Ja, das war mein Ziel. Ich wollte hinterher, oh Gott, hört sich das unmeralisch an, Koloniehandel betreiben. Also du bist offensichtlich nicht oft genug beim Renko-Spiel dabei, wenn du, bevor du sowas sagst, noch ein schlechtes Gewissen dabei hast, es auszusprechen. Lass es raus, lass es raus. Den guten Mann. Ranger, würdest du dich als guten Menschen bezeichnen? Kommt auf den Kontext an. Das ist eine gute Antwort. Das ist eine sehr gute Antwort. Das ist eine wirklich sehr gute Antwort. In welchem Kontext würdest du sagen, bist du ein guter Mensch? Wenn es darum geht, für meine Leute noch mehr Reichtum herauszukriegen. Damit ich immer ein guter Mensch. Ich wusste, dass du hier gut reinpassen würdest. Ich werde jetzt gleich auch ein paar Meinungsverstärker bauen. Falls ihr nicht wisst, was das ist, dann werdet ihr das noch irgendwann kennenlernen. Wir müssen im Moment irgendwie... Meinungsverstärker klingt auch sehr sympathisch. Kommt auf die Seite an. Du meinst, ob du der bist, der die Meinung verstärkt bekommt, oder der die Meinung verstärkt, oder wie muss ich das verstehen? Genau, also ob du in die böse Öffnung hinterher guckst. Meinungsverstärker mit Öffnungen. Alles klar. Mehr kann ich jetzt aber auch nicht verraten. Es ist sonst Wirtschaftsspionage. Wenn du das freiwillig erzählst, ist das keine Wirtschaftsspionage. Ach, dieses Wording, das hat sich der Duden nur ausgedacht. So, was meinst du? Wie kommen wir jetzt an Geld? Wir könnten hier noch ein bisschen Luxus besteuern. Ich merke schon, dass bei mir die bürokratischen Institutionen kommen nicht ganz mit meinen kolonialistischen Bemühungen hinterher, wie ich sehe. Ich würde gerne mein Kolonialamt natürlich aufs Maximum setzen. Ah, das will ich nicht machen. Oh Gott, oh Gott, das will ich nicht machen. Wenn ich das mache, dann wird die politische Stärke der katholischen Kirche ja noch schlimmer. Die Wahlergebnisse aus Belgien sind eingetroffen. Warte, was? Was? Was für Wahl? Warum denn Wahl? Weil du eine konstitutionelle Monarchie bist. Die Demokratie, Pia. Ich habe schon... Warum ist denn das hier so schnell weg gewesen? Ich möchte mir irgendwo meine Wahlergebnisse anschauen. Das ist einfach weggegangen. Um jetzt mal kurz die Erwartung hier zu machen. Ich führe jetzt hier keinen Krieg in Europa. Das wird jetzt hier nicht stattfinden. Also da könnt ihr jetzt lange warten. Ich betreibe jetzt ein Kolonialspiel. Das Beste, was passieren kann, oder was höchstens passieren kann, dass wir einen Krieg in Afrika führen oder sonst wo. Aber ich werde hier in Europa jetzt hier nicht wild um mich schlagen. Das ist völliger Schwachsinn. Da seid ihr hier falsch. Tut mir leid. Ach, da stehen die Regierungsoptionen, wen ich drin haben möchte. Und es gibt literally keine Option, mit der ich mir meinen Intellektuellen drin behalten kann. Das ist ja absolut Weltklasse. Das ist ja absolut Weltklasse. Auf der Talfahrt, Pia, oder? Die Intellektuellen verlieren an Macht. Ich wollte, wie gesagt, den Power-Staat hinlegen. Mit Unterstützung von Großbritannien wäre das auch gelungen. Jetzt gibt es den langsamen Weg. Ich bin ausgetauscht, in die Opposition geschickt. Und meine regierende Partei ist jetzt die katholische Partei mit der katholischen Kirche, Grundbesitzern, Kleinbürgern und Streitkräften. Gute Sache. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei mir. Bei mir regieren gerade die Grundbesitzer, die Kirche und die Streitkräfte. Ich habe das in dem Fall aber als König so veranlasst, weil die Streitkräfte halt Bock auf Kolonien haben. Und mir das opportun erschienen, sagen wir so. Man kann, ich kann bei meiner katholischen Kirche tatsächlich, ich kann die nicht unterdrücken. Das Problem ist, Leute, jegliches Land, was ich hier jetzt angreife in Afrika, da ist immer Großbritannien mit dabei im Interesse. Man kann hier nicht gegen Großbritannien Krieg führen. Das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit, das zu ändern. Wenn die Haltung Großbritanniens weggeht von vorsichtig in Richtung was, was ich schutzbedürftig oder ähnliches. Wenn das passiert, dann haben wir freie Hand in Afrika. Das ist der Punkt. Ansonsten ist Großbritannien der Blockierer für alles. Mit Frankreich Beziehungen verbessern hatte ich. Das bringt aber nichts, wenn sie einen rivalisieren. Das ist einfach verschwendet. Ich habe bislang so schlimme Diktaturen gespielt. Immer wenn ich Victoria 3 gespielt habe, habe ich die Rechte der Menschen super krass eingeschränkt, weil ich das immer irgendwie so ein bisschen gespielt habe, wie Küsser der Kings 3 ist ein ganz neuer Touch gerade. Hat auch was, hat auch seinen Charme, wenn Menschenrechte haben. Also, ist jetzt nicht meine persönliche Empfehlung, aber klar. Okay, das sollte vermutlich das nächste sein, was wir hier bauen, irgendwie mit Lebensmitteln. Bei mir ist auch wirklich alles ganz schlimm. Ich habe nicht die Bürokratie, die ich brauche, um mein Volk so zu besteuern, wie es gefälligst besteuert werden sollte. Die Leute zahlen nicht ihren Fair Share. Will heißen alles, was sie haben. Es ist wirklich sehr kritisierenswert, was hier passiert. So, ich stelle jetzt mal doch hier auf Gusseisen. Das erhöht ja nochmal radikal die Kosten, weil die Werkzeuge dann super teuer sind. Weil es dann im Chat nochmal kommt, für alle, die es noch nicht gesehen haben, ihr solltet bei jedem von uns einen Squad-Stream-Button sehen, wo ihr die anderen auch verfolgen könnt. Der ist, man muss mal F5 drücken, dass Twitch sowas erkennt. Aber so könnt ihr das gesamte Ereignis hier in all seiner Karte-Ausseinsen ob wir Eisen oder Werkzeuge importieren nochmal können. Ach, das ist hart. Wie sieht es denn bei euch mit eurem gemeinsamen Handel aus? Hat das inzwischen funktioniert? Oder seid ihr... Ja, der Handel läuft. Der Handel läuft, das ist doch gut. Ja, es sind aber bescheidene Eisen. Na ja, so. So, und wo sehe ich denn jetzt, welche Kolonien jemand anderes hat? Das muss man doch hier irgendwo... Ja, Chat, also wir haben so viel zu bauen eigentlich, ne? Wir müssen... Ich würde gerne verraten. Klipper, Glas... Waffen... Na? Ja, okay, auf die Diplomatie-Linse. Aha! Das kann nicht sein. Großbritannien und Frankreich, die kolonisieren einfach schon mal alles weg. Das ist ja voll unrealistisch. Das ist... Das machen sie ja bekanntlich gerne, ne? Das, äh... So, so. Aber wo... Wo sehe ich die da jetzt? Ich sehe deine Interessen. Balten, Norddeutschland, Senegal. Wenn ich sehe, dass Preußen dich ganz geil findet. Wird die so klein, dass ich sie nicht sehe? Ja, ich kann mehr Diplomatie-Punkte ausgeben. Die Frage ist, wohin? Ähm... Ich hab im Moment... Wüsste jetzt nicht, wer uns wo noch helfen kann. Vielleicht Portugal. Das ist noch ganz nett. Dass sie uns da keinen Stress machen. Hierhin habe ich, wie gesagt, keinen Bock zu erobern, ehrlich gesagt. Vermutlich würde auch da... Großbritannien ist überall. Also, erobern kann ich ab... Äh... Ab... Das kann ich abschreiben, solange hier die Haltung so ist, wie sie ist. Sulu wäre perfekt gewesen. Wirklich perfekt. Äh... Aus verschiedenen Gründen. Das muss auch noch irgendwann kommen. Sie sind lustigerweise immer noch kooperativ. Aber wir haben jetzt erst mal, glaube ich, einen Waffenstillstand, ne? Mhm. Bis 1841. Naja, bis dahin, vielleicht ist das dann möglich. Ich laufe so durch mein Land durch und schaue mir den Handel an. Auf einmal sehe ich, dass wir gar kein Holz mehr haben. Und wenn ich dann gucke, warum ich kein Holz mehr habe, sehe ich irgendeine schuftische Nation hier, die mir mein ganzes Holz klaut. Welche schuftische Nation könnte dies sein? Die... Ich nenne sie jetzt einfach dreist die Niederlage. Die kann das so sein. Ja, das war... Steinwallen, Dexter... Moment, du hast dich doch, Ranger, eingelassen auf Handeln mit dieser Person. Aber ich dachte Eisen und er wäre ehrlich und würde sagen, ich nehme nur das Eisen, was du mir angeboten hast und den Rest, den lasse ich natürlich für dich alleine da. Ah. Ja, mutig. Ja, wir können unseren Handeln auch noch intensivieren. Ich sehe, was du vorhast. Nee, 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 so früh noch nicht. So früh noch nicht. Oh. Mit der bürokratischen Macht würdest du wahrscheinlich hinterher überall die Märkte überschwemmen. What? Meine diplomatischen Interessen wurden entfernt? Wie kann das denn passieren? Ich glaube, du bist im Rang abgesunken und dann hast du vielleicht quasi so ein Interesse potenziell verloren. Ja. Du bist jetzt das, was du verdienst. Aha. Ich finde es so beeindruckend, dass Steinwein einfach immer mit so einem leichten Lächeln. Man kann es ihm auch nicht böse nehmen, seine Seitenhieber, aber sie treffen halt so hart. Du bist jetzt eine Kleinmacht, Maurice. Ja. Ich finde das total toll, muss ich sagen. Weil dadurch, dass du dich aktiv bemühst, näher in meine Richtung zu kommen, boah, ich habe bald eine Revolution. Weil ich noch irgendwelche random Interessen woanders habe, die ich nicht brauche. Ach so. Ich kriege öffentliche Schulen nicht umgesetzt. Okay, also wir haben zu viele Handelsrouten, sehe ich gerade. Das ist unser Bürokratieproblem. Schlecht. Ich kriege kein einziges Gesetz durchgeboxt. Die Kirche bei mir ist so stark, die blockiert einfach alles. Es ist richtig krass. Holy shit. Das ist irgendwie ironisch, dass das ausgerechnet dir passiert. Kann man Attentate? Nee, ähm, das würde mir doch niemals tun. Also, das wird jetzt ein sehr, sehr gemütlicher Start. Sehr langsamer. Ich wollte so richtig durchpowern, aber... Ich weiß nicht, was man macht, wenn die Kirche zu mächtig ist. Meines Erachtens gibt es jetzt keinen schnellen Weg. Ich habe das Problem mit der kleinen Macht. Ich hatte gerade Panik. Das bedeutet, ich habe einfach ein... Was soll man in Südamerika machen? ... mit meinen Interessen und kann nicht über einen gewissen Radius hinaus. Aber es ist ja nur das Maximum. Und ich hatte schon zwei erklärte, die ich überhaupt nicht brauche und die konnte ich entfernen. Und damit ist das alles... Ja, ich muss das abbrechen. Egal, wo man in der Welt was macht. Es ist alles Krieg und es ist überall Großbritannien. Diese Sache löst man nicht, indem man irgendwo anders auf der Welt ist. Großbritannien ist überall. Auf diese Kirchenschulen konzentriert. Und Gummi. Wir spielen hier 20 Jahre oder so. Gummi spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich erinnere mich daran, wie ich letztes Mal versucht habe, die Demokratie einzuführen. Und die Grundbesitzer haben sofort rebelliert. Und es war ja nur Teil meines Plans, Griechenland wie früher zu kriegen, wo es halt demokratisch war. Aber sonst alles im Sinne der... Also was wir 41 machen können, wir könnten die Briten mit einem Gefallen auf unsere Seite ziehen. Das ist eine Option. Das Blöde ist, das hilft dann nur für Sulu. Ich will ja dann Orandio und Transval auch noch angreifen. Und das funktioniert dann nicht. Ist halt nur halb gut wirklich. Oder ein Drittel gut. Und damit ich quasi die liberale Partei in einer absoluten Mehrheit trage. Deswegen war das die Idee. Weil die haben halt einen politischen Druck von 21,3 Prozent. Das ist insane. Und dann hast du in der Partei hast du noch 11 Prozent durch Kleinbürger, nochmal 14 Prozent durch Grundbesitzer und nochmal 6 Prozent durch Streitkräfte. Und ich habe halt gehofft, wenn ich in die Schulen nehme, dann wird das ein bisschen weniger und ich kriege mehr Intellektuelle gepusht. Die Briten greifen nicht immer ein. Ja, klar. Einfach machen und hoffen, aber dann sind wir wieder fünf Jahre blockiert. Irgendwie zu erwarten ist. Das heißt, ich muss irgendwie anders die unterbuttern. Also nachdem mein Blitzkriegplan nicht geklappt hat. Aber Blitzkriegplan bitte, wat? Ja, das verschweigen wir. Natürlich. Natürlich. Was gibt es da auch konkret noch zu bereden? Nicht wahr? Können wir irgendwann. Können wir gerne auch auf Stufe 3 schalten? Weil ich habe jetzt nicht mehr so viel zu tun. Aber nur, wenn die anderen aufwollen. Für mich ist das fein. Ich glaube, 4 hat gerade viel Stress. Ich habe keinen Stress. Ich schaue, ich habe gar keinen Stress. Also ich warte darauf, dass Gebäude fertig gebaut werden. Mir muss eh Zeit vergegen, damit ich reagieren kann. Dann können wir gerne 3 machen. Ranger, was sagst du? Ranger sagt nichts. Wer nicht widerspricht, hat kein Mitspracherecht. Was? Ich habe gerade einen diabolischen Plan eben ausgeheckt und musste kurz meinen... Ach Gott, Mann. Meine Regierung ist uneinig. Und damit meine ich den Chat. Wollen wir auf Stufe 3 schalten, war nur die Frage. Ja, wir können auch auf 3 schalten. Ja, ich habe auch das Gefühl, tatsächlich, hier geht es etwas langsamer als in Crusader Kings. Da kann man auch 3 machen. Revolution geschehen lassen und dann alle Niedermetzeln. Leute, wir wollen wirtschaftlich aufblühen, nicht im Bürgerkrieg zerfallen. Ich habe das jetzt nochmal versucht. Wir versuchen es jetzt mit etwas anderem. Wenn öffentliche Schulen zu radikal sind, versuchen wir es vielleicht erst mal mit Privatschulen. Vielleicht ist das erstmal the way to go. Okay, Leute, wir verlieren 2000 unrealisierte Steuern. Ich glaube, es ist besser, erstmal Regierungsverwaltung zu bauen. Wird sicher funktionieren. Bin ich überzeugt. Kleine Schritte. Kleine Schritte macht's. Und dann lassen wir das erstmal durchlaufen und gucken, was es tut. Eine neue Protestbewegung wurde gegründet. Ziel, Kirchenschulen erhalten. Chat, Dienstleistung besteuern führt aber radikal zur Absenkung von Lebensstandard. Ist euch das klar? Ich dagegen habe gerade die Kirchenschulen eingeführt. Warum? Weil bei mir ist die Kirche, wir verstehen uns gut. Die glaubt an mein absolutistisches Herrschaftsrecht. Das passt schon. Ich kann noch mehr Kleriker entfernen. Wo? Ich habe so einen grandiosen Plan. Und wer steht mir natürlich im Wege? Ich steinwallen. Wie stehst du denn zur Politik in Europa? Im Allgemeinen oder im Konkret? Im Allgemeinen erstmal nur gefragt. Und ich sehe deine Flagge. Und ich sehe deine Flagge überall. Wie meine Flagge überall? Ja, wenn ich so in die Diplomatie reingehe, dann bist du irgendwie bei jedem diplomatisch verknüpft. Der eine hat mal eine Rivalität, bei dem anderen da handelst du auf einmal. Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt Aktionen durchführe, auf einmal ein Eisenhandel einbricht. Dein Eisenhandel, dein Eisen wirst du doch wohl an jeder Ecke los. Und das ist eben das Wichtigste. Das einzig Wichtige. Sein Eisenhandel. Sag, was willst du tun? Ich habe Interesse an Dänemark. Und ich weiß nicht, wie hoch dein Interesse daran ist. Ich dachte, wir wollten Afrika erobern und nicht Europa. Du hast irgendwas falsch verstanden. Ja, natürlich, das stimmt. Aber Kalamari-Union, wie ich sie gerne nennen würde. Wie möchtest du? Kalamari-Union. Die würde ich dann hier gerne schon oben gründen. Ja, ich werde jetzt nicht mit dir einen Krieg anfangen. Okay, ich wollte nur mal interessenhalber nachfragen. Jetzt sagt er nämlich, er will mit mir keinen Krieg anfangen und auf einmal... Der Ranger hat auch so eine nette Stimme, während er da gerade anfängt, Europa einzunehmen. Der Ranger, ne? Ja, finde ich auch. Das klingt auch so freundlich dabei. Tja, also ich würde die Kalamari-Region nennen. Das klingt gleich total nett. Nicht, als würde ich gerade Krieg führen wollen mit meinen Nachbarn. Eigentlich mache ich gar nichts. Ich mag nur Fisch. Genau. Krieg hört sich so böse an. Das ist ja vielmehr Imperium aus Seafood. Imperium aus Seafood. Ja. Auch ganz freundlich. Wer Kalamari freiwillig ist, der wird nicht dazu gezwungen, Kalamari zu essen. So sieht's aus. Ja, das Problem ist, der langsame Weg ist wirklich ein langsamer Weg, weil wir jetzt halt erst mal wirklich ganz lame die Industrie aufbauen müssen. Es gibt jetzt keinen schnellen Weg. Es gibt keinen schnellen Weg für diese Situation. Wir müssen jetzt erst mal zwei Stunden vernünftig industrialisieren, damit wir auf ein Einkommen kommen, was uns dann alles Mögliche macht. Militärgehälte habe ich schon reduziert. Welche Länder soll ich denn in meinen Markt holen? Ich bin die dreckigen Kirchenschulen. Weg los. Das ist, wir sind umgeben von großen Märkten. Und da war viel Rejoicing. Ich bin so glücklich gerade. Und jetzt versuchen wir uns die koloniale Ausbeutung zu holen. Höchstens Hannover. Das ist wundervoll, weil damit habe ich jetzt einfach die Fraktionen gestärkt, die ich brauche, damit ich hier meine Sachen durchbekomme. Bürokratisches Defizit. Nein. Alles ist gut. Ich bin einfach nur glücklich. Die katholische Kirche hat gerade 6% Einfluss verloren, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh ja. Das wollen wir. Das ist wunderschön. Das ist, glaube ich, dass ich gerade sogar Quatsch, was ich hier mache. Ah. Ja, das ist alles nicht zielführend. Okay, also Grundproblem ist, wir müssen unseren Markt gut ausgleichen. Dazu müssen wir handeln. Wir haben aber keine Bürokratie, um zu handeln. Bürokratie insofern jetzt ein wichtiger Punkt, weil wir auch Steuernahmen dadurch bekommen. Man könnte jetzt mal durchgehen und überlegen, welche Handelsrouten irrelevant sind. Hier sparen wir zum Beispiel ein bisschen. Sind wir schon mal auf 38. Im Idealfall sollten wir also die Wirtschaft da ausbauen, wo wir Handelsrouten einsparen können. Das machen wir jetzt hier bei Lebensmittelschonen. Waffen ist ein Thema. Glas müssen wir auch machen. Auf dem Weg bauen wir uns wieder Bürokratie auf, wo wir dann die teuren Geschichten, die uns wirklich Geld kosten, wieder einhandeln können. So müssen wir das machen. Ja, da habt ihr recht. Ich sollte was mit der Autorität machen. Da gebe ich euch recht. Das ist definitiv so. Ich würde sagen, Fertigungsförderung ist überall, glaube ich, gut. Wir haben unsere Industrien. Hier. Glashütte, Papier ist eigentlich nicht so entscheidend. Glashütte, ein bisschen. Möbel. Ich mache überall die Fertigungskiste. Das war wichtig. Grüne Graskampagne könnten wir probieren, aber ich glaube nicht, dass da viel bei rumkommt. Das kostet uns 100. Die haben wir noch. So, jetzt sind wir doch hier ganz gut dabei. Irgendwas wurde gerade fertig gebaut. Ah ja. Ich glaube, ein Regierungsgebäude. Genau, dann und produktive Handelsroute, die kann dann auch weg. Sind wir schon bei 3,7. Jetzt sind wir schon schön im Plus. Okay. Alles klar. Jetzt kommen wir langsam dazu. Was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen schon unsere Bauindustrie ausbauen. Das ist halt sau teuer. Dann müssen wir halt Eisen und Werkzeuge irgendwie bauen oder einhandeln. Eisen ist das größte Thema hier. So, Dampfmaschine, Kohleminen, Eisenminen, Bleiminen, Schwefelminen, Goldminen. Wir können Kohleminen haben. So, ich mache das jetzt mal. Dann müssen wir gucken. Wir können jetzt wieder ein bisschen handeln. Ah, das reicht noch nicht. Wir brauchen noch mehr Bürokratie, um handeln zu können. Klipper und Tuch sind auch zu teuer. Dann packen wir die einmal komplett nach vorne. Nach unten. So, 13 fehlen. Wir können das Geld. Also, ich würde das eher in die neuen. Du musst dich nicht muten. Du kannst uns gerne erzählen, wo du dein Geld hin investierst. Ja, ich habe jetzt im letzten Moment das noch entdeckt. Ich habe das im letzten Moment noch entdeckt. Das wäre schlimm gewesen. Was tust du denn so Schlimmes? Ich gebe den Leuten Arbeit gerade bei mir. Du gibst den Leuten Arbeit. Ja. Aber dann ist doch nichts Schlimmes daran. Das stimmt. Das stimmt. Das wollte ich euch auch nur mitteilen. Du wolltest uns nur mitteilen, dass du den Leuten Arbeit gibst. Genau. Und ich gebe den Geld dafür. Was für ein ehrbarer Mensch, dieser Ranger, ne? Könnte man ihm fast abkaufen. Abkaufen ist immer gut. Ich kenne das nicht ab. Abkaufen ist immer gut. Nur kein Eisen mehr. Davon habe ich nichts mehr. So, Chat. Wir sind jetzt Beziehung Maximum. Ich habe die so ausgedribbelt. Ich bin so glücklich. Ich habe die Kirche einfach, wenn ich so weitermache, weit um 10% geschwächt. Geil. Die ist auch richtig wütend. Aber das ist egal, weil ich schwäche sie so dermaßen. Ich kriege die noch auf unter 5%. Warum, Pia? Egal mit welchem Staat wir beginnen, mit welchem Ziel, mit welcher Nation, ist es bei dir immer nach 5 Minuten, okay, ich muss mich mit der katholischen Kirche anlegen. Warum, Pia? Also in diesem Fall muss ich wirklich sagen, dass ich mich einfach danach orientiert habe, was mein König für eine Orientierung hat. Und mein König ist per se ein Intellektueller. Also dachte ich mir, wenn wir auf Wirtschaft spielen, dann ist doch das Smarteste, was ich machen kann, ist, dass ich eine intellektuelle, industrielle Regierung habe. So, wer kurz oder lang, müssen wir die Intellektuellen in die Regierung holen? Dann kann ich mit so klassischen, konservativen, nein, wir machen das, wie es immer schon war, Sachen, einfach nicht so viel anfangen. Wir wollen Wirtschaft. Wir wollen Beedung, wir wollen Wirtschaft. Wir wollen Wirtschaft. Aber auch wir haben Parteien. Das funktioniert nicht, weil die zusammen mit den Industriellen gehen. Produktiv. Ach, Bildung setzt sich nicht durch, da würde ich nicht drin investieren. Ja, würde ich jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Eben. Das ist Teufelszeug, genauso wie Bücher. Teufelszeug. Absolutes Teufelszeug. Und ich habe jetzt auch durch meine neue, also durch die neue strategische, politische Macht, wie ich sie gepusht und unterstützt habe, bin ich jetzt mit meinem kolonialen Ausbeutungsdingster-Boomster dafür schon auf 33,6 Prozent. Auch Lebensmittelfabriken helfen mir bei den Bürokratiekosten. Das ist wahrscheinlich ja richtig zu machen. Ich würde dich beglückwünschen, weil ich dann Handel reduzieren kann in dem Bereich. Genau, das Ziel ist, wer bekommt seine Kolonien am weitesten ausgebeutet. Und mein Problem war, dass mein erster Versuch, das umzusetzen, erstmal abgelehnt wurde. Lässt das so schlecht klingen, Pia? Ja, dieses noble Ziel. Aber ja, wir müssen Regierung weiter ausbauen, das ist richtig. Also bei aller Liebe, Maurice, aber ein nobles Ziel ist das wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, was wir alle immer... Und ich denke, wenn wir über... Versuchen wir einfach nur, Wholesome-Entertainment-Formate zu erschaffen auf Twitch. Aber warte mal, 15 kostet uns nur eine Handelsroute. Das heißt, wir können jetzt schon zwei machen. Was auch nicht, woher das kommen kann. Vielleicht reicht das schon. Übrigens, meine Kolonien wachsen gerade. Schön, dass du da auf meiner Seite bist, Stranger. Aber ich kapiere es wirklich auch nicht. Leute, wir können kein anderes Wahlsystem einführen, weil die Intellektuellen nicht in der Regierung sind. Und da gibt es auch im Moment keine Möglichkeit. Aber Menschenrechte und Kolonialismus schließt sich nicht zwangsweise aus, ne? Weil Menschenrechte kann man ja sehr subjektiv definieren. Das macht das Spiel auch, ja. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, Pia, du kannst ja auch die nette Kolonialisierung-Option wählen. Aber ja, du kannst sie auch subjektiv definieren. Auch das ist eine Option. Gut, dann habe ich kein Problem. Ja, es wird natürlich auch in meinem Chat gefragt, Menschenrechte und so gelten Sklaven denn als Menschen. Das ist ja auch so eine moralische Debatte, die man erst mal im Intellektuellen Forum der Nation ausfechten müsste. So, Chat schreibt, ähm, proportional steuern. Mein Chat sagt gerade, also welche der größten Philosophen für Menschen... Wir sind ganz am Anfang des Spiels. Ihr macht wahnsinnig viele Vorschläge für unfassbar moderne Dinge. Das ist alles nicht im Bereich des Möglichen. Wir müssen wirklich mit sehr kleinen Ideen hier vorgehen. Das ist jetzt einfach die Mühen der Ebene und die Fleißarbeit. Beziehungsweise erinnert mich an das Jahr 1841, wenn die... Ah, okay, das ist schon mal gut. Wenn die Geschichte mit der Waffenstellstatt abgelaufen ist. Ja, das ist also immer faszinierend, wie auch wir und ich in diesem Spiel immer versuchen, okay, was ist das Schlimmste, was wir machen können? Und wir sind einfach nicht kreativ genug, um auch nur im Ansatz an Sachen ranzukommen, die einfach in echt passiert sind. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, ob das so negativ ist. Man könnte es auch vielleicht sogar als positiv sehen. Ja, das ist richtig. Also, das Krankensystem ist schon ganz nett, muss man mal sagen. Das könnten wir sogar einführen. Das Problem ist, das kostet natürlich... Nein, Pia hat noch keine Kolonien. Pia sitzt an dem Gesetz, das kolonale Ausbeutverlust... Das kostet uns natürlich wie der Bürokratie, das Ganze zu machen. Ich arbeite daran. Reduziert der Übersterblichkeit. Die Frage ist, ob das ein Thema sein wird überhaupt, im Rahmen unseres Spielzeitraums, dass wir wirklich keine Bevölkerung mehr haben. Ich arbeite daran. Ich würde jetzt mal Min-Maxing überlegen, tendenziell eher nein. Sonst ist das eine gute Sache, aber hier vielleicht eher nicht. So, wir können enorm viel Geld sparen, wenn wir Klipper und Tuch irgendwie importieren oder produzieren. Aber Bauwirtschaft ist halt auch noch ein Thema. Wir haben das direkt geklippt, meinen ehrlichen, ehrbaren, absolut korrekten Wunsch, wholesome Formate einzuführen. Klippen meine schurkischen Mods aus irgendeinem Grund in einem sarkastischen Kontext. Ich verstehe das überhaupt nicht. Man tut hier so viel für die Leute. Was geben sie dir zurück? Hohn und Spott. Okay, Leute, das ist das nächste Problem. Selbst wenn wir unsere Bauwirtschaft expandieren, es gibt auf dem Weltmarkt kein Glas. Das heißt, wir können quasi unsere Bauwirtschaft nicht wesentlich ausbauen. Wir müssen unsere Glashütten ausbauen. Eisen gibt es hingegen. Wow, das ist schon hart, so ein bisschen. Die versammelten Industriellen sind zusammengekommen und haben in allen Menschen einen Wert gefunden, außer in dir. Ja, das ist halt echt. Ich meine, man könnte auch sagen, du hast ein ganz gutes Leben, weil quasi die gesamten Sozialleistungen des Staates ja dann nur an dich gehen müssen. Das komplette Arbeitslosengeld... Wahrscheinlich gibt es sowas noch nicht. Wenn es es gäbe, dann könntest du es komplett einkassieren. Meinst du, das wäre wirklich so schön, dass sie dann sagen, ach ja, wir haben nur einen Arbeitslosen, also geben bei ihm einfach alles? Ich bin sicher, genau so wäre es. Die Welt ist gut und gerecht. Okay, stimmt. Und es würde 100% exakt so laufen. Dann würde ich mich gerne auf diesen einen Arbeitslosen bewerben. Oder ist das kein Auswahlverfahren? Ich bewerbe mich auf den einen... Aber die Sache ist halt, wenn du dich auf den Posten des Arbeitslosen quasi bewirbst, bist du dann nicht per Definition nicht arbeitslos, weil du eine Bewerbung für eine Stelle geschrieben hast? Und deine Aufgabe ist dann zwar nichts zu tun, aber du hast dich ja trotzdem darauf beworben? Hm. Das ist eine gute Frage, die ich dir da stelle. Stimmt. Kommt drauf an, ob du in einem Angestelltenverhältnis dann irgendwo eingestellt wirst. Naja, wenn du alles bekommst, dann bist du ja per Definition einfach nicht der letzte Arbeitslose, sondern der letzte Adelige, dessen Aufgabe daraus besteht, nichts zu tun und in eine Legitimation, welche auch immer, alles geschenkt zu bekommen, während alle anderen arbeiten müssen. Ja, die Denkweise mag ich. Dann würde ich mich gerne auf den letzten Adeligen bewerben. Das wäre ich auch gerne, ja. Pia, was hältst du davon, mal ein kleiner Vorschlag, um ein bisschen Dynamik in die Sache zu bringen? Wenn wir unsere beiden großartigen... Ich mag Dynamik nicht. Wenn wir unsere beiden... Na, so ökonomische Dynamik, Wachstum und so. Wenn wir unsere beiden... Aber ich dachte, du willst nicht zu viel Wachstum. Ja, bescheidenes Wachstum. Aber bescheidenes Wachstum geht auch besser zu zweit. Wenn wir nämlich unsere Märkte zusammenschließen. Oh. Puh. Actually, ja. Also actually, tatsächlich hätte ich da Bock drauf. Ich bin mit meinem Markt nicht ganz so glücklich. Und, äh, ich sehe Dinge, von denen ich profitieren könnte, wenn ich mich in einen Markt mit hineinschließe. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gehört, dass es bei euch Eisendiebstahl gibt. Das Schöne ist, ich habe kein Eisen. Damit wäre ich auch eine... Hä? Du hast kein Eisen? Halt, stopp mal. Du hast Eisenminen. Ich finde es toll, was du für einen Case für deinen Markt gerade gemacht hast. Meiner ist scheiße. Ich habe auch keine Waren, von denen irgendwer profitieren könnte. Let's do it. Lasst uns gemeinsam scheiße sein. Ne, warte mal, Pia. Du hast Eisen in Wallonien. Das ist doch... Also... Ja, ich habe Eisenminen. Ich baue Eisen ab. Ich habe auch Blei. Ich habe auch Kohleminen. Alles gut. Ich habe noch nicht so viel, dass man mir so viel davon klauen könnte. Aber, wenn du Eisen kaufen möchtest, kann ich mehr Eisen produzieren. Ja, wenn wir in einem gemeinsamen Markt sind, dann... Dann würde das... Aber die Frage ist, was ist das Aber? Jetzt gerade klingt das ganze Angebot einfach unfassbar gut und schön. Was ist die Hintertür, die du da gerade öffnest? Die Hinter... Es gibt keine Hintertür. Wir vereinigen nur unsere Wirtschaft. Also, ich habe zum Beispiel viel Papier. Und... Glaubt ihr ihm das? Und... Ich glaube ihm kein Wort. Ich würde ihn auch nicht glauben. Ich habe viel Alkohol und viel Fleisch. Absoluter Ernst. Vielleicht passen wir ja zusammen. Ich habe viele Kriegsschiffe. Vertrau ihm nicht. Chad schreibt, nein, er will dich abziehen. Never believe. Klingt nur so Mittelvertrauen. Sonst würde ich... Ah, aber hier haben wir einen Steinwein-Zuschauer. Als wenn diese Stimme lügen könnte. Das ist nicht das erste Ränkespiel mit dem. Was wollt ihr uns hier für einen Scheiß erzählen? Du guckst nicht so oft Ränkespiele, oder? Ja. Also die Sache ist halt, ich bin kurz davor, dass wieder hier eine Revolution quasi ausgerufen wird, weil die Leute keine, wirklich auf gar keinen Fall koloniale Ausbeutung haben wollen. Ich weiß nicht, was mit meiner Bevölkerung los ist. Mir geht's so, wie es Maurice in unserem Spielstand gerade ging. Also ging. Alles wird abgelehnt, was ich vorschlage. Deine Bevölkerung ist mir egal. Das Problem ist, wenn ich in deinen Markt integriere, dann bin ich jetzt verteiligt. Nee, pass auf, ich komme in deinen. Ich unterwerfe mich sogar deinem Markt. So weit würde ich gehen. Du kommst in meinen Markt. Ja. Freiwillig. Ja. Und jetzt musst du auch mal an die armen Luxemburger denken. Guck dir die mal an. Die gehören eigentlich Oh, an die armen Luxemburger denke ich immer. Guck mal, die gehören eigentlich zu mir, aber die kommen nicht an ihre Güter und sowas alles. Die kommen nicht zu ihren, zu ihren... Ach, daran liegt's. Naja, das ist nur so ein Nebeneffekt. Du hast mir Luxemburg geholt und du kommst nicht an. Nein, ich hab mir nicht. Luxemburg ist von Anfang an Niederlander. Halt, stopp. Nee, Luxemburg ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine sehr absurde Situation, wo ich sogar tatsächlich einmal kurz cheaten musste in meinem Luxemburg-Run. Weil wenn du... Ich hab als Luxemburg gestartet und dachte, das ist voll der lustige Startpunkt, so lololol, das kleinste Land, wir machen es groß. Aber als Luxemburg bist du halt am Anfang in einem Markt, zu dem du keinen Zugriff hast und der einzige Weg dahin ist, Belgien zu erobern. Du bist einfach komplett im Arsch. Also Luxemburg startet Spielmechanisch... Ist irgendwie auch komisch. Es startet halt Spielmechanisch komplett funktionsuntüchtig. Ähm. Aber jetzt verstehe ich, was du möchtest. Weil bis jetzt klang es einfach nur zu nett, um wahr zu sein. Aber unter der Prämisse, dass du einfach mit Luxemburg, was zu dir gehört, besser interagieren möchtest, ist das ja die bessere Variante. Weil als Alternative bleibt ja entweder Preußen einzunehmen oder mich einzunehmen und ich würde es nicht so feiern, wenn ich eingenommen werden würde. Ja, genau. Denk an die armen Luxemburger. Ja, dann würde ich dieses Risiko eingehen und möchte dir einmal abschließend vielleicht noch folgende Worte mitgeben. Wenn du völlig ausrastest, mir reicht Platz zwei heute im Ränkespiel. Nee, nee, es geht gar nicht. Alles gut. Das Einzige, was passieren kann, dass ich dich dann immer nerve, ey, baue mal mehr Eisenminen und so. So eine Selle. Das ist kein Problem. Das ist ja für uns beide gut. Weil wir hängen dann quasi so aneinander und so eine Geschichte. Das ist, das ist... Chat sagt gerade, das ist das seltsamste Verkaufsgespräch, dem ich je beiwohnen durfte. Denk an Luxemburg. Ja, ich, also bin ich auch dabei. Alles klar. Setz du den, setzt du die Anfrage? Wo setze ich die Anfrage? Das Problem ist, also falls du noch freie Diplomatie-Einflusspunkte hast, kannst du mal mit mir auch Beziehungen verbessern. Wir sind nämlich total verfeindet eigentlich. Deswegen kann ich hier noch gar keine Anfrage stellen. Wir müssen jetzt gemeinsam erstmal daran arbeiten. Die Niederlande, ne? Dass ich da keinen Blödsinn mache. Beziehungen schlecht. Die müssen herzlich sein. Erst dann geht das. Jawohl. Also insofern haben wir auch noch ein bisschen Bedenkzeit. Wir haben noch ein bisschen Bedenkzeit. Nee, aber das klingt für mich ganz gut tatsächlich. Also, das unterstützt ja auch meine Dings. Nee, jetzt hast du aufgehört, die Beziehung zu verbessern. Nee, ich hab's doch gerade reingepackt. Vielleicht hattest du sie schon verbessert. Ich würde ihm nicht vertrauen. Oder, oder ist es, oder warte mal, oder da ist irgendwie wieder ein Anzeige-Bug oder so. Ich guck mal ganz kurz. Also jetzt müsste ich gerade verbessern. Ja, ja, du verbessert. Und zahlst 225 Einfluss dafür. Das ist ein alter Anzeige-Bug. Hm, den hab ich vergessen. Kurze Verwaltung. Ihr habt bei Spielstadt eigentlich eine Rivalität. Ja, das ist gut möglich. Haben wir die schon rausgenommen? Weiß ich gar nicht. Rivalität. Belgien betrachtet die anderen ist, ja, okay. Das wäre vielleicht ganz praktisch, wenn wir das mal beenden. Ja, okay. Also Rivalität beenden wäre der nächste Schritt. Ich, ich, ich mache. Rivalität beenden. Wo ist das denn? Beziehung schädigen. Bli, bla, blub, Bündnis. Das müsste ich doch auch über das hier machen können, oder? Nee, Stadt erobern ist das alles nicht. Interesse erklären. Nein, das ist auch nicht. Ich muss euch das sicher auch irgendwie hier so angeklickt bekommen. Irgendwie mit Rechtsklick auf mein Land und da müsste das schon stehen. Ah, ja, so geht das auch. Rivalität, Rivalität beenden. Großartig. Ja, mal sehen. Danke für den Tipp, Chat. So, Chat, was meint ihr? Sollen wir jetzt hier die Industriellen und Intellektuellen mit reinholen, die Liberale Union mit umkämpft? Ich denke, ja. Habt ihr für mich einen Tipp, wie ich meine Lebensmittelfabriken auf Vordermann bekomme? Ich habe irgendwie, meine Lebensmittelfabriken sind, was Rücklagen angeht, irgendwie immer so an der Grenze zum Bankrott. Und ich habe jetzt, ich exportiere sogar schon Lebensmittel, damit wir einfach, damit wir ordentlich Abnehmer haben. und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Rücklagen sich nur sehr langsam erholen. Herunterstufen könnte sonst helfen. Also dann würdest du aber wieder eine Fabrik abreißen. Boah, das will ich eigentlich vermeiden. Weil ich muss es ja im Nachhinein eh wieder hochpushen. So. Wahrscheinlich dann maximal noch mehr. Aber es geht jetzt gerade eh wieder hoch, glaube ich. Das sieht besser aus. Okay, dann braucht es einfach nur länger und ich bin zu ungeduldig. So, wir haben schon wieder eine negative Bürokratie. Ich könnte versuchen, noch ein bisschen mehr Zucker zu importieren und noch ein bisschen mehr Getreide anzubauen, damit das im Verhältnis billiger wird und die Lebensmittel mehr Gewinn machen. Das könnten wir noch versuchen. So, ja, wir müssen jetzt Glas ausbauen und sowas alles erst mal, damit wir die Bauindustrie in den Griff bekommen. Ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit. Und alles, was uns Geld kostet. Und das ist ja nicht ein bisschen was. das bedeutet taktisch klug wäre jetzt auch schon ordentlich meine eisen auszubauen weil ich davon ausgehen kann dass ich demnächst viel eisen verkaufen werde ja wir brauchen viel eisen und du bei dir ist es auch schon sehr teuer plus 37 prozent eisen ist für die bauindustrie halt super wichtig das heißt wenn du billiges eisen hast ist dein ganzes bauen halt viel billiger eisen ist schlüssel ich muss sagen ich tue mir bei eisen immer noch super schwer abzuschätzen ab wann es sinn macht nicht zwangsweise einfach mehr gebäude zu bauen sondern halt einfach effizienter zu bauen und diese ganze maschinerie darum abzugreifen mich immer das gefühl habe egal wie ich eisen angehe gefühlt ist es immer irgendwie teuer ich finde es richtig herausfordernd das runter zu bekommen vom preis ich finde bauwaren auch deswegen schwierig weil sie ja nicht immer verbraucht werden eigentlich baut man natürlich die meiste zeit genau das sollte man schon da wenn du gerade nicht baust wird dein eisen auch nicht so verbraucht ja aber das beste ist die bauindustrie genau die bauindustrie so aufzustellen dass du immer baust und dein markt so darauf auszurichten das stimmt schon ja ein bisschen traurig dass ich mit spiel gerade so mit dem eisen hinterher hängt ich habe nur 20 prozent bonus also es geht auch nicht besser ich finde dieses spiel so cool ich finde das einfach ich merke jedes mal wieder wie viel spaß das macht das zu optimieren und danach zu gucken okay was brauche ich damit das besser funktioniert was brauche ich hier und ich habe hier ein gebäude gebaut gratulation jetzt habe ich weltwirtschaftskrise ausgelöst hoops ich bin auch ein großer fan davon tatsächlich weltwirtschaftskrisen auch ja natürlich und ich habe gerade was ein bisschen also ich meine ich sage wie gesagt erneut nicht dass ich die kritik nicht auch zum teil nachvollziehen kann aber ich finde es immer noch schade dass das spiel auf steam so schlecht weggekommen ist irgendwie da steht habe ich immer noch bei 60 prozent oder sowas ja leider finde ich aber auch vollkommen ungerechtfertigt 60 prozentig viel emotionen mit bei auch kann es sein dass es einfach vielleicht durch crusader kings 3 sehr viele neue spieler bei paradox gibt die eben nicht hardcore strategie spieler sind die einfach frustriert sind weil das spiel zu kompliziert ist glaube es ist nicht da hat mir mal ein bisschen erklärt dass es eher auch oldschool victoria fans sind die sachen von damals gerne anders hätten wie das kriegssystem da bin ich eben leider gar nicht deswegen da kann ich gar nicht so da will ich auch gar nicht sagen die liegen falsch weil ich kann es nicht selber okay also das ist der grund warum zulu die haben verpflichtung also ich habe da auch viel von das liebe leute das könnte aber unsere schunk sein weil sie werden nicht noch mal eine verpflichtung gegenüber uk machen können dass sie mit victoria 3 unzufrieden so wie es das heißt mit dem nächsten anlauf klappt zwei war damals viel besser das haben sie bei cruisader kings 3 also in den ersten monaten auch gesagt also mein ganzer chat war literally voll mit aber das hat viel weniger inhalt als cruisader kings 2 mit seinen 25 dlcs eben wenn alle dlcs gekauft hast dann bist du selber in der weltwirtschaftskrise sagt dass es unter anderem daran liegt dass es im late game aufgrund von bevölkerung wie die hölle leckt und dadurch unspielbar wird soweit war ich noch nie das habe ich nicht gespielt und war sogar dann sehr groß am ende weil ich deutschland vereinigt habe und es ging aber ich bin da natürlich auch immer so ein bisschen so ja ja der streamer der die hardware komplett in den arsch geblasen bekommt also mit meiner 30 90 ging es ist mir sehr bewusst dass es keine sinnvolle aussage für manche leute ist das haben sie aber auch mit dem einem update schon massiv eingeschränkt wieder also verbessert das war am anfang tatsächlich ein problem habt ihr einen blick darauf wie sich die spielerzahlen entwickelt haben weil ich hatte mit steinwall mal also im ersten monat nach release glaube ich darauf geschaut und wir hatten gesehen trotz der steam reviews sind die spielerzahlen sogar überraschend hoch geblieben also sogar weniger runter gegangen als standard nach release wäre weiß jemand wie es aktuell ist jetzt gerade ist so ein kleiner so ein kleiner ich sag mal wieder anstieg ich habe gemerkt nachdem das spiel dann 46 wochen draußen war ist es ein bisschen nach unten gegangen dann ist wieder viel richtung cruisader kings 3 gegangen weil sich ein wenig satt gespielt worden ist an dem spielprinzip bis dann die leute entdeckt haben dass man ja doch nicht jedes land identisch spielen muss sondern auch rollen haben kann das muss halt viel aus der emotion immersion heraus generiert werden da hatte ich auch viel den eindruck dass leute da genau da dass den gleichen anführungszeichen fehler gemacht haben wie potenziell bei cruisader kings das ja auch cruisader kings finde ich ist ja mega langweilig wenn du es so nach dem ersten und zweiten durchlauf wenn es nur noch auf großes imperium möglichst schnell mächtig werden spielst das ist ja genauso lahm aber wenn du dir irgendwelche challenges setzt wie halt zum beispiel pia und ich jetzt die schlechtmöglichste gesellschaft oder sowas dann macht es viel mehr spaß absolut und ich kann jedem der sagt ja alle länder spielen sich gleich nur empfehlen japanische shogunat das ist meiner meinung nach der spannendste staat den du haben kannst weil du auf einmal komplett so du handelst nicht du bist einfach ich habe witzigerweise so mein erster japan durchlauf war so okay also das bringt uns jetzt unfassbar viel bürokratie 520 auf kosten papier aber ich glaube das kann man vielleicht stemmen papier können wir auch selbst noch ausbauen wir können auch auf sulfid umsteigen das machen wir jetzt mal die große frage ist kann man schwefel importieren gucken wir mal das könnte jetzt auch nichts verändern ja klar freut mich natürlich sehr für dich also ich habe es tatsächlich endlich geschafft das kolonialamt herzustellen ich bin mega glücklich ich habe jetzt koloniale ausbeutung ich habe beim kongo jetzt mein interesse deklariert ich habe kann eine kolonie gründen und das würde ich jetzt tun habe ich noch nie gemacht davor voll gut derweil hat auch schweden die kolonie schwedisch araucania wo zum geier ist ich weiß wo das ist ich sehe nämlich schon beide sizilien hier auf einmal rumgeistern bei den goldminen in süd südamerika und so ein zufall doch gott im kognos aber starkes malaria ja na und muss nur genug leute schicken ist doch völlig egal ach das ist ach ranger warum warum ich sehe schon wir wir hatten irgendwie gefühlt so alle bis hin diese idee nur wir beide und chile wie wie sich ja ich kann einen hafen bauen ich muss auch immer einen hafen bauen aber der hafen ist moment komplett unproduktiv das ist ein bisschen das problem gründung einer belgischen kolonie in belgisch süd und moment gar nichts das geht jetzt langsam hoch und wenn das dann fertig ist dann kann ich wahrscheinlich darauf zugreifen und dann dinge machen weit genau und dann wächst die noch langsam das dauert natürlich eine ganze weile bis so eine kurze aber dann habe ich da jetzt schon mal alles richtig gemacht ja geil so wir haben bald ja weil du kein chinin hast das ist quasi die erste technologie und dann ist dieser malaria abzug weg ja genau und wenn das weg ist dann dann geht es deutlich schneller okay perfekt dann ist das ja dann ist das ja entspannt das ist fast durch bei mir dass das das forschungsding kann ich einfach also ich habe kongo immer noch als interessensgebiet ausgewählt da leuchtet bei mir quasi jetzt in südafrika so dieses komplette große gebiet muss ich dann noch extra was auswählen oder breitet sich das dann stückchenweise weiter aus je nachdem wie weit ich das ausbaue ich habe noch nie mit kolonien gearbeitet an es kommt darauf an manchmal ist es eine sehr große region die einfach als eine gilt manchmal kannst du auch mehrere regionen in deinem interessensgebiet simultan kolonisieren die müssen aber ans wasser angrenzen also man ist auch inländisch gibt es dann kolonie gebiete die du einfach noch nicht erreichen kannst und ich habe für das ganze gebiet interesse gerade dann kannst du alle da kolonien da auf einem die sache ist nur je mehr du hast ich glaube dein koloniewachstum teilt sich auf die alle auf das heißt wenn du die wachsen dann alle langsamer wenn du willst dass eine besonders schnell wächst erstmal nur eine und du willst dass du mehrere gleichmäßig machst dann ist das auch okay und dieses wachstum kannst du auch noch beschleunigen indem dein kolonialamt ausgebaut wird wir selbst haben nicht mal eine werkzeugfabrik das ist auch erbärmlich ich muss das hier auch andrücken so jetzt habe ich alles verstanden ich habe das falsche menü offen gehabt es ist alles erbärmlich hier ökonomisch ich habe noch etwas gerade furchtbar böses im chat gelesen und dazu möchte ich jetzt ein statement haben moris du tust zuerst die milch in die schüssel und dann das müssele rein ja natürlich das ist ja vollkommen falsch und verwerblich ist zivilisierten mannes das müssele muss doch von oben wie in einer wunderbaren dusche eingeweicht werden damit es dann alles hinterher aufnehmen kann nee nee okay also ich bin also wir testen das mal ich werde jetzt mal die die bauindustrie umstellen und mal gucken das wird radikal jetzt hier den markt durcheinander wirbeln herabgelassen wird genau das problem sind die werkzeuge endlich ein normaler streamer wird bei mir im chat geschrieben ja darf das ist mein usp das ist mein slogan den sollte ich jetzt sollte gleich meinen twitch kanal slogan ändern auf endlich ein normaler streamer ich bin da voll bei dir so sehr gut sehr gut endlich eine normale streamerin ab jetzt chinin so jetzt eine meinung dazu also ich würde mich da jetzt nicht für prügeln aber selbstverständlich gieße ich auch die milch als letztes rein gott sei dank unterstützung wenigstens wir verstehen uns steinwein wir verstehen uns selbstverständlich hier mit so einer person teilst du dir den markt noch nicht noch nicht ja würde ich immer darüber nachdenken ich auch also das also ich meine ich bin auf steinwein zeit habe ich für trotzdem darüber nachdenken da steht es schwarz auf weiß moris dieser baba absolut also unzivilisiert sagt gerade es gibt einen bug dass der malaria malus nicht weg geht wenn man quasi die forschung erst wären also wenn man die quasi freischaltet während man am kolonieren das und dann neu starten muss vor wir werden es gleich sehen ob es weg geht ich bin gleich durch mit meinem schienen und dann im zweifelfall muss ich dann direkt neu starten nee das glaube ich nicht wie ist das denn eigentlich wenn ich jetzt hier zum beispiel auch freie regierungsumbildung habe und das leuchtet so schön böse rot und sagte ich habe 118 tage verbleibend wegen der jüngsten wahl wegen der regierungsumbildung kann ich das einfach ignorieren oder gehen wir die dann an die barrikaden wenn ich das ignoriere alles klar es hat sich nicht beruhigt ich habe immer noch die 4800 tage scheiße okay dein chat hat recht was diesen bug betrifft ist es tatsächlich auch gerade so bei uns allen ist es so vermutlich ich muss die kolonie gründung einmal abbrechen das kannst du glaube ich gar nicht mehr du hast ja einmal einmal abbrechen und dann kannst du jetzt könnte ich mir sogar noch überlegen ob ich doch ein anderes gebiet haben möchte jetzt wissen auch die schwierigkeit dass die leute irgendwie nicht in meine kolonien emigrieren wollen um da zu arbeiten aber zwei bestände in der eisenmine das ist jetzt braucht es nur noch 400 tage statt 4000 perfekt der chat hat mir auch etwas verraten eine bauindustrie einmal bauen also plus eins machen und dann wieder abbrechen dann ist der bug auch weg ja gut war jetzt auch nicht so schlimm also ich habe jetzt nicht so viel zeit investiert gehabt deswegen jetzt wird bei mir gefragt nach der enthüllung der der milch praktiken hier wie kann ich mein abo wieder zurückvorstellbar nehmen wenn man plötzlich feststellen dass die person nicht mehr integer ist kann man nicht und selber schuld also man sollte ja es gibt ja auch so was wie eigenverantwortung in dieser ökonomischen freien marktwirtschaft und wenn du den fehler machst einem streamer ohne grundlegende überprüfung dein abo dazulassen und dann dieser streamer halt dann sich als jemand entpuppt der deine barbarische lebensweise nicht teilt dann ist ja nicht der streamer daran schuld ich werde mir konkret von deinem abo lieber ollowein ein gutes müßchen kaufen und mir dann eine gute milch in die schüssel die ich auch von deinem abo bezahlen werde und dann werde ich das alles genüsslich essen stop it während ich auf dem bildschirm meine abo statistiken mir anschaue und immer dann einen löffel nehme wenn ich sie ja da hat er wieder abonniert ich liebe alles daran ja das ist das ist wie wir dekadenten streamer ja leben und ich sehe mich ja auch absolut nicht moralisch irgendwie falsch quasi also nicht moralisch falsch sie ist das ist uns ein bewusst ja warum auch wenn ich wenn ich ja offensichtlich im recht bin ja wir brauchen werkzeugfabrik das ist klar ich bin immer noch sprachlos und schockiert gleichermaßen also chat normal der grund natürlich haben unsere kolonien keine hefen aber das ist einfach jetzt eine sinnlose investition meines erachtens weil wir da auch noch keine ressourcen bekommen ob das hier auch so sinnvoll ist weiß ich auch nicht aber egal viel wichtiger ist zum 19 märz das ist jetzt abgelaufen so leute jetzt kommt es drauf an wollen wir es jetzt noch mal riskieren sie können jetzt nicht mehr großbritannien per verpflichtung reinholen und insofern hoffe ich einfach dass großbritannien jetzt nicht kommt also los sag mal 33 33 33 tage was löst das in euch aus 333.000 33.000 das löst in mir tiefe traurigkeit okay tolle zahl ich sehe es gerade 33 292 ich habe vielleicht mich entschieden dass ich den ganzen kongo auf einmal haben möchte weil ich auch viel später angefangen habe mit meinen kolonialbereichen als ihr und irgendwie möchte der kongo mich nicht so gerne wie ich ihn möchte ich habe das malaria schon ich habe schon das was wir brauchen hier ist das die gleiche gier die dich der 1 trieb so was jetzt noch passieren könnte dass sie portugal einrufen genau das passiert was machen wir jetzt portugal hat es doch nicht drauf oder was das problem ist wir können die briten nicht reinholen selbst mal mit einer verpflichtung nicht keine chance das problem ist ich bin nicht schneller als portugal portugal hat eine landgrenze und ich muss eine invasion machen ich war schon sehr reich also ich es gibt nicht nur malaria es gibt schwere malaria ja die ist in der tat noch schwerer okay wehrflüchtige müssen einbruch das problem ist dass wir glaube ich nur eine 20er flotte haben und nur 20 rüber bekommen ja von karim gesagt wurde dass ich mich im kongo historisch akkurat bewege das stimmt du bist belgien das heißt ich versuche mich historisch akkurat hier zu bewegen und ich schaue gerade wo ich das finde was gegen schwere malaria hilft wahrscheinlich antibiotika oder das kommt erst echt spät ach du scheiße ja das also das dauert relativ lange bis das bekommst ja ich meine ich habe auch 33 tage zeit good point arbeiten denn die leute in dieser kolonie ach alle hier oder was da geht noch viel ok bauen wir jetzt erst mal gar nicht viel weiter da ist nur noch genug hin müssen dass wir überhaupt was davon haben in meinen kolonien wollen die die leute wollen da gar nicht hin das wissen das problem so ich habe noch nicht so oft marine invasion gemacht passiert das jetzt automatisch ich habe meine intellektuellen mittlerweile auf 19,2 prozent gedrückt und ich glaube problem wäre jetzt wenn die belgier in den niederlanden landen habe haben die einfach das doppelte an einfluss mittlerweile es seid ihr komischen nordeuropäer da oben die die einfach die welt schlechter machen wir in rom wir wissen noch dass also dass der glaube alles ist und ihr da oben komischen kommen sie an dass die erde eine kugel sein soll so 26 tage dann landen wir dort kugeln gibt es nur fürs gewehr das ist ja wohl ganz klar ja belgien ist jetzt herzlich das ist jetzt irrelevant das machen wir jetzt nicht ich meine nicht belgien sondern portugal wir machen das jetzt nicht mehr markt wenn dieser move jetzt gelingt dann brauchen wir belgier nicht aber ich habe die befürchtung dass wir einfach komplett scheitern dort weil es einfach hart ist eine landung man verliert meistens meine sachen aber wir gewinnen okay das ist gut das ist jetzt entscheidend wir kriegen einen Brückenkopf so alter mein eisen ist auf plus null prozent teuerung wir haben actually günstiges eisen das habe ich nicht erwartet dass wir das hinkriegen das habe ich nicht erwartet dass wir das hinkriegen dann Vielen Dank. Ja, die Technologie macht hier den Unterschied, so wir sollten aber was bauen, die Heimat. Lebensmittel und Glas. Okay, läuft, würde ich sagen. Vielen Dank. Okay, jetzt haben wir nervige zwei Bomben, aber der Gegner hat hier nichts mehr. Äh, zwei Bomben, zwei Fronten. Aber eigentlich müssen wir das hier noch, warte mal, wie machen wir das jetzt am besten? Ja, wir brauchen, glaube ich, noch einen General, ne? Um das irgendwie zu managen. Okay. 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 Ja, jetzt ist Portugal da. Das ist die Frage, ob man jetzt hier defensiv steht. Wir verlieren jetzt dort. An der einen Stelle. Meine Güte, das dauert ja ewig, ehe der da ist. Das wird eine Niederlage. Na, ich denke, wir sollten mit der Armee defensiv jetzt stehen, aber ich kann das nicht verändern. Achso, das ist er hier, ne? Ist das er? Ah, ich sehe gerade nicht durch, wer wo kämpft. Nervig. Spielt mal wieder. Ja, wir verlieren wieder. Chassé ist das. Ne, Chassé ist hier. Ich kann ihn aber nicht verändern. Ich kann nicht auf Verteidigung gehen. Achso, weil er mitten in der Schlacht war. Aber vorhin auch nicht, komischerweise. Bist du jetzt mal da? 16 Tage noch. Sehr geil. So, Leute. Jetzt ziehen wir gleich durch. Das war Nummer 1. Wir gucken uns kurz mal das Militär an. Das Problem ist, wir haben jetzt hier, glaube ich, auch noch eine Armee. Die jetzt kein Anführer hat, eine Vierer Armee. Da müsste man eigentlich jetzt noch einen dritten General holen. Ja, geht wahrscheinlich nicht anders, um die auch noch verfügbar zu machen. Okay, zu den Sachen kommen wir gleich später. Wir werden jetzt hier Orangie uns vorknüpfen. Jetzt heißt es wieder Briten. Achtung, Briten. Naja. Das Problem ist, die können natürlich das Gleiche machen. Die können ihnen eine Verpflichtung geben. Und dann sehen wir wieder alt aus. Alternativ ist, wir holen die Briten noch. Aber es hat ja mit der Verpflichtung eben auch nicht geklappt. Okay. Also ich würde sagen, wir riskieren es. Aber dann müssen wir wieder klein beigeben und die Reparationen akzeptieren. Können wir uns, glaube ich, leisten. Und, ähm, gibt es da einen Hafen? Joa. Ne, gibt es nicht. Hier müssen wir einen Hafen bauen, habt ihr recht. Ich würde aber sagen, das machen wir jetzt. Ich gehe davon aus, dass sie die Briten holen über eine Verpflichtung. Aber dann machen wir das Gleiche. Wir spielen in Wartenwald wieder fünf Jahre und zahlen. Ich sehe keine andere Möglichkeit. So, die Briten stehen jetzt schon auf der anderen Seite. Die Kasernen modernisieren, richtiger Hinweis. Das könnte vielleicht jetzt ein bisschen zu spät kommen. Mal gucken. Ja, also, es ist halt super unwahrscheinlich, dass sie nicht die Briten reinholen. Ehrlich gesagt. Ich bin da nicht sehr hoffnungsfroh. Weil die Briten kommen nur dann nicht rein, wenn sie uns als Schutzmacht sehen. Okay, sie haben die Reparation jetzt. Sag mal, was ist denn da auf der Seite los mit der Verwüstung in Hannover? Die haben Bauernaufstand. Braunschweig, Hannoverischer, Hannoverisches, ah, da, das ist alles Braunschweig. Alles, alles am Brennen hier und am Verwüsten. Klingt ja, sieht ja nicht so gut aus. Jo, das ist passiert. Wir zahlen wieder ein bisschen Geld. Ja, meine Vereinigung. Das gleiche Spiel wie eben. Sie sind jetzt auch Teil meiner Zollunion. Sie haben jetzt eine Verpflichtung. Bei uns sind Blau... Und wenn die abgelaufen ist, beziehungsweise der Waffenstilter abgelaufen ist, gehen wir halt da weiter. Ist halt jetzt so. Kostet uns natürlich jetzt... Warum denn? Ja, 3.000. Na ja. Also, was hast du denn davon, das zu machen? Es ist... Noch mehr Kunden, hat mein Chat gesagt. Ah, warte mal, wir haben noch Transvaal. Übrigens ist das... Dieser dumme Satz, den ich gerade sagte... Das Problem ist, wenn wir dasselbe jetzt... Wenn wir dasselbe mit Transvaal jetzt machen, dann wird es teuer, meines Erachtens. Ich glaube, das sind dann nochmal 3.000. Was meint ihr, Chat? Soll ich das... Also, das wird vermutlich genauso wieder ablaufen. Es gibt Berichterstattung davon, wie Leute da den empfangen und dann halt auch es Marktstände gibt. Und es natürlich auch Weißwurst verkauft wird. Und dann sagte der Reporter den Satz, hier treffen sich Glaube und Kommeros. Zum Beispiel in einer Wurst. Leute, ich habe die anderen manchmal, drehe ich sie leise. Das ist ein unglaublich dummer Satz, der komplett egal war natürlich auch, was nur irgendeine Random-Berichterstattung war, ist mir seitdem im Gedächtnis geblieben. Ich dachte mir, ich lasse euch daran teilhaben. Auf jeden Fall. Der Pavlo sagt, du kannst ohne Riesen... Passen zum Spiel wirklich. Angreifen. Ja, ne? Ich krieg's nicht hin. Da ist jetzt eine Revolution. Können wir da irgendwas rausholen? Nee. Glaube nicht. Können wir das irgendwie ausnutzen für uns? Man kann sich ja nichts aussuchen. Ich krieg's nicht hin, ey. Wie, die Briten haben keine Kriegsgrenze? Hä? Sie haben doch über die Kapp-Kolonie... Die haben... Sie sind doch eben genauso eingetreten bei Sululand. Warum sollten sie jetzt nicht eintreten können bei Transval? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie die Kirche immer noch so viel Einfluss hat auf alles, was ich tue. Ah, okay, weil er nicht hinkommen kann. Na gut. Wir probieren's, Leute. Ich hab die von 24% auf 13,9 runter. Und das ist wirklich ein Kampf. Ich hab das Gefühl, für jeden Prozent muss ich kämpfen. Das ist furchtbar. Komplette Katastrophe. Ey, warte mal. Aber nochmal kurz. Sie haben doch eine Grenze. Sie können doch hier... Sie können doch problemlos in den Niederlanden landen. Das ist doch Quatsch. Wenn die Briten in den Krieg eintreten, können die doch gegen uns kämpfen. Das ist doch Unsinn. Natürlich können die reinkommen. Er erzählt Quatsch, Leute. Als Handelspatron des Pontifikats muss ich einfach sagen, Pia, was du da tust, das ist nicht gut. Okay, ich muss tatsächlich Kritik an diesem Spiel äußern. Mein Thronfolger, Leopold von Sachsen, ist sieben Jahre alt. Und sie haben einfach das Model von einem 45... Ey, warte mal. Chat, das machen die nie. Ich kann jetzt keinen großen Krieg gegen Großbritannien provozieren. Das geht nicht, Leute. Das Einzige, was ich machen kann, ist, auch das Gleiche hier zu provozieren und dann die nochmal 3.000, 4.000 Minus zu akzeptieren. Weiß ich nicht, ob das uns nicht eher... Leute, ich riskiere nicht irgendeine Marina an Invasion der Briten. Das ist Schwachsinn. Das mache ich nicht. Ähm... Wenn du schnell eroberst, ist der Krieg durch, bevor sie landen. Ich finde das alles absolut legitim. Er ist gerade gewachsen. Äh, Jan, wenn ich mit den Briten gute Beziehungen habe, kommen sie nicht rein. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, was sie erzählt. Wir haben herzliche Beziehungen. Sie sind eben mit reingekommen. Das ist Unsinn. Ja, ja nun nicht. Äh, einfach mit einer... Mit einer Verpflichtung kommen sie einfach rein. Das ist Quatsch. Naja, die Frage ist, also ich gehe nicht in einen Krieg mit Großbritannien. Äh, was ich aber machen könnte, ist das gleiche Spiel wie jetzt und einfach das Minus in Kauf nehmen. Ich meinte, wir haben Goldreserven von 616.000. Das kann uns eigentlich auch ein bisschen egal sein. Pass auf, ich mach's einfach. Das sieht einfach wirklich aus wie Schatz. Das ist einfach Olaf Scholz. Was ist das? Was? Die Niederlande hat ein... Ein Eroberung... Eine Eroberung begonnen. Transwahl. Naja, das ist keine Eroberung. Das ist nur immer so ein kleines Spielchen mit... Transwahl beginnt mit der Mobilisierung. Das ist so ein kleines Spielchen mit den Briten. So ein kleines Katze-Maus-Spiel. Das sieht nur so aus... Ach da, da in Afrika da unten. Das sieht man, da bin ich aber auch mal rein. So sein war der Kriegsschreiber schon am Start. Zu deinem Erbe übrigens, Pia, wird bei mir im Chat geschrieben, tötet es, bevor es Eier legt. Ich möchte ihn wirklich töten, aber nicht, weil er aussieht wie ein kleiner Olaf, sondern weil er, weil ich gerade versuche, wirklich alles für die Intellektuellen zu tun. Und er ist einfach Kleinbürger, kleinkariert und ein Kleinbürger. Aber ich bin 51 und wie wir wissen leben Charaktere sehr lange in diesem Spiel. Also ich glaube gar nicht, dass ich noch sterben werde heute bis 22 Uhr. So, ich wette mit euch, hier holen wieder die Briefe mit rein und dann gebe ich nach. Dann fresse ich das Geld und habe fünf Jahre gespart. Ey, ich kriege es nicht durch. Portugal. Oh, Portugal ist jetzt im Kampf gegen die Niederlande. Steinwallen, hast du mal wieder dich etwas übernommen? Portugal gab Transwall auf, ist ja komisch. Ach, direkt so schnell geht das schon wieder, okay. Ich dachte irgendwie, ah ja. Ja, ich war eben schon mal, also Portugal, mit denen habe ich schon Krieg geführt, ja, ja. Habt ihr gar nicht mitbekommen. Was? Keine Kriege mitbekommen. Schurkisch schweigst und deine hinterfotzigen Pläne im Hintertürchen durchziehst, mein guter Mann. Ne? Ja, ich hatte, ihr habt da irgendwie was gelacht und so, das war gerade nicht mein Thema. Dafür führe ich lieber Kriege. Verstehe. So einer bist du. Kriege kann man doch eigentlich gar nicht übersehen. Furchtbar. Naja, das war auch nur ein Mini-Krieg. Den kann man schon mal übersehen. Ich kann das nachvollziehen. Ja, du bist ja sogar ein Europa-Kriegstreiber. Was wäre es ein Europa-Kriegstreiber? Na, hier, ich sage nur Calamari-Restaurant. Ah, ja, das, äh, demnächst an jeder Kreuzung. Calamari-To-Go werde ich das nennen. Das würde ich gar nicht essen. Es ist ja auch noch kein Gesetz beschlossen, dass eine Inhaltsstopp-Angabe drin sein muss. Also, wenn wir mal schauen, was wir da so reinverarbeiten. Wir haben Eisen zum Beispiel. Will ich aber auch mal meinen Thronfolger sehen. Wo sehe ich den? Hier ist, hier ist Ferdinando di Brubone delle Due Sicilie. Äh, wo ist sein Sohn? Wo sehe ich den? Hier, ne, Politik ist das doch, oder? Thronfolger. Oh Gott! Der ist auch so schön. So, Shad, wenn das jetzt gelingt, dann brauchen wir keinen Markt mehr, weil dann haben wir da Eisen. Und zwar in rauen Mengen. Dann können wir uns, können wir uns selber hochbauen. Das ist der gleiche Typ. Ja, gab ja auch viel Inzucht zwischen den Königshäusern, nicht wahr? Die Briten wollen deshalb nicht, weil Transval Portugal gefragt hat. Die haben ja halt nur eine begrenzte Möglichkeit. Mein Thronfolger sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Gott, was soll denn das? Der sieht nicht aus wie Mussolini. Was sagt ihr? Es ist halt alle so schlimm. Mein schönes Wholesome-Format hier. Dass ich das immer nur, also, ach. Ach, ach. So, wir könnten über die Pause machen, wenn ihr wollt. Wir haben 18 Uhr, das heißt, die ersten zwei Stunden sind offiziell verstrichen. Benedikt Magnus, doch, sie hätten was tun können. Sie hätten einfach in den Niederlande landen können, Benedikt. Also, ich müsste nur kurz aufs Zoo. Es müsste jetzt noch keine längere Pause bei mir sein. Es sei denn, ihr habt auch schon Hunger. Dann können wir auch kurz, irgendwie eine Viertelstunde oder so. Aber ich war gerade kurz gemutet. Wir wollen eine Pause machen? Also, ich habe es gerade in den Raum geworfen, wenn ihr wollt. Weil die ersten zwei Stunden sind durch. Ja. Also, ich brauche keine, aber ich würde mich einer anschließen, wenn ihr eine haben wollt. Ja, einmal kurz. Ich könnte gerade zumindest fünf Minuten gebrauchen. Ja, genau. Finde ich auch gut. Der an. In. Um Viertel nach vielleicht einfach wieder hier. Dann sind es sieben Minuten. Genau. Unpräzise der Weber wieder. Aber gut wäre, wenn du auch das Spiel derweil pausierst. Logisch. Und danach machen wir auch einen kurzen Recap mal, wie es so läuft. Jawohl. Perfekt. Bis dann. Bis gleich. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben. Endlich Kristallglas. Genau, das hilft uns auch. Jetzt müssen wir uns ein bisschen auf die Ökonomie nachher konzentrieren. Das ist hier jetzt richtig gut gelaufen. Also, wenn wir das bekommen, dann haben wir ein richtig fetten, richtig fettes Stück. Das wird uns helfen. Ja. Und dann kann man in Ruhe ein bisschen aufbauen und hier so langsam vor sich hin kolonisieren. Wollen wir mal gucken. Beziehungsweise von der Seite können wir hier auch noch weiter kolonisieren, wenn wir auch Rambia haben. Mal sehen. Beziehungsweise in Richtung Mathebele. Oder ist das hier auch große, schwere Malaria? Ja, das ist ein bisschen doof. Jo. Naja. Also, auf jeden Fall ist die Ecke dort super wertvoll und super hilfreich für die gesamten Pläne. Sehr, sehr schön. Ich mache auch kurz Pause. Bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Warte mal. Ich schalte mal die anderen wieder. Dass ich was höre, wenn die da sind. Portugal die Kolonien abnehmen. Ja. Das ist halt ein direkter Krieg mit Portugal. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall eine Option, wenn es uns gut geht, wenn wir nichts zu tun haben. Ich würde aber auf jeden Fall nach diesen Kriegen erst mal die Ökonomie mir vornehmen, weil da gibt es vieles, was wir jetzt noch nicht so optimiert haben. Wir gehen, glaube ich, mal als nächstes. Was sollten wir jetzt hier machen? Also, was ist unser größtes Problem? Warte mal, wir könnten diese ganze Geschichte mit den Minen, weil wir ja jetzt hier Minen aus... Das Problem, sind hier genug Leute eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Wie viel leben hier eigentlich? 600.000. Das geht, glaube ich. Forschungstechnisch ist jetzt die Frage. Stahlwerke. Ackerbau ist irgendwie nicht das Thema. Lebensmittel, Konserven ist eigentlich ein Riesenthema. Das könnte man machen. Eisenbahn, meint ihr? Eisenbahn kommt von selber. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht viel tun, aber das wird ein Thema werden. Warte mal, Konservenfabriken verbraucht Eisen und Fisch. Ja, ist vielleicht auch nicht so das Wichtige. Backpulver verbraucht Getreide und Zucker. Das ist tatsächlich wichtiger, wenn wir das Thema Lebensmittel angehen. 28, 28. Ja, das ist definitiv wichtiger. Eisenbahn, sagt ihr, dann kriege ich das nicht. Da raus. Okay. Können wir von mir aus auf Eisenbahn gehen. Ist ja eh in vier bis acht Monaten durch. Das Problem ist, dass wir dann natürlich Maschinen und so ein Kram brauchen. Ich habe überhaupt noch keine, sag ich mal, manchmal hat man ja so eine Bildorder im Kopf, was, wann, in welcher Reihenfolge perfekt ist. Das habe ich bei Victoria 3 überhaupt nicht. Das ist immer jedes Mal wieder eine Überraschung bei mir. Ackerbau, finde ich, ist nicht relevant, weil wir, also ne, da sehe ich jetzt keine großen Probleme, auch was die Marktpreise betrifft. Ja, diese Luxusgeschichten, da will ich auf jeden Fall mit Lebensmitteln ein Problem, wir haben mit Klipper ein Problem, weil es zu teuer ist. Glas werden wir jetzt hoffentlich gleich, ah ja, Glas können wir mal angehen. Gebäude, Glas, Hütten, Produktionsumstellung, Bleiglas, Kristallglas, da brauchen wir halt Blei. Nächstes Thema. Kriegen wir Blei importiert? Dann würde Glaspreis kein Thema sein. Ich gucke mal, ob wir Blei importiert kriegen. Hat er das jetzt hier noch nicht drin? Warte mal, wo haben wir Blei? Hä? Noch ist hier gar keine Nachfrage drin. Das muss einmal weiter ticken. Deswegen ist das hier auch noch nicht aktualisiert. Das kann ich jetzt noch nicht sehen, ob es mit Blei klappt. Wie teuer sind denn Motoren für die Züge? Relativ teuer, ja. Also das ist, naja, müssen wir mal gucken. Wir müssen halt nach und nach halt aufbauen, ne. Das ist die Frage, ob wir irgendwo noch die Bauinstitur nochmal pushen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Bausektor? Kostenmäßig Eisen ist das größte Thema. Aber Eisen sieht im Moment ja ganz gut aus. Da ist auch noch importfähig. Da könnten wir uns aus Belgien noch was holen. Auch sehr schön. Okay, Eisen ist kein Thema. Insofern würde ich fast sagen, wir machen als nächstes nochmal die Bauindustrie. Ein oder zwei Stufen hoch. Fangen wir jetzt mal bescheiden an. Machen wir nochmal eine Stufe. Das ist ja schon eine Menge. Für Motoren habe ich alles nötigen, Sudo und Transfahrt. Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe den Handelsvertrag mit Preußen angenommen, ja. Belgien, die Belgien-Geschichte, ich würde sagen, die lassen wir jetzt einfach mal unter den Tisch fallen. Die werden wir nicht mehr erwähnen. Achso, und Celebar, stimmt, da haben wir auch noch eine Stufe. Sind alle wieder am Start? Jawohl, ich grüße euch. Dann können wir nochmal kurz, es kann ja jeder mal so eine kurze Einschätzung irgendwie, wie es läuft. Ohne natürlich, dass jemand seine Geheimpläne verraten muss. Das ist aber irgendwie so, so grundlegend. Ich mache auch den Anfang. Ich fühle mich göttlich legitimiert. Ähm, ich habe jetzt den Kirchenstaat als Bündnispartner und in meiner Zollunion. Ähm, glaube, bin eigentlich dabei so ganz gut dabei, dass irgendwann sich vielleicht auch Italien einfach erkennt, dass ich derjenige welche bin, der es in wirtschaftliche, prosperierende, gläubige Zukunft führen soll. Und vielleicht wir diesem Vereinigungskrieg in Italien, der von den Doomsayern prophezeit wurde, aus dem Weg gehen. Vielleicht, so ein wenig. Ähm, bei meinen Kolonien ist ein bisschen das Problem, dass irgendwie niemand da arbeiten will. Das ist ein Nachteil, gebe ich zu. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Äh, dann, Mr. Niederlande, du bist der Erste, der schon Krieg geführt hat. Was würdest du dazu, zu deiner Verteidigung sagen? Na ja, man beachte, wo ich Krieg geführt habe. Und zwar mein, das niederländische Auge ruht auf Oranje und Transvaal. Und da klingelt doch vielleicht was. Na, also wir, wir vereinigen uns wieder mit den ursprünglichen Staatsbürgern. Ah, okay, okay. Sehen die das auch so? Ähm, ja, es gibt da hier und da so ein paar Missverständnisse. Aber das war auch der ursprüngliche Plan, vielleicht kann ich es jetzt mal sagen. Der Blitzkrieg-Plan. Ähm, da, um da hinzukommen, muss man halt die Sulos angreifen. Und das klappt dann, wenn die Briten einem wohlgesonnen sind. Und das ist tatsächlich bei Spielanfang immer Zufall, was die für eine Haltung haben. Ah, das wusste ich gar nicht. Und darauf habe ich tatsächlich nicht geachtet, weil als ich mir das so ein bisschen überlegt habe, im Vorhinein, da war das immer easy peasy, weil die Briten immer schutzvoll waren, oder wie das heißt. Und diesmal waren sie es nicht. Und da haben die Sulos dann einfach die Briten reingeholt. Und ja, und dann stand ich doof da, habe dann erst mal fünf Jahre lang gezahlt. Und dann bin ich wiedergekommen und habe gesagt, hier bin ich wieder. Verstehe, verstehe. Und dann gab es einen kleinen Krieg gegen die Sulos und die Portugiesen, den haben wir gewonnen. Und jetzt, ja, jetzt zieht eins das andere nach sich, sagen wir es mal so. Ja, ich sehe, dass deine Kolonie aber auch so ein bisschen zwischen Großbritannien und Frankreich eingebaut, genestet ist. Welche jetzt? Die in Brasilien oben. Hast du eine, ne? Ja, ach Gott, ja, das ist gar keine Kolonie. Das ist ein Staat, den ich von Anfang an habe. Ach so, das ist von Anfang an. Ah ja, okay. Das zählt quasi nicht. Da werde ich auch nicht irgendwie weiter groß was tun. Ich bin in Afrika unterwegs. Ja, da, okay. Okay, verstehe. Gut, gut. Dann, Ranger, du, du, wie ist es bei dir in Schweden? Du hattest ja mit Steinwallen schon ein bisschen Gespräche, die dann irgendwie ein bisschen versandet sind. Ja, weil meine Arbeiter irgendwie in der Kneipe versackt sind. Irgendwie hat keiner mehr gearbeitet hier hinterher. Aber kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, kalte Nächte, lange Tage, ich fordere viel von denen ab. Aber ich würde sagen, ich bin in Europa zu Hause bei Freunden. Die nehmen mich alle wohlwollend in die Arme. Preußen, Großbritannien, Frankreich, alles liebende Freunde. Aber auf Europa daher ist natürlich nicht mein Auge gerichtet, sondern auf die kleineren Kolonien, wo du dich ja auch rumtreibst. Südamerika ist eigentlich so mein Schwerpunkt gewesen. Aber irgendjemand hat sich da schon reingefressen. Und jetzt bin ich irgendwie immer da, wo entweder du bist oder wo Steinwall noch ist. Mit dem habe ich auch hier so ein kleines Techelmechel ins Celeps, das ich gesehen habe. Ja, aber dass du da bist, finde ich schon fast... Ah, da seid ihr auch, ihr Halunken. Da, das finde ich schon fast frech, weil das ist ja einfach sowieso orange. Ja, aber blau ist viel schöner. Naja. Da, da sehe ich es hier. Ja, ja, okay. Und ansonsten bin ich eigentlich mein Ziel relativ nah, nochmal ganz kurz meine Ausfahrt hier aus der Ostsee zu sichern. Und habe vielleicht bald die Kalamari-Union zusammen. Also die Kalamari-Union, Entschuldigung. Mit den To-Go-Bechern und weiß ich nicht was. Dann Pia, du hast innenpolitische Schwierigkeiten, aber du hast ja inzwischen nicht mehr, oder? Ich habe es tatsächlich in den Griff bekommen. Also ich hatte am Anfang echt ein bisschen damit zu hapern, dass ich diese eine Regierungspartei habe, mit der ich echt nichts anfangen kann. Ich habe halt zwei große Regierungsparteien. Ich habe einmal eine liberale Partei und einmal eine katholische Partei. Und die waren sehr unangenehm aufgeschlittert, also quasi so aufgesplittert. Und arbeite jetzt einfach kollektiv seit zwei Stunden daran, die katholische Partei zu zerschlagen. Was meint ihr, Chat? Gehen wir da auch noch hin? Mittlerweile habe ich die Steilkräfte rausgebrochen. Die katholische Kirche wurde auf die Hälfte ihres Einflusses runterreduziert. Intellektuelle haben bei 20% politischen Druck bei mir. Darauf bin ich richtig stolz. Wir haben irgendwie mit sieben oder so angefangen. Das heißt, wir gehen einen progressiven Weg. Und unsere aktuelle Herausforderung ist tatsächlich, dass wir die Glaubensfreiheit reformieren zur völligen Trennung. Das heißt, wenn wir hiermit durchkommen, dann hat unsere Religion actually gar nichts mehr zu sagen. Was ich mega nice finde. Ich habe endlich meine koloniale Ausbeutung. Also damit bin ich auch happy. Du hast dich ein bisschen im Kongo plattbreit machen. Genau, ich bin gerade dabei, mich historisch korrekt im Kongo auszubreiten. Es braucht ein bisschen tatsächlich, aber das erste Gebiet sollte in 300 Tagen, also in knapp einem Jahr... Das Problem ist, dass je mehr wir machen, umso langsamer alles andere ist. Und wir müssen hier zum Beispiel noch was machen. Ich glaube, ich nehme das wieder zurück. Das ist nicht so lukrativ. Man kann jetzt sagen, meine Anfangsprobleme waren ein Schluck auf. Sehr gut. Dann sind wir ja alle gut aufgestellt und es bleibt spannend, wer der Schlimmste von uns wird. Wollen wir weitermachen? Sehr gerne. Ab geht's. Wobei, das Schlimmste ist ja so eine Sache, ne? Ich versuche ja tatsächlich das Leben... Wie kann ich eigentlich eine Kolonie rückgängig machen, frage ich mich gerade. Ich versuche ja das Leben tatsächlich für meine Bevölkerungsschicht sehr angenehm zu machen. und bin ja eigentlich, habe ja nicht als Ziel, meine Leute zu verärgern. Das hast du jetzt richtig nett klingen lassen, ja. Geht nicht im Krieg. Na gut. Okay, erinnert mich dran... Bei dir ist es wirklich so. Du begehst einen progressiven Weg hin zu Wohlstand. Erinnert mich dran, Chat, dass ich das zurückgegängig machen will. Das ist eigentlich nicht unser Thema. Ah, nein, nein, das klingt ganz unangenehm, wenn du das so sagst. Ach so. Also korrekt formuliert würde ich sagen, wenn man ein paar Kongolesen nicht helfen kann. Ah, trotz bester Bemühungen, meinst du? Weil wir sind ja nicht aktiv, dass jemand leidet. Es gibt nur nicht, wir können nur nicht alle Bevölkerungsgruppen mit gleicher Priorität helfen. Und manchmal müssen sie sich auch einfach selbst helfen. Ja, okay. Karim sagt gerade, Belgien war schon eine sehr, sehr schlimme Kolonialmacht. Und jetzt habe ich echt Bauchschmerzen bei dem, was ich gesagt habe. Deswegen auch an dieser Stelle... So, hier ist es eigentlich viel cooler noch mitzumachen, um den Belgiern hier was wegzunehmen. ...die an irgendwelche Personengruppen oder Menschen gerichtet. Ich bin einfach immer in Strategiespielen von Paradox... Ähm, ich muss das irgendwie rückgängig machen. Wir müssen das mal erklären. ...deine Intellektuellen, denen es ganz gut geht. ...in diesem Spielrun... Ja. ...ausnahmsweise mal. ...in dem, in dem wir haben, habe ich sie massiv unterdrückt und habe die Religion zur absoluten Staatsmacht erklärt. Also, es kommt wirklich auf den Spielstand drauf an. Tö, hier. Ja. Ah, okay, das ist schwere Malaria. Stimmt, das ist doof. Ihr habt recht. Aber hier nicht. Ich würde auch sagen, ich finde auch, dass mein Run, wo ich als katholische weibliche Crusader Kings 3-Herrscherin andere weibliche Herrscherinnen bekämpft habe, weil sie als Frauen keine Macht haben sollten, fand ich immer noch mein gelungenstes Stück. Es war wirklich ein Highlight. Kann man wirklich nicht anders sagen. Heuchlerischer geht es einfach nicht. Ja. Aber auch gut. So, ich habe nichts im Bau. Okay, gucken wir mal. Die haben was im Kongo gemacht? Boah, ich will mir das gar nicht jetzt gerade anhören. Ich glaube, ich werde mich da weiterbilden nach dem Stream, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich darüber so wenig weiß. Aber ich glaube, wenn ich mich damit jetzt auseinandersetze, dann breche ich meinen Spielstand ab. Wird auch geschrieben, Leopold I. war schon für seine Zeit eine andere Nummer an Böse. Oh Gott. Mir wurde vorhin im Stream schon erklärt, dass das wohl seine persönliche Kolonie irgendwie war. und er, ah, da steht, genau, da steht so immer, der Kongo war quasi Privatbesitz vom König und hat die Menschen behandelt wie sein Eigentum. Boah, das ist schon echt. Menschen sind schon echt grausam, ne? Ich sehe gerade, wir haben überhaupt gar keine Munitionsfabrik, ne? Das ist eine Sache, die man vielleicht auch mal bauen sollte. Ah, wir haben keine Zündschütchen. Wir können das nicht bauen. Passend dazu haben wir Granatkanonen freigeschalten. Na gut. Da hackst du nicht nur die Hand ab, da ist gleich der ganze Oberkörper weg. Wow. Es ist immer eine Sache der Perspektive. Die Radikalen gehen etwas hoch. Vielleicht war die Alkoholsteuer nicht die beste Idee, die ein Herrscher je hatte. Aber über sowas können wir uns jetzt gerade keine Sorgen machen. Okay. Das BIP geht doch hoch. Das ist doch alles, was zählt. Was haben denn alle für ein Problem? Gut, 104.000. Hier können wir jetzt selbst Eisenminen bauen. Die sizilianischen Kanonen dominieren den Markt. Infrastruktur ist ein Problem. Ich habe, glaube ich, eine Waffenfabrik oder so. Und das ist wahrscheinlich die produktivste der Welt. Ich habe sogar ein paar. Moment, stimmt. Ich habe hier Waffenfabriken. Die sind aber gar nicht mal finanziell sehr hoch. Wir müssen auf jeden Fall Zündtütchen haben. Warum eigentlich nicht? Wir müssen selber unsere Munition herstellen. Das ist ja nervig. Du musst einen Krieg beginnen. Oder dafür sorgen, im Optimalfall, dass andere einen Krieg beginnen, denen du dann deine Waffen verkaufen kannst. Ja, ja, ich sehe schon. War nicht gerade irgendwie noch. Weil Eisen bei mir so teuer ist. In Belgien sitzt immer noch die gleiche Familie auf dem Thron, die quasi für diese Kolonialzeit verantwortlich war. Gut. Und es gibt immer noch Statuen von Leopold in Belgien, weil das Thema totgeschwiegen wird. What the hell? Ja, das klingt nach der Menschheit. Das klingt nach dem heutigen Adel in vielen Ländern. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ist auch krass. Also, holy. Ja, wobei, was heißt, warum bin ich schockiert? Die Queen sitzt auch oder saß auch bis zum Schluss am Fohlen. Also, warum bin ich eigentlich schockiert? Das klingt actually nach jedem Adelshaus in die Richtung. Ja, Pia, das heißt, dass du schaffst gerade ein Vermächtnis, das die Jahrtausende überdauern wird. Super. Das ist ja weltklasse. Okay, Chat, wir warten jetzt auf die Eisenbahn. Die müsste gleich da sein. Mal gucken, ob wir da alles ausreichend importieren können. Und dann müssen wir Zündschädchen machen, weil kann nicht sein, dass wir hier keine Munition haben. Das ist so nett gefragt. Das ist ein Gedanke, der mir noch gar nicht kam. Wir bauen mal, ne? Hier, 13.22 Uhr, hier geht das. Hier ist auch nicht viel los. Ich brauche mal wieder was, was funktioniert. Ah, ich könnte auch... Moment, das hätte ich auch machen können. Zündschädchen. So, wir machen uns spannend, ob wir das, was wir brauchen, importieren können mit der Eisenbahn. Das können wir alles jetzt nicht reinigen. Man kommt bis zur Anarchie, das ist ja lustig. Oh, jetzt wollen sie allmählich Tee bei mir. Es beginnt, sich Luxusbedürfnis breit zu machen. Finde ich gut. Sag mal, Steinbein, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus? Nur damit ich Bescheid weiß. Steht dein Bedürfnis nach dem gemeinsamen Markt noch oder ist das uninteressant mittlerweile? Ach, irgendwie mag ich die Luxemburger jetzt sowieso nicht mehr. Was haben sie getan? Das würde mich jetzt interessieren. Na, sie sind... Ich habe mich mal mit ihnen unterhalten. Sie sind nicht so nützlich. Ja, ich glaube... Bis jetzt hat es ja auch jetzt ganz gut funktioniert. Wir machen das jetzt erstmal so weiter. Aber ich finde es schön, dass wir herzliche Beziehungen haben. Ja, das finde ich auch schön. Ich wollte nur wissen, damit ich weiß, wie viel Feintuning ich jetzt mache und ob ich mich darauf einstelle, dass jemand anderer noch in meinen Markt kommt. Aber... Inzwischen habe ich auch ein paar Eisenminen. Für was braucht man... Also für welche Bereiche braucht man den Sprengstoff? Das brauchst du nicht in den normalen Waffenfabriken, ne? Das brauchst du erst, wenn du Dynamit oder so dann herstellst. Später auch für Minen tatsächlich. Ja. Ja, glaube ich, um missere Förderungsmethoden einzusetzen, weil du dann das Mineral aus den Steinen sprengst. Ja, genau. Alles, was mit Minen zu tun hat. Boah, wo ist das? Ah, da. Handbohrer Nitroglycerin. Ah, da ist es. Das heißt, ich muss erst Nitroglycerin lernen. Hm, Gott, es gibt so viel, was ich lernen muss. Chat, hier ist es immer praktisch, wenn man zwei Häfen hat. Die einen können Klippe erstellen, die anderen die Kriegssegelschiffe. Bin fast um überlegen, ob wir noch einen zweiten Hafen machen, um das fein tunen zu können. So. Ja, mach ich. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir in der Phase. Ich mach mal ganz kurz was lesen. Ich drück noch ganz kurz Pause. Jawohl. Oh, Leute. Die Belgischen Industriellen möchten gerne in die Wirtschaft von den Niederlanden investieren. Ja, finde ich gut. Was bedeutet das? Ich bekomme Fertigungssteuerzuwachs und wir bekommen verbesserte Beziehungen noch weiter. Ja. Immer Rande an Speck. Ja, klar, dass er das sagt. Ich glaub, der Steinball plant was Großes irgendwie. Ich glaub, der plant immer was Großes. Irgendein großen Masterplan gerade. Ich plan nie was Großes. Ich bin immer ein Freund der kleinen Schritte. Kleinen Schritte, genau. Ja, ist so. Und dann damit ein großes Bild zeichnen. Das stimmt. Mit vielen einzelnen Strichen zeichnet man ja ein großes Bild. Oh mein Gott. Ich kann jetzt Tee, Bananen, Baumwolle, Kaffee, Zucker, Hirse, Färbemittel, alles selber herstellen. Pia entdeckt die Freuden des Kolonialismus. Ja, in der Tat. Wahrlich, wahrlich. Man muss in diesem Spiel ja wirklich Kolonien etablieren, oder? Ja, genau. So haben damals die Herrscher auch gedacht. Genau das hat Leopold I. wahrscheinlich gedacht. Ja, aber jetzt ohne Witz. Man muss ja wirklich. In dem, das ist, das Spiel ist schon wirklich darauf ausgelegt, dass du diesen Weg gehst, ne? Du wirst ohne, ohne Kolonialismus wird es schon unangenehm werden, oder? In vielen Bereichen. Man kann auch handeln, weitestgehend. Also schwierig wird es dann nachher so bei Öl und so. Wenn man da nicht gut rankommt, dann ist es problematisch. Ja, aber du handelst mit anderen Ländern, die Kolonialmächte sind. Ja, das ist richtig. Nee, aber manchmal, nee, man kann auch mit den Ländern direkt handeln. Also wenn sie Länder sind. Also sagen wir so, wenn sie ausgemalt sind. Wenn sie zivilisiert genug sind, um das Konzept des Handels zu begreifen. Genau. Das ist auch ein bisschen fies, ne? Also ich finde auch... Was nun mal nicht jeder Bauer ist, nicht wahr? Ja, ja. Die Darstellung, dass quasi Afrika so aussieht, als wäre es leer, weil die es nicht ausgemalt ist, ist schon ganz schön tendenziös, ne? Es ist schon hart. Also die Darstellung, dass es leer ist, finde ich schon sehr, sehr hart. Früher hieß es bei Victoria 2, hieß es ja wirklich, glaube ich, noch so unzivilisierte Länder. Jetzt heißt es ja irgendwie... Wie heißt es jetzt? Irgendwie... Warte mal. Äh... Irgendwie... Nee, warte mal, wie hieß denn der Name? Dezentrale. Dezentrale, ne? Dezentralisiert, glaube ich, ja. Ja, gut, dezentralisiert ist ja einfach ein neutraler Wirtschaftsterm, so. Das haben sie so ein bisschen euphemistisch jetzt, also beziehungsweise, naja, fairer formuliert. Das sind am Prinzip meint das Stammesgesellschaften, ne? Ja. Weitestgehend. Ich will echt nicht, wo diese Leute hier alle arbeiten. Wir haben doch inzwischen echt viele Leute. Und alle befür... Alle... Ich habe ein paar Gebäude und niemand arbeitet da drin. Ach, hier. Okay, im Hafen arbeiten sie. Wenn man da gut bezahlt wird. Sollt in den Minen arbeiten. Was soll denn das? Da wird man auch gut bezahlt. Schett, was ist denn hier los? Was ist das jetzt gerade hier? Ich bin doch bislang etwas enttäuscht von meinen Kolonien. Sie haben immer noch kein Gold in Südamerika entdeckt. Wo ist Eldorado, frage ich euch. In den Büchern stand, hier gibt es eine goldene Stadt. Vielleicht mal mit Italien können wir mit Maurice mal handeln. Geil, meine Mittelschicht ist auf 20 hochgegangen. Ich will nicht inkorporieren, das bringt nichts. Oh, ich sehe, ich habe ein Problem bei mir. Also ein ideologisches... Bei mir ist die Oberschicht kaum besser dran als die Mittelschicht. Das ist eigentlich... Handeln wäre wahrscheinlich ganz gut. Besorgen, das finde ich nicht okay. Ich habe in der Kolonie noch gar nichts, Leute. Ich habe in der Kolonie noch keinen Hafen. Welchen Sinn hat denn eine Oberschicht, die nicht wirklich ober ist? Frag ich euch alle. Fragen über Fragen. Okay, jetzt brauchen wir Maschinen hier. Und es gibt keine. Das ist das Problem. Toll. Jetzt haben wir... Ich war gerade sowas von verloren. Ich wollte Reisfelder nach Norwegen bauen, aber irgendwie... Da wächst nicht so viel Reisfeld mir da mal auf im Nachgang. Also ich habe jetzt hier mitten in Afrika die erste Eisenbahn gebaut. Problem ist, es gibt nirgendwo... Also die ersten Gleise gebaut, sagen wir es mal so. Das Problem ist, es gibt nirgendwo Eisenbahn zu kaufen. Ein Problem. Ja, ich wollte mal in Afrika hier ein bisschen Fortschritt zeigen, aber jetzt wundern die sich... Hä, hier liegen so komische Eisenstangen in der Wüste. Diese Europäer sind einfach nur dumm. Bist du... Wirst du als Herrscher eigentlich für verrückt erklärt, wenn du Schienen baust für Gerätschaften, die noch de facto nicht verfügbar sind? Naja, das ist Vision... Das sind Visionäre, so muss man das sagen. Also Verrückte. In der damaligen Zeit ist der schmale Grat zwischen Visionär und Verrückt, glaube ich, sehr dünn. Also von dem, wie die Bevölkerung dich einstuft. Nicht davon, wie Visionär du dann letztendlich bist, aber... Ja. Reinwand, was ist denn das da mit dem niederländischen Interesse in Italien? Ja, ich wollte mal mit dir handeln. So. So, so. Was denkst du dann? Das sind schon wieder irgendwelche schuftischen Hintergedanken. Und was ich da gedacht haben könnte. So, priorisieren wir mal die Motorenwerke. Mal gucken, ob wir das dann selber irgendwie hinbekommen können. Ich hab tatsächlich eine Eisenbahn, aber mir fehlen Motoren. Ja, das ist genau das, was ich auch besitze. Alter, niemand baut die. Like, niemand. Na, ich fang grad damit an. Ja. Und zufälligerweise merke ich gerade, man bräuchte vielleicht auch Kohle. Besitze ich auch noch nicht. Aber das kann man ja auch im Zweifel nochmal importieren. Aber so viel... Oh Gott, ich hab auch noch gar keine Kohle. Was? Kohle hab ich schon. Kohle produziere ich. Ihr seid ja auch visionär. Ihr seid ja auch echt visionär. Ist ja auch nicht notwendig. Wenn wir da in den Minen sind, da brauchen wir keine Kohle. Was sind diese braunen Klumpen? Dafür haben wir schon Öl. Ja, also... Dann wird die Eisenbahnen dann geschoben werden, Steinwallen. Ja, genau. Eins nach dem anderen. Erst bauen wir die Eisenbahnen und dann kommt die Kohle. Alter. Schafft auch interessante Jobmöglichkeiten. Diese Kolonien sind komplett nutzlos. Ranger, hast du schon Gold gefunden? Meine graben hier dieses nutzlose Land um und finden nichts. Ich hab auch das Gefühl, die bestellen hier einfach nur das Land und legen sich danach hin. Schlafen. Obwohl, hier hat einer der Arbeiter einen Sack auf dem Rücken. Wer weiß, was der da drin hat. Oh, Leute, wir brauchen so viel. Wir brauchen Motoren, wir brauchen Munition. Das ist sogar noch wichtiger, meines Erachtens. Da will auch keiner hin. Irgendwie gefühlt. Das ist so schön. Das ist auch ein Problem, das ich gerade habe. Obwohl ich durchaus gut bezahlte Jobs schaffe und so. Leute, was soll ich diplomatisch machen? Ich weiß gar nicht warum. Ja, maximal Beziehung hier. Hier bauen wir uns einfach mal das... Das... Es gibt nichts, was wir mal tun können. ...aus, dass hier schneller bitte entdeckt wird, was wir wollen. Und dann... Du musst einfach das Gefängnis ausbauen und das weist dann direkt die Gefangenen neuen Kontinenten zu. Ja, wenn man das könnte in dem Spiel, ne? Das sind wir auch auf Maximum. Was wollen wir da machen? Ja, es wird bei mir gesagt, da gibt es einfach keine gute Pasta. Deswegen wollen meine Italiener da nicht hin. Das verstehe ich natürlich auch. Ich denke, Portugal wollen wir angreifen. Da brauchen wir nicht... Beziehung verbessert oder so, Leute. Ich meine jetzt mal ehrlich. Preußen ist auch das Maximum. Also mir schießt es gerade komplett mein Saldo. Spanien können wir noch verbessern. Ja. Warum kosten die denn Geld, wenn das nur... Wenn da nix ist? Das ist ne gute Frage. Was ist da los? Die Administration und so wird vielleicht vor Ort... Wobei, die kann man ja auch einfach mit Waffen bedrohen. Ja. Naja, da ist nix. Nix. Was für eine Administration? Von was denn? Von einem Baum? Von mir aus auch. Ja, okay. Ich habe ja noch kein Gebäude gebaut. Die stellen ihr... Die kommen an mit einem Schiff, stellen ihren Schreibtisch mitten auf den Sand drauf und sagen so, das ist jetzt Belgien. Ja, haben die Leute das nicht so gemacht? Nur statt mit einem Schreibtisch, mit einer Flagge? Oh, was ist hier los? Genau so. Da warst du auch nicht, oder? Was ist denn hier los? Bei mir haben die Schreibtische dabei, deswegen brauchen die auch so lange, um ins Hinland zu kommen. Ja, hättest du mal dein Gehirn weggelassen und den Patriotismus mitgenommen. Dann kannst du auf Schreibtische verzichten und dann kannst du einfach mit Flaggen lösen. Als nächstes erforschen wir die rollbaren Möbel. Wichtiger Fortschritt. Frankreich hat gerade die Landesschulden von Kuba abbezahlt. Aber ehrbar von Ihnen. Chat 27. Mai 1847. Kannst du mir irgendwo detailliert die Bevölkerung, also quasi die Bevölkerung meiner kolonialen Mächte anschauen und wie es denen geht? Weil ich habe ja, wenn ich unter Bevölkerung gehe, habe ich ja nur Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht. Aber da sind ja sicher meine... Ne, du gehst in die Kolonie rein, klickst da in dieses kleine winzige Gebiet da. Das ist nicht so winzig bei mir, aber ja. Ja, das sage ich jetzt mal. Und da gibt es oben einen Reiter Bevölkerung. Und... Da werden mir die nicht richtig angezeigt, diese Pops. Na, wenn du weiter runter scrollst, siehst du eine Liste mit den verschiedenen Pops. Bei mir sind es Bauern, Kleriker und Astrokraten. Da kannst du dann mal... Ah, da sehe ich verarmt, verarmt, leidlich, verarmt. Ja, da kannst du sogar irgendwie jetzt mal Bauern ausklappen und dann erscheint noch eine Unterliste und da klickst du, da klickst du jetzt mal auf, äh, auf so einen Mensch. Und dann öffnet sich quasi nochmal so ein großes neues Ding. Ah, und dann habe ich das Ding. Und dann kannst du bei Übersicht, Wirtschaft und Verbrauch auch dir genau angucken, wofür sie ihr Geld ausgeben und so. Okay, das heißt, da muss ich ein bisschen weiter reinklicken, damit ich die Sachen sehe. Ja. Das ist aber auch sehr user-unfreundlich gebaut, muss man sagen. Ja, ja, also, das war tatsächlich eine der Mods, Pia, die ich eigentlich für unseren Durchlauf haben wollte. Es gibt wirklich ein paar Mods, die das Interface echt signifikant verbessern, aber Pia und ich haben beide gemerkt, im Multiplayer hat das Spiel nicht so viel Bock auf Mods. Das ist immer ein Problem, ja. Und wirf dir dann, selbst wenn du genau die gleiche Reihenfolge der gleichen Mods aktiviert hast, wirf dir irgendwelche Sachen aus. Oh, nee, das, puh. Also, äh, unterschiedliche Spielversionen und so. Der Grund, warum du gerade Defizit hast, ist, weil die Kapitalisten das momentane Bauprojekt, Regierungsgebäude nicht mitfinanzieren wollen. Das Geld wird für das nächste Profitprojekt aufgespart. Das stimmt, ja, genau. Woher sehe ich das denn? Na, Staatsgebäude werden immerhin komplett von dir finanziert und wenn du über dein Geld gehst, dann siehst du da oben Investitionsfonds. Ah, und der wird da ausgegraut, weil die keinen Bock haben, dieses Gebäude zu bezahlen. Das heißt, ich habe jetzt die Kosten quasi komplett für das Gebäude, obwohl normalerweise bei sowas investiert wird. Genau. Bei so kommerziellen Gebäuden, die Kapitalisten zahlen nämlich einen in diesen Fonds und da sammelt sich dann was an und da wird dann daraus erstmal gebaut. Oh, geil. Ah, da sehe ich gerade. Das Gebäude Investitionsfonds erlaubt die Finanzierung der folgenden Gebäude durch Investitionsfonds. Landwirtschaft, Plantagen, Weiden, Fertigungswerke, Minen, Holzfällereien, Gummiplantagen, Walfänger, Fischereien, Ölpumpen und Infrastruktur. Ja, cool. Und Regierungsverwaltung ist es natürlich nicht. Ja, danke schön für den Hinweis. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Beziehungsweise ich hatte das, glaube ich, schon mal auf dem Schirm und ich habe es wieder vergessen, weil ich das Gefühl habe, wenn man das Spiel dazwischen zwei Wochen nicht spielt, dann vergisst man irgendwie wieder einen Teil. Es ist wirklich so. Geht mir ähnlich. Ja, mir auch. Obwohl ich in jedem Paradox-Spiel ein paar hundert Stunden drin habe, denke ich mir jedes Mal, hm. Hör mal. Aber das macht das Spiel auch so schön. Ich entdecke jedes Mal was Neues. Das muss jetzt hier erst in Gang gehen, ne? Das einzige Spiel, das ich so viel geatmet habe von Paradox, dass ich das Gefühl habe, dass ich Dinge nicht mehr vergessen kann, ist Crusader Kings 3. Aber das habe ich in einem Ausmaß geatmet. Das ist, ähm, ich denke, in Crusader Kings 3. Okay. Gut, also das haben wir jetzt am Laufen. Kohle ist jetzt ein Problem. Kohle. Ah, ich muss echt sagen, ich bin echt sad, dass erst dieses Spiel rausgekommen ist. Bauen wir auch hier. Dass ich einfach nicht so viel Zeit hatte, mich da reinzufuchsen. Und ich freue mich gerade total, dass das jetzt immer mehr, dass ich immer mehr Zeit davor habe. Ich habe richtig Bock, Victoria 3 auch noch so richtig zu verstehen. Ich lerne immer noch so viel bei jeder Runde. Ja, geht mir auch so. Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich, dass ich jetzt mal endlich bei ein paar Paradox-Spielen von Anfang an dabei bin. Transport. Und diese Patch- und DLC-Reise mal miterleben kann, sodass ich nicht reinkomme mit... Ah, es gibt schon 30 DLCs. Keine Ahnung, welche ich brauche. Irgendwie wird es schon klappen. Das ist tatsächlich auch was, was mich sehr erfreut. Ja, das macht auch am meisten Spaß, mitzuerleben, wie das Spiel langsam wächst. Zum Beispiel bei Crusader Kings jetzt über die ganzen DLCs, über die ganzen Updates, die mir dazu bekommen sind. Ja, warum sind wir jetzt vielleicht hier auch schon Eisenbahn? Und ich finde Victoria 3 echt gut. Das ist mittlerweile auf der 1. Das ist knapp vor Crusader Kings 3 tatsächlich bei mir. Transport aktivieren werden. Ach, krass. Ja. Ich mag einfach dieses... Das ist eine radikale These. Ich weiß nicht, wie ich mir der so anschließen würde. Aber zahlen und bauen. Bringt nicht viel. Pump those numbers up. Those are rookie numbers. Ich finde das schon ziemlich geil alles mit den Zahlen und allem drumherum. Auf jeden Fall. Aber ich finde die Geschichten, die Crusader Kings 3 erzählt, mit dieser eigenen Dynastie, an der du werkelst. Ich hätte bei Crusader Kings 3 gerne noch ein komplizierteres Wirtschaftssystem und alles. Dann wäre es für mich das Nonplusultra. Also so ein kompliziertes Wirtschaftssystem, aber trotzdem dieser Roleplay-Touch. Der fehlt mir ein bisschen bei Victoria. Aber würde auch nicht ins Spielkonzept passen. Also ich verstehe, warum sie den nicht haben. Ja, aber ein bisschen mehr Storytelling wäre schon gut. Also weil man kriegt einfach viel zu wenig mit, was in der Welt passiert. So, da könnte man ein bisschen mehr... Also eigentlich deutlich mehr Atmosphäre noch einbringen. Ohne, dass es jetzt Spielmechaniken sind. Ja. Was ziemlich helfen würde, wäre... In Europa Universalis 4 gibt es einen Missionsbaum. Da hat man quasi mit jeder Nation unterschiedliche Aufgaben, die man machen kann. Wenn man möchte, die man historisch verfolgen kann oder ahistorisch verfolgen kann. Und darüber ein bisschen Storytelling in dem Gameplay integriert hat. Das könnte man hier, glaube ich, auch ganz gut mit reinbringen. Ja, wobei ich keinen Bock mehr habe, dass jedes Spiel dieses Missionssystem hat. Also ich bin eigentlich ehrlich gesagt ziemlich froh, dass Victoria das nicht hat. Wie ist eigentlich eure Meinung zu Age of Wonders 4? Ich habe diesen Fantasy-Volksbaukasten gesehen. Und Stein und ich hatten im Podcast schon gesagt, ich will endlich ein Fantasy-Stellaris, wo ich das machen kann mit den Völkern, aber für Fantasy. Und das ist das ja. Ich war total begeistert. Ja, ich bin auch total heiß. Absolut. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich freue mich da drauf, aber... Das ist so großartig. Guck es dir an. Du kannst irgendwie kannibalistische, religiös-fanatige Froschmenschen machen und ihr Sauron sein, wenn du magst. Und solche Geschichten. Absolut, ja. Das ist so geil. Ihr Sauron sein. Geil. Ich wollte schon immer mal ein Sauron sein. Ja, wirklich. Also Stahlproduktion, klar. Das ist literally auch aufbauen. Es gibt so viel, was man machen müsste jetzt. Das ist echt schwierig. Das ist Zaubererkönig, nicht Hexenkönig. Ich bin jetzt froh, wenn wir die Munitionsfabriken jetzt mal haben. Eine der zwei Heldenoptionen. Champion des Volkes oder Hexenkönig. Ja, ich... Keine Ahnung, was... ...was ich da wählen werde. Ich bin absolut unentschlossen. Also ich habe mit Age of Wonders noch nie so viele Berührungspunkte gehabt, außer Age of Wonders Planetfall. Deswegen... Also es sah cool aus, das Spiel. Habe mich auch angesprochen als jemand, der nicht so viel mit der Reihe zu tun hatte. Aber ich weiß noch nicht so recht, was ich mir darunter vorstellen kann hinterher. Das ist im Prinzip ein Civilization mit Magie und rundenbasiertem taktischen Kampf auf eigenen Kampffeldern. Ja. Ach so, so ein bisschen Humankind-Ansätze da mit da drin. Äh... Naja, noch... Also es ist eher so wie Total War quasi. Bloß, dass du keine Echtzeitkämpfe hast, sondern Rundenkämpfe. Ah, okay. Das klingt schon mal cool. So, kriege ich meine Unterscheidung? Ich war jetzt in Nord Borneo. Ich habe doch keine Ahnung, wo Nord Borneo ist. Wo gab es hier Gold? Da, Nord Borneo. Aber es gehört irgendjemandem, ne? Goldfelder. Das ist mein Getreide. Fünf Goldfelder. Gab es die da schon immer? Ich habe jetzt... Also mit den Kolonien verhält sich das aber trotzdem identisch wie mit anderen Gebieten, die ich habe, ne? Wenn ich einen Hafen habe, werden einfach alle Güter querbeet transportiert, egal wo ich sie produziere. Genau, genau, genau. Muss nur genug Konvois haben. Also du brauchst quasi jetzt nicht nur Konvois für deinen Handel, sondern auch Konvois zum Transportieren dieser Güter. Das siehst du in der Marktübersicht bei Handelsrouten. Da gibt es quasi... Ah, verfügbare Konvois, benötigte Konvois, Versorgungswerkstätte, 100 Prozent. Genau, Versorgungsnetzwerkstärke. Das ist quasi die Transporte zwischen den Kolonien. Ja, geil, da habe ich ja noch viel Luft nach oben. Dann kann ich da unten ja echt ausbauen. Okay, geht weiter, Chat. Ein Problem zieht das nächste Nacht sich. Wir haben, glaube ich, jetzt Munitionsfabriken, aber uns fehlt jetzt natürlich Schränkstoffe. Leute, hört auf, die ganze Zeit zu sagen, dass bei mir gleich eine Revolution kommt. 51 Prozent ist nicht gleich eine Revolution. 51 Prozent ist bei uns Dauerzustand. Was ist denn ihr Problem? Die sind unzufrieden, weil ich ein allgemeines Wahlrecht einführen möchte. Was ist hier das Problem? Die machen keine Gewinne. Warum? Weil die Nachfrage jetzt zu gering ist. Hä? Ich schwimme doch gar nicht. Warum hatten wir die ganze Zeit Munitionsprobleme? Wenn wir nur so wenig... Ich bin nicht am Schwimmen. Ich bin nicht am... Ich kann schwimmen. Was? War mein Chat böse? Muss ich meckern? Ja, nee, nee, alles gut. Es ging nur darum, als ich... Ich weiß nicht, ob es darauf bezogen war, dass ich mir gerade das erklären habe lassen oder darauf, dass ich schon wieder auf 51 Prozent Revolutionsstand bin und denen noch gesagt habe, Pia schwimmt schon wieder. Ich bin nicht am Schwimmen, aber ich versuche hier gerade eine Demokratie umzusetzen. So, natürlich. Wenn ich das mit Fast-Revolutionen schaffe, dann habe ich mehr geschafft, als... Was? 99 Prozent der Länder, die demokratisch sind? Wie viele Demokratien gibt es denn, die keine Revolution durchlebt haben? Nicht so viele. Alles ist fein. Alles ist gut. Okay, Leute. Also, wir haben jetzt offenbar doch kein Munitionsproblem. Dann verkaufen wir. Munition ist ja auch kein Problem. Was ist jetzt mit der Muni? Nein, 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 nein. Nicht allgemeines Wahlrecht für die ganze Bevölkerung. Hallo? Ich spreche über allgemeines Wahlrecht von dem wichtigen Teil der Bevölkerung. Das bedeutet, alle Leute, die... Warte mal, ich kann es euch gleich sagen. Ich kann es euch genau sagen, was wir da haben jetzt. Was ist denn Wahlrecht? Genauso wie wir jetzt Motoren exportieren werden, oder? Allgemeines Wahlrecht für alle erwachsenen Männer haben dasselbe Stimmrecht. Wir wollen es ja nicht übertreiben mit der Demokratie. Schön. Meine Armeen in den Niederlanden haben doch keine Plänkler. Was, wie, wo, was, was, warte mal, was erzählt ihr mir? Die nicht in Kolonien wohnen. Ja, das ist ja selbsterklärend. Tatsächlich. Ja, man muss ja auch nicht jedem jetzt ein Mitspracherecht... Also, die verstehen doch nicht mal, was eine Eisenbahn ist. Da muss man jetzt nicht gleich ihnen Mitspracherecht geben, ne? Das sind vielleicht die Kolonialstaaten von Steinbein. Das bedeutet aber nicht, dass das bei uns so ist, okay? Also, meine Leute wissen, meine Leute haben nur Radikalisierung. Aufruhr, Steuerverschwendung, Migrationsanziehung, minus 50 Prozent. Ich habe einfach rum, nur. Das ist eine Kolonie. Es wundert mich nicht, dass die in Aufruhr ist. Ich wäre auch in Aufruhr. Ich muss kurz pausieren. Ich habe nämlich gerade zwei unterschiedliche Anfragen bekommen, die irgendwie stellvertretend sind für die politische Lage in der Welt. eigentlich ein paar Jahrzehnte später. Die Vereinigten Staaten von Amerika fordern, dass wir uns ihm unterwerfen und sein Protektorat werden. Ui! Während Russland möchte, dass ich seiner Zollunion beitrete. Ja, nun! Es klingt fair. Was tun? Was passiert denn, wenn wir sowas ablehnen, die Unterwerfung? Dann ist direkt Krieg wahrscheinlich. Nee, dann ist es nur verschlechterter Beziehung. Aber du bist doch beide Sizilien. Dann teile einfach ein Sizilien in den USA zu, und das andere dann Russland. Also, die haben... Wie stark sind die denn? Oh. Wobei, sie haben 84 Bataillone, aber nur 500... Wie rum ich das mit den Werfen mache, aber gar nicht so viele zum Angreifen. Das glaube ich ziemlich egal, oder? Nee, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Hier können wir unsere Motorenfabrik so richtig hochhauen. Aber... Und wenn alles untergeht, dann ist das eben so. Der russische Markt ist halt potenziell interessant, weil du da doch richtig abcashen kannst, weil die doch nichts haben, oder? Die können schon guten Handel aufbauen. Ich weiß nicht, wie die KI da manchmal drauf ist. Okay, ich würde sagen... Dünger? Wer braucht denn hier Dünger? Das ist doch irgendwo anders. Ich würde sagen, das Thema Klippe haben wir jetzt gut erledigt. Das läuft. Nee, das machen wir nicht. Beides abgelehnt. Sizilien bleibt unabhängig. Wir werden sehen, wie lange. Bei mir wurde gerade im Chat geschrieben, Sizilien sollte die USA unterwandern und eine Mafia gründen. Oh, wait. Ja, ich habe gerade neulich irgendwie eine Dokumentation darüber gesehen, wie die Mafia im Zweiten Weltkrieg irgendwie mitgeholfen hat. Umgekehrt tatsächlich. Chemiefabriken wird auch ein Thema werden, ja. Sizilianische Mafiosi nach Sizilien geschickt haben, um halt gegen Italien zu helfen. Also das war wohl wirklich ein Ding, das passiert ist. Leute, ich inkorporiere nicht. Inkorporieren bringt hier nichts. Meines Erachtens hat das jetzt für unser Setting überhaupt keine Vorteile. Langfristig ist das sehr, sehr gut, aber es frisst uns einfach nur Bürokratie weg. Warum sollte ich inkorporieren? Wir spielen hier ein kurzes Spiel, wo es um Fläche geht und nicht um Tiefe. Leute ein und arbeiten. Eine Kooperation wird, ist sinnlos. Weiß das jemand, wenn ich zehn leere Gebäude baue, wird dann auch die Einwanderung erhöht, weil es mehr Jobs gibt? Oder ist die immer nur begrenzt auf ne gewisse Menge und ich hab dann einfach zehn leer stehende Gebäude? Kommt drauf an, wie gefragt die Ressource ist ja drin. Und sobald die anfängt zu produzieren mit den Ersten, sieht man dann, wie viel Geld die abwirft und je nachdem, kann das mehr anziehen oder nicht? Okay. Also eigentlich ist doch Eisen sehr gefragt. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum... Da läuft doch wieder die Großbritannien-Nummer und so ein Scheiß. Ich weiß nicht. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Ich mach jetzt gleich was ganz Tolles, worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Das wird auch meine Leute freuen. Eine der Sachen, die mich massiv überteuert bei mir ist, sind Dienstleistungen. Und jetzt können wir endlich... Ja, okay, pass auf. Transwahl ist... Das meinte ich aber nicht. Okay, ich kann es in fünf Jahren inkorporieren. Kostet uns 64 Bürokratie. Ist es das wert? ... bei meinen Stadtzentren Gaslaternen aufbauen. Es bringt ein bisschen Steuern, okay. Das ist ein Punkt. Kurz bei mir den Luftreiniger ausschalten. Der ist gerade angesprungen. Ihr hört es wahrscheinlich. Wollt ihr, dass es das wert ist? Ich hab nichts gehört. Na gut, dann machen wir es. Hört man das nicht? Echt? Nee, ich auch nicht. Ah, voll gut. Dann lass ich ihn an. Ist das Mikrofon besser, als ich dachte? Das ist eigentlich richtig lautes Gebläse bei mir gerade. Angenehm. Wenn er es nicht hört, ist das super. Nee, ist nur ganz, also wirklich ganz, ganz leise, nur während du redest, aber das stört gar nicht. Okay, wenn es nicht stört, dann lass ich an. Dankeschön. So, derweil Geld, Leute. Geld. Okay, wir brauchen auch Chemiefabriken. Wir brauchen uns jetzt erstmal, bevor wir uns mit Frauenrechten auseinandersetzen, setzen wir uns jetzt erstmal mit der Arbeiterbewegung auseinander. Eingeschränkte Kinderarbeit. Eingeschränkte Kinderarbeit, Ordnungsausschüsse, Gehaltssubventionen, die belgische Arbeiterpartei und Sozialismus. Ich fühle mich richtig progressiv. Ja, bist du ja sogar auch. Okay, also sonst sieht es ganz gut aus, würde ich sagen, marktechnisch. Backpulver, das ist gut. Wie sieht denn bei euch so der Lebensstandard aus vom Ranking? Äh, Platz 113 weltweit. Meine Unterschicht ist darbend. Aber der Oberschicht geht es ganz gut. 21 für die Mittelschicht, 24 für die Oberschicht. Und was will man auch mehr, nicht wahr? 23 ist bei mir der Lebensstandard. Platz 23. Alter, das ist ziemlich sick. Ich bin 34. Den gilt anscheinend gut, ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich wegen der Minen. Die Arbeit, die ist ja gut für die Gesundheit. Aber das ist auch gar nicht heute unser Thema, Lebensstandard. Ihr lenkt total ab vom Thema. Heute, das stimmt, heute ist wirklich das Gegenteil von, äh, Lebensstandard, unser Thema. Das ist sehr wahr. Also ich finde, ich bin offensichtlich in meinem Herzen eine sehr krasse Sozialistin. So, was machen wir jetzt hier? Aber ich habe das Gefühl, wenn es den Menschen gut geht, geht es der Wirtschaft gut. Jetzt passiert hier schon wieder zu viel auf einmal. Also habe ich meinen Lebensstandard auf jeden Fall mit drin. Oh, Nitro-Pozoide ist eine gute Sache. Den kann ich nicht wegignorieren heute. Ich habe das Gefühl, ich muss den Pabst-Spielverstand, den ich habe, so ein bisschen kompensieren heute. Aber vielleicht ist Nitro erstmal besser als Stahl, damit wir die Minen ordentlich betrachten. Mir wird im Chat gesagt, irgendwer muss ja darben. Das stimmt. Muss ja immer eine Unterschicht geben, ne? Also weil es kann ja nicht allen gut gehen. Es wird immer jemanden geben, der ganz unten ist. Egal, wie weit wir die Messlatte hochlegen, immer ist irgendwer unten. Wollen wir diese Diskussion jetzt anfangen? Ich habe extra mal im Mund gehalten. Ich habe extra nichts gesagt. Endlich Gold! Gold in Transvaal! Na, großartig! Alter! Das ist erflucht! Hat jemand von euch Bornneo? Das habe ich vorher gesehen. Oh mein Gott! Ist das Ranger? Nee, das gehört, glaube ich, gar keinem. Oh mein Gott! Jetzt müssen erstmal Eisenbahnen gebaut werden, um die ganzen Goldbarren abzutransportieren. Alter Fall! Ich möchte an dieser Stelle einmal anbringen, dass ich gerade mit, was der König will, wird geschehen, durch ein königliches Dekret, einen neuen Gesetzesentwurf pushe, den mein Bevölkerung sich weigert anzunehmen. Leute, ihr wisst gar nicht, wie uns das jetzt nach vorne katapultiert. Und der Gesetzesentwurf, den ich pushe, ist actually Wahl, allgemeines Wahlrecht. Oh mein Gott! Ja, absurd! Sie wollen direkt mal einen Rohstofferlass hier noch rein. Geht nicht. Wir brauchen Autorität. Warte mal, wir gucken uns das erstmal an. Wir reiben uns erstmal die Hände. Darum ist doch ein Lebensstandard. Zwar kein guter, aber who cares? Das stimmt, es ist zumindest ein Lebensstandard. Alter, Falter! Warte mal, gibt es hier noch Bevölkerung? 36.000, ja. Sehr, sehr korrekt. Jetzt rollt er, Rubel. 2.500 und wir haben erst, wow, ein bisschen mehr als die Hälfte. Wie gut. Und der König sprach, ich habe keinen Bock mehr, löst mich endlich ab. Das Gold in Nordborneo ist schon wieder erschöpft. Sehr gut, da haben wir da ja nicht viel verpasst. Ja, darüber freue ich mich sehr. Ich finde das Spiel komplizierter als Crusader Kings 3, weil im Chat gerade gefragt wird. Ja, absolut. Crusader Kings ist ja gar nicht so kompliziert. Ähm, wenn du mal, finde ich, einen Abend Zeit nimmst, wirklich so da durchzusteigen, ist das, die komplizierten Aspekte von Crusader Kings sind die, die selbst Profis, glaube ich, nie auswendig wissen. Nämlich, wenn meine Cousine dritten Grad ist, meinen Schwager heiratet, wer erbt dann die Grafschaft meines Vaters? Solcher Kram. Aber du musst nur wissen, wo du nachschauen musst, damit du das quasi und einmal verstanden haben, wie die Erbschaft funktioniert. Das ist echt die größte Herausforderung, ja. Okay, also das Gold gibt uns fast 5000. Geil. Langfangen. Komm, vergiss es. Gut, wie investieren wir dieses schöne Gold in Bauindustrie? So, Leute, jetzt weißt du die Poleminen bitte und schuftet dort, ihr komischen Kolonialpfeifen. Oh, Schatz. Wofür habe ich sie denn gebaut, wenn da jetzt niemand arbeitet? Langsam wird die Bevölkerung ein bisschen Thema hier bei uns, 54.000. So. Wir bauen jetzt Motoren. Färbemittel ist viel wert auch, ne? Ich glaube, später schon, ja. Das war richtig, das war bei mir richtig treuer im Einkauf, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Man könnte es auch investieren, um seine Armee ein bisschen aufzubauen, um hier und da mal ein bisschen mehr Stress machen zu können. Ist vielleicht auch gar nicht so nett, äh, schlecht. Vielleicht mal so 5.000 Mann mehr? Mach ich auch mal. Bildungsdings ist halt so erbärmlich wenig, was man da bekommt. Das lohnt sich hier jetzt nicht. Ich meine, da ist mein Papierpreis wieder durch die Decke mischiert. Wir kriegen pro Universitätsstufe zwei Punkte. Also da lohnt sich jetzt für so ein Spiel nicht zu investieren. Das könnte auch erklären, warum es uns finanziell nicht so gut geht gerade. Ja, warte mal, Lebensmittel. Ähm, stimmt. Wir wollten da irgendwas umstellen oder so. Es gibt so viel jetzt gerade zu tun. Wir brauchen dringend Papier. Backpulver. Ja. Backpulver. Gut, ich muss das mit dem, ich muss das mit dem allgemeinen Wahlrecht abbrechen. Das heißt, wir brauchen mehr Getreide. Das habe ich tatsächlich in der Revolution gewonnen, dass wir wirklich nicht das Wahlrecht geben. Das war bei mir auch so, da haben sie gar keinen Bock drauf. Muss ich abbrechen, sonst ist das... Ich war auf 97%. Die müssen wir einführen. Die wollen unbedingt die Klassenwahl behalten. Die kriegen das nicht hin, das zuzulassen. Das ist echt krass. So. Getreide ist immer noch zu hoch. Zum allgemein machen. Aber ich habe schon 200.000 Radikale wieder abgebaut. Also. Okay. So, haben wir aber, wir haben doch selbst auch schon eine Chemiefabrik schon wieder in Bau, ne? Das dauert ein bisschen noch. Erstmal die Eisenbahn in Transvaal. Ah, schaut mal, das BIP explodiert jetzt. Viehhöfe können Dünger produzieren. Warum sind denn die Industriellen gar nicht mehr in meiner Regierung? Ja, das ist gut. Aber die verbrauchen dann wieder mehr Getreide. Aber das kriegen wir ja hin. Ja, 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 jetzt kommt die große Umstellung. Vielleicht wurden sie auch abgewählt. Danach geht es bestimmt nicht, weil ich habe nur, ich habe nur 40% Akzeptanz. Okay. Ach, die sind auch wegen dem allgemeinen Wahlrecht, ah, weil sie das allgemeine Wahlrecht hassen, sind sie in die Opposition gegangen. Krass. Dünger ist jetzt zu billig. Das ist geil. So viel Ablehnung, holy shit. Dann können wir ja die Importroute gleich wieder kaputt machen. Ich meine, ich habe jetzt nur Intellektuelle in der Regierung gerade. Und aus irgendeinem Grund funktioniert das mehr oder minder. Ja, dann. Okay. Ist die Bauindustrie schon gebaut? Nee, es ist das nächste. Hätte ich wahrscheinlich vorziehen sollen, na egal. Ich glaube, allzu lange wird es nicht mehr dauern, bis die ersten Kolonialkriege ausbrechen. Ist das eine Drogen-Ranger oder was? Nein, nein, das ist jetzt nur so auf einer Art. Ich habe mich nicht gemutet. Ups. Ja, sehr schön. Ja, ich habe auch schon mal sicherheitshalber fünf weitere Bataillonen in Auftrag gegeben. Ich habe das schon mitbekommen. Ähm. Intelligent ist, wer im Frieden für den Krieg gewappnet. Okay, sind wir dabei bei Oranje? Schweden greift Liberia an. Aha. Er hat auch wirklich seine Augen überall, ne? Das ist so. Die Arme. Hast du eigentlich vorhin den Krieg gegen Dänemark mitbekommen? Das interessiert mich. Ja, habe ich mal kurz reingeguckt. Okay, gut. Ich dachte, ich wäre total intelligent und niemand hätte es mitbekommen. Aber du hast es ja schon angekündigt. Ich meinte... Ja, im Scherz natürlich, im Spaß. Haha. Im Scherz. So, Chat. Ist Oranje bereit? Ist das ausgelaufen? Waffenstillstand läuft noch bis 27. Mai. Das ist beizuwaffen. Okay. Gut, was sind jetzt unsere großen Themen? Ja, Gott. Das Porzellan-Thema Lebensmittel ist immer noch ein Thema. Ja. Die armen Liberianer waren eingelenkt. Sie haben einfach das Eisenvorkommen gesehen und wollten direkt Teil dessen werden. Außerdem, wenn meine Truppen aufmarschieren, dann kriegt man auch automatisch Angst. Die wissen selber nicht, wie sie mit den Waffen umgehen müssen, meine Soldaten. Und das kann nur gefährlich für alle werden. Ah ja. Ja. Okay, Leute, welche Technologie hilft nochmal, das nächste Kolonialamt zu bekommen? Habt ihr das auswendig? Das wäre nochmal interessant. Und wie sieht es jetzt eigentlich aus hier mit der Eisenbahn? Warum fehlen hier... Ich arbeite jetzt an Menschenrechten, Leute. Das ist ja... Das ist ja insane. Okay, Waffenstillstand ist ausgelaufen. Menschenrechte. Gucken wir uns die Geschichte jetzt. Dieses wunderschöne Wort. Das ist nicht ausgelaufen. Neun, was ist denn bei dir los? Ich hab doch gesagt, 27. Mai. Ich find das bedenklich allmählich. Zivilisierungsmission, okay. Was soll ich machen? Also Steinwein... Sieben Jahre. Tatsächlich hab ich in meinem Chat einige sehr große Steinwein-Fans, die versuchen, mir immer wieder zuzusprechen, dass ich in eine Handelsunion mit dir gehen soll, weil uns das beiden viel Profit bringen würde. Ja, meinst du? Meinst du, das sind Fans? Ich glaube, das sind eher Feinde. Die wollen mich unterminieren. Ihr steht eine Union mit Steinwallen, mit abgestimmter Produktion, bringt euch beiden den Sieg. Nachteil, die Nachricht wurde geschrieben mit einem Zwinky-Zwonky-Smiley. Deswegen bin ich mir nicht so unerwartetlich sicher. Knifflig. Ja, es gab einen Moment, wo ich es richtig gut fand, aber jetzt hat sich die Welt schon weitergedreht. Jetzt bin ich wirklich zu schwach für dich, oder was genau möchtest du mir damit suggerieren? Nicht gerade das, aber... Aber? Ja, die Dinge haben sich entwickelt. Unsere Freunde... Naja, sagen wir mal so. Goldminen gefunden. Burische Freunde in Afrika. Die Lage sind... Ach, du möchtest dein Gold nicht teilen! Und du hast auch hier... Warte mal. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wir machen jetzt mal so ein bisschen Controlling. Ich muss mal kurz pausieren. Ja. Weil... Irgendjemand muss mal was gegen den Schweden da unternehmen. Der erobert da halb Afrika. Das ist doch nicht schön. Das ist unerhört. Gott sei Dank bin ich Dänemark. Pfff! Ich könnte doch jetzt eigentlich mal einsteigen. Na ja, also das ist doch gar kein Interesse für dich. Das ist nur... Blüste. Ein bisschen Baum. Gott sei Dank bin ich Dänemark. Also, ich hätte an deiner Stelle vielleicht irgendwie stattdessen Norwegen oder Finnland gesagt. Aber... Dänemark ist mir als erstes in den Singen. Spanien! Die spanischen Freunde halten die Fahne hoch. Jawohl! Verflucht! Na gut. Ich hatte auch mit solchen Problemchen zu kämpfen. Ich brauche gar nicht so zu lachen. Wir sind friedlich. Wir führen... Ja! Und die Ashanti sind auch noch am Start. Keine Ahnung, wer die Ashanti sind. Aber sie werden... Ich auch nicht. Die haben sich gerade schon irgendwo eingemischt. Sie machen das schon richtig. Oh! Jetzt holt er die Briten rein. Bist du ihnen in den Arsch gekrochen? Hast du ihnen jetzt eine Verpflichtung gegeben? Ich habe schon sehr häufig mit denen zusammen Tee getrunken. Ja. Aha, Tee. Bin ich doch oder nicht? Wir hatten den besten Tee und wir haben gar keinen. Naja. Macht mal. Da kommen die Spanier eh nicht hin. So alles. Hoffe ich zumindest. Ja, ey. Alles gut. So. Bei mir? Was macht denn jetzt Frankreich hier? Das ist ja beschissen. Okay, das ist ein Problem. Wurde jetzt in Arakau vergolden? Aber ich glaube nicht in meiner Region. Das ist ein bisschen schade. Okay, also wir haben ein Problem mit Frankreich. In meiner auch nicht. Das ist, finde ich, ein Hohn, wenn das Spiel dir nur sagt, in dieser Region jetzt, aber nicht, ob es in deinen Gebieten in dieser Region ist. Das ist doch nicht okay. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Und ich hatte fast eine Revolution. So, jetzt haben wir das Problem. Jetzt haben wir das Problem. Jetzt haben wir das Problem. Und die Unterstützung ist mittel und alle sind beschwichtigt. Und keiner beschwert sich mehr darüber. Sie hätten es schon vor drei Jahren haben können. Ich sag's, wie es ist. Wir können jemanden reinholen. Oder hoffen, dass wir es schnell durchziehen. Da ist jemand eingeknickt gegenüber dieser erdrückenden Macht. Das Problem ist, wenn Frankreich keinen Kriegsstand, wenn die kein Kriegsziel bekommen, können wir immer noch, glaube ich, einfach aufgeben, oder? Was meint ihr? Wir haben jetzt das Gesetz, völlige Trennung. Meine Religion. Leute, natürlich kommt Frankreich nicht dahin, aber Frankreich kann unsere Hauptstadt erobern. Da geht's hin. So, sorry. Ich bin einfach nur begeistert gerade. Wir müssen doch nicht immer zehnmal. Ich weiß nicht, was du hattest, dass das so schwer sein soll mit Italien. Gratulation. Nee, ich hatte auch nichts. Mein Vorschlag war, jetzt kommen wir mal zu der Wahrheit, dass zwei Spieler in Italien sind, damit zum Beispiel auch sowas nicht passiert. Aber trotzdem, gut gemacht. Ja, das, äh, ihr habt alle Angst davor gehabt, Icarus zu sein, zu nah an der Sonne zu fliegen. Aber ich bin jetzt Papst. Ja. Wow, dieser Tonfall gerade. Ich applaudiere innerlich. Und du hast derweil irgendwie... Ist das mit Frankreich noch aktuell? Ja, ich probier mal ein bisschen was. Niederlande gegen Oranje. Aber Frankreich hat Bock, Oranje zu helfen. Das find ich interessant. Doch, ja. Ja. Na ja, ist die Frage, was Frankreich jetzt macht. Die werden Luxemburg erobern und dann? Ich bin mir nicht sicher. Also, wenn, wenn Frankreich ankommt, dann haben wir, dann haben wir es verloren, ne? Ja, eine Armee jetzt drücklassen. Das wäre dann eine von den Offensivarmeen. Bin mir nicht sicher. Na gut, das Schlimmste, was passieren kann, sie haben ja kein eigenes Kriegsziel, ist, dass wir halt Reparationen zahlen. Aber warte mal, was wir noch machen können, wir könnten hier bei der Marine. Ja? Bähden Sie, ich habe ein bisschen mehr probiert, es geht kurz. Ja? Nein. Ich muss mir nur hier dran leben, aber es geht nur hier bei einem Schmerz. so jetzt habe ich alles was mache ich jetzt am besten alle irgendwie zurück oder alle irgendwie auf reserve dann verteidigen die heimat weil die franzosen werden da nicht landen glaube ich und jetzt einfach nur däumchen drehen ja was machen die franzosen jetzt muss das hier langsam runter ticken spannender moment ok konvois werden versenkt im ärmelkanal also sie schädigen unsere wirtschaft die verlegen generäle guyana hier erobern sie wahrscheinlich gut das interessiert nicht ist völlig irrelevant für den krieg stand minus 14 pro woche wir sind bei minus 2,6 pro woche mal sehen wow wir gewinnen hier sogar was ist das ist das ein oh wir gewinnen sogar eine seeschlacht gegen die franzosen ja geil so lobe ich mir das die tapfere holländische flotte besiegt die französische flotte im ärmelkanal was nicht schlecht nicht schlecht die alte seemacht steht wieder auf so damit herrscht wieder frieden frankreich ist besiegt wow eine enttäuschung die franzosen sehr schön ranger ist einfach skandinavien sagt mein chat gerade völlig empört und wenn ich so raus scrolle dann sehe ich wie groß das ist weiß ich nicht was ich davon halte was da habe ich mich verdrückt skandinavien ist aber nicht afrika aber ziemlich oft ich klicke einfach nur durch die menüs durch guck was passiert ach na dann ich bin wieder im plus das erste mal seitdem ich kolonial eine kolonial macht geworden bin machen wir wieder gewinn ich bin zufrieden wie man funktioniert auch in die andere richtung offensichtlich ranger webert in die andere richtung der klick nur und nimmt die welt damit ein machte das was das hier für eine unverschämtheit was wollt ihr mir hier sagen also zwei groß reiche können aber schlecht existieren in europa verehrte herr weber wir sind ja so am anderen ende der welt da muss man sich doch keinen stress machen stimmt segelt man einmal zu schnell richtung afrika ist man schon vorbeigehuscht ist bis wir irgendwo uns in der mitte da treffen ich habe sie im auge mein herr ich habe sie im auge ich habe auch nur noch eins das andere habe ich mir an einem möbel stück ausgestochen das klingt sehr schmerzhaft ja es rollte auf einmal wir haben was neues erforscht ich forsche viel zu viel in den gesellschaftlichen bereichen ich muss viel mehr in der wirtschaft forschen die art und weise wie ich nahrung produziere ist mittelalterlich die art und weise wie ich nahrung produziere ist mittelalterlich die art und weise wie ich nahrung bin Okay, hier brauchen wir Blei. Blei ist tatsächlich eine Sache, die wir nicht so wirklich gut haben. Gott, jetzt kriegen wir die Lompengehalts-Subventionen nicht durch. Okay, ich habe Bauindustrie schon wieder. Was bauen wir, Leute? Was bauen wir? Blei können wir nicht bauen. Wir gucken mal ganz kurz, wie viel Eisenbahn wir benötigen. Da könnte sein, dass eine gar nicht reicht. Bauen wir mal zwei. Wie sieht es eigentlich hier aus mit der Eisenbahn? Infrastruktur plus 17, das wird irgendwann auch ein Thema werden. Bauen wir mal da aus. Okay, wir sind jetzt aber ein bisschen knapp Bürokratie mäßig. Das ist auch noch so ein Thema. Ich habe keine Bevölkerung für die Eisenbahn. Das ist aber schlecht. Dann muss ich hier, ich meinte, wir können hier auch irgendwas zumachen. Ja, ich habe keine Bevölkerung hier. Tee-Plantagen ist auch viel zu viel, viel zu groß. Jetzt haben wir wieder Bevölkerung. Wollen wir hier wirklich eine Kaserne noch haben? Wollen wir auch nicht. Hier ist anderes wichtiger. 21.000, so. Gut. 68 Prozent. Eisenbahn ist aber noch nicht gebaut. Kommt noch. Ich habe einen Handelsvertrag mit Preußen, ja. Ich kann die Bananenplantagen abbauen. Ja, gut. Erinnert mich dran. Im Moment sieht es ja wieder ganz gut aus. Früchte sind wir bei Minus. Ja, wir können hier noch ein bisschen runtergehen. Das ist okay. Ich würde nur da runtergehen, wo wir das Zeug wirklich nicht brauchen. Tuch bei Minus 26. Das brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Oder importieren wir Tuch. Uns mit Gebäuden zuzuballern. Ohne kurz bei den Erlassen rein. Gab es da nicht was? Nee. Moment. Ich habe die Gebäude ja noch gar nicht geupgradet. Huch. Hoppala. Ups. Ups. Äh. Nee. Erstmal hierhin. Wow. Getreide ist schon ein Thema. Und Freikirchen. Definitiv. Brogamer. Ach, guck mal. Wir haben hier auf einmal wieder. Bisschen Dienstleistung. Du lobst dich auch gerne selbst. Ja, klar. Ja, aber ab und dann muss man sich ja auch selber loben. Es ist fürs Wertgefühl. Es ist ja einfach auch ab und dann ist es ja vielleicht auch angemessen. Ja, das stimmt. Außerdem wären wir sonst nicht Skandinavien geworden, wenn wir nicht selber denken würden, wir wären überlegen. Das stimmt wohl. Na ja, Skandinavien ist auch überlegen. In vielen Bereichen. Ach, Quatsch. Funktionierendes Schulsystem. Ach so, jetzt. Ja, inzwischen. Ja, inzwischen. Inzwischen. Hat er gesagt, das setzt sich nicht durch. Ich dachte, wir reden über... ...über den Stand der Dinge hier. Ach so, in dem Spiel meinst du? Ja, erst recht. Im Spiel erst recht. Nur den Pragmatismus hier. Ja, ja. Wow. Ich weiß, dass ich Kohleminen verbessern kann. Das Problem ist, wir brauchen keinen Kohle. Warte ich. Außer wir importieren. Ja, doch, wir importieren. Ja, wir haben Handelshuten. Dann können wir das runternehmen. So. Über den Markt. Aber Geld mache ich wieder. Das ist sehr schön. Die Leute beschweren sich über den Unterschied in Sachen Lebensstandard, was uns und unsere Nachbarn in Preußen angeht. Das ist doch wohl nicht deren Ernst. Okay, wir werden uns jetzt einen richtigen Schub holen, indem wir Zivilisierung machen. Dann geht das hoffentlich alles ein bisschen schneller, würde ich sagen. Aber ich kriege die Gewerkschafter damit jetzt höher. Gut. Gehen wir mal weiter im Gebäude durch. Werkzeugfabrik. Stahl ist ein Thema. Wir haben kein Stahlwerk, ne? Wir haben auch tendenziell zu wenig Menschen. Aber ein Stahlwerk muss irgendwie schon sein. Oh, Klipper ist auch noch ein großes Thema. Kannst du nicht noch eine rausnehmen? Kannst du nicht noch eine rausnehmen? Das ist ja scheiße. Kann ich irgendeiner Gruppe an Personen einfach sagen, dass sie kein Anrecht haben, meiner Partei beizutreten? Nee, ne? Ich glaube, so funktioniert Demokratie nicht. Ich finde es schön, wie du allmählich so ein bisschen zweifelst an deinen eigenen weltverbesserischen Bestrebungen, Pia. Ja, Laissez-Faire ist auch eine super Sache, ihr habt recht. Ziehen wir durch. Einfach gar keine Umbildung machen und so lassen wie es ist. Aber ich will die Gewerkschafter ja in der Partei, also haben. Da soll es ja hin. Nur wenn ich die Gewerkschafter in der Partei habe, habe ich eine reale Chance, um diverse Gesetze voranzubringen, was meine Arbeitsrechte angeht. Dann gewinnt die Revolution. Hallo? Also so motiviert bin ich jetzt auch nicht. Ja, ein bisschen Verrufenheit. Können wir jetzt schon mal haben, ne? Wenn wir vielleicht doch irgendwann die Portugiesen mal angreifen. Wenn ich in meinem Land garantierte Freiheitsrechte umsetzen möchte, ich lese einmal vor, das staatliche Amt für Inneres konzentriert sich nur darauf, sich um die Anliegen der Bürger zu kümmern und darf nicht ohne triftigen Grund gegen sie ermitteln oder sie festnehmen. Radikalisieren sich meine Streitkräfte vollkommen. Das Problem ist wieder Frankreich, ne? Wie? Okay, wir haben ja 50 Bau-Sekte minus 3000. Das ist jetzt okay, wie ich sagen. Sie sind halt nicht damit einverstanden. Das ist so crazy. Bleiben wir mal weiter bei der Wirtschaft, ne? Was ist jetzt wichtig? Lebensmittel ist immer noch ein Thema. Zentralbanken ist gut. Lebensmittel ist immer noch ein Riesenthema. Müssen wir ran. Technologisch können wir noch nichts mehr machen. Aber wir bauen ja jetzt wirklich schnell. Klipper ist auch immer noch ein Thema, aber die Werften haben wir schon in Auftrag gegeben. Okay, so weit. Stahl. Stahlwerke sind in Arbeit. Bei mir musste ich leider feststellen, dass die ganzen Italiener, die sich jetzt mir angeschlossen haben, massiv über ihre Verhältnisse gelebt haben. Und ich musste erst mal so ein bisschen ein radikales Austeritätsprogramm einführen, um hier den Staatshaushalt zu sanieren. Aber ich glaube, wir kriegen es jetzt hin. Auch wenn es den Großteil unserer Goldreserven auch... Wir finanzieren das mit Waffenproduktion. Das finde ich, ist eine gute Sache. Importieren wir. Kleidung ist ein Thema. Kleidungsfabriken. Das klingt sehr gut, ja. Auf jeden Fall. Waffenproduktion macht die Welt immer besser. Waffenexport, das kann ich noch machen. Ich habe schon überlegt, was ich noch tun könnte. Waffenexport. Ja, das ist eine gute Waffe. Oh, das gibt mir nicht so viel Geld. Waffen. Das gibt mir auch kein Geld. Stichwort Waffen, ja. Wieso ist das denn so schlecht? Warum sind die teuer? 19, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen. Glattroche. Ich habe gedacht, dass ich damit reich werde. Es gibt mehr Artillerie. Nee, ist auch nicht gut. Warum bauen wir noch ein bisschen aus? Doch nicht reich. Bau, Bau, Bau. Ohne Ende erst mal Aufträge rausgehauen. Ist doch gut. So, gibt es noch irgendwie einen Bereich, wo wir vielleicht einen Export machen können, der sich lohnt? Vielleicht bei Munition. Gold in Nordkap. Hä? Nordkap? Bitte, was ist das für ein Beschwun? Ach so, das ist nicht das Nordkap in Norwegen. Ich wollte mich schon aufregen, dass Ranger irgendwie Gold in der Rache schoben kriegt. Das wäre so schön jetzt gerade. Das könnte ich so gut gebrauchen. Auch so ein Satz, den man irgendwie immer sagen kann, ne? Gold wäre jetzt so schön gerade. Das könnte ich so gut gebrauchen. Okay, Leute, wir kolonisieren jetzt so vor sich hin. Der Markt ist übersättigt von italienischen Billigwaffen. Das stimmt gar nicht. Meine Waffen werden hier gebraucht. Man könnte halt nebenbei jetzt Kriege führen. Und die sind hochwertig. Das ist das Einzige, was mir noch einfällt. Die sind hochwertig, ganz bestimmt. Wichtig ist Zivilisierungsmissionen. Echte italienische Qualitätshandarbeit. Portugal ist halt so ein Opfer. Ihr unverschämten Banausen. Das Problem ist, wie der Frankreich. Die können sich mal wieder einmischen. Und Portugal wird länger Stammteil angezweifelt wird. Nordkap ist auf meinem Staatsgebiet. Nee. Glaube ich nicht. Das ist hier in der Kap-Kolonie. Da ist Nordkap. Aber hier gibt es auch Goldfälle tatsächlich. Leider dauert das noch einen Augenblick. Ihr werdet es kriegen. Frankreich hat keine Grenze. Nee, warte mal. Wenn wir mit Portugal im Krieg sind, dann kann Frankreich ganz einfach hier nach Portugal fahren. Was habt ihr immer mit eurer Grenze? Ich würde gerne irgendwie ein zusammenhängendes Kolonialgebiet haben, damit die Schrift Niederlande immer größer wird. Das ist der eigentliche Zweck dieses Abends. Ich will nicht sonst wo erobern. Leute, das müsst ihr verstehen. Die Kolonie in Namibia braucht so lange, weil es schwere Malaria dort gibt. Das geht erst schneller, wenn wir diese Technologie haben. Madagaskar ist natürlich nett. Das Problem an Madagaskar ist, dass sie 58 Bataillone haben und das mit einer Landungsoperation schwierig werden könnte. So, Matabele kann man nicht angreifen. Ist ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt hier bei den ganz vielen Vorschlägen immer die Basics erkläre. Man kann nur ausgemalte Länder angreifen. Das andere ist nur Kolonialgebiet. Und da sind wir schon dabei. Beziehungsweise Matabele hat auch die schwere Malaria. Sonst würde ich es schon machen. Ja, das ist Großbritannien, Kap Kolonie. Das geht gar nicht. So. Das Problem ist Portugal. Ich sag mal, wenn die Frankreich reinholen, dann ist es ein bisschen blöde, weil dann müssen wir richtig viel zahlen. Großbritannien möchte einen Verteidigungspakt mit mir haben. Na, ich weiß ja nicht. Oh, das ist Rang 1. Ich glaube, mit Großbritannien gut zu stehen, ist nicht das Verkehrteste auf der Welt. In der Tat. Gerade in dieser historischen Epoche, in der wir uns befinden. Gibt es einen Friedensvertrag? Die guten alten Briten haben wir schon häufig in diesem Spielstand aus der Patsche geholfen. Ja, ich bin auch ehrlich gesagt, der begeistert, darüber, dass die bei mir angefragt haben. Ist das so, dass sie nicht eingreifen können mit einem Waffenschildstand? Ich weiß gar nicht, warum. Ach, wir haben freundliche Beziehungen. Ist das wirklich so? Okay. Klar muss ich nur Portugal zahlen, aber Portugal zahlen ist halt auch viel teurer, als hier irgendwie so ein Miniland zu zahlen. Sie können, sagt Dean Mosley. Glaube ich nämlich auch. Das ist richtig süß. Wenn England euch einlädt, in die Zollunion zu kommen, würdet ihr das machen? Oh, tja, kann sich lohnen. Hat Vor- und Nachteile. Ich habe halt mega Angst, dass es mir super krass die Wirtschaft zerschießt, wenn ich das mache. Aber gleichzeitig habe ich auch irgendwie die Hoffnung, dass ich vielleicht dann Zugriff auf Produkte bekomme, billiger, die ich jetzt nicht habe. Kannst du dir den Markt ja anschauen, ne? Wenn du auf Großbritannien klickst, siehst du Land auf dem Markt britisch und dann siehst du, was die haben. Die haben zum Beispiel sehr viel Papier, Getreide, Werkzeuge, Holz. Ah, ich kann mir das hier alles angucken. Färbemittel haben die ziemlich viel zum Beispiel. Ja, ich will nicht, dass die viel Färbemittel haben, weil damit verdiene ich auch Geld. Ja, das Problem ist, wenn Maurice mit einsteigt, haben wir ein echtes Problem. Sie brauchen Kleidung, Möbel, Alkohol, Geistungen, Kunstwerke. Wir haben keine Verbündeten, das ist echtes Problem. Wir haben keine Großmachtsverbündeten. Ich weiß wahrscheinlich, nee, warte mal, das ist nicht der Marktpreis. Also, Saldo oder Marktpreis, kannst du, wenn du es umgekehrt sortierst, siehst du, was bei ihnen fehlt. Ah, da siehst du, sie suchen Tuch, Getreide, Werkzeug, ah, I see. Nee, nee, das ist, was sie im Überfluss haben. Das ist bei Plus. Ach, das ist andersrum. Und wenn du es umgekehrt, wenn du es bei Minus, Möbel, ach so, okay, weil es hellblau war, war ich verwirrt gerade. Das heißt, ich könnte da halt mit Kleidung und so weiter schon ordentlich reinknallen, ne? Ja, ich probiere es. Geben wir das Risiko ein, schauen wir mal, was es tut. So, sorry, dann habe ich die Pause wieder aufgelöst. Nee, Leute, das ist mir, glaube ich, zu riskant, um ehrlich zu sein. Das ist mir zu riskant. Ich erobere nicht Portugal. So, allmählich wird bei mir auch etwas saniert, die... Ich habe auch ganz vergessen, dass ich ja diese neuen italienischen Länder noch inkorporieren muss. Das sind ja noch irgendwelche komischen Barbarenstaaten jetzt quasi, bis sie in meine Umarmung kommen. Kleine Staaten anzugreifen ist doch das gleiche Thema. Da gibt es immer die Einmischung. Ist doch nicht lohnenswert, oder? Und ich will ein zusammenhängendes Kolonialgebiet, deswegen will ich da oben nicht angreifen. Finde ich nicht gut. Bin ich kein Freund von. Warum ist Munition... Wir könnten die Handelsroute abbrechen, dann ist Munition wieder billig. Ich meinte, wir verdienen auch ein bisschen Exportzoll. Ja, lassen wir das mal. Handfeuerwaffen. Oh, Großbritannien und Frankreich belegen sich gegenseitig mit Embargos. Da braut sich sicher nichts Fragwürdiges in der Welt zusammen. Okay. Das wird schon alles gut so sein. Bei Handfeuerwaffen können wir nachlegen. Bestimmt. Alles. Easy. Aber die machen keine Gewinne. Warum? Die haben keine Leute mehr? Es bietet sich gerade so gut an, dass ich gerade eben erst meine Glasproduktion gestartet habe. Das ist schlecht. Können wir irgendwas dagegen tun? Ja, Straßenbahn. Ähm, in einer Handelsunion bin, in der Glas ganz dringend gebraucht wird. Faktisch. Du hast dich also entschieden, den englischen Vorschlag anzunehmen. Ja. Ich bin noch nicht ganz begeistert damit, weil ich mache gerade Minus. Mhm. Ähm. Aber ich muss mich, glaube ich, auch erst mal an den Markt jetzt anpassen. Man könnte irgendwas zurückbauen. Ich sehe im Moment nicht. Ich sehe im Moment nicht, wo wir jetzt hier Manpower sparen können. Sich zu etablieren. Bausektor, das gibt es auch nichts, ne? Hm, das ist schlecht. Warum gibt es eigentlich noch 52 Subsistenz? Ah, nee, es ist ungenutzt. Ähm. Was ist hier los? So, tonische Secession. Zehn Prozent. Ist ja ein Ding. Was weiß, ja? Politische. Hm. Portemonnaie 2400. Äh. Zwei Jahre. Ja, zahlen wir das. Kein Problem. Okay, wo ist hier eine Sezessionsbewegung? Was ist da los? Da gibt es Stress da unten. Was können wir dagegen machen? Sezessionen wachsen. Können wir mit Autorität davor gehen? Ach so, wegen der hohen Spannung, glaube ich, ne? Grünes Land haben wir aktiviert, ja. Das ist so. Hm. Da unten könnte es zu einem kleinen Konflikt kommen. Das wäre unglücklich, wenn sich da irgendjemand einmischt. Aber wo sehe ich, wo das genau ist? Das ist ja irgendwie ein bisschen nervig. So tonische Pops. Aha. Darum geht es. Ja, der Aufruhr ist zu groß. Puh. Blöd. Blöd wäre, wenn sich jetzt da irgendwas einmischt. Ähm. Ach so, ich brauche die Malaria-Vorsorge. Ah ja, okay. Alles klar. Hm. Na gut, immerhin kann ich Kolonialamt ausbauen. Stimmt. Malaria-Vorsorge. Ah, okay. Das wird man heute nicht mehr bekommen. Ihr habt recht. So, äh, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ich gegen diese tonische Secession jetzt tun kann. Da wird es gleich, glaube ich, zum Konflikt kommen. Äh. Tja. Das ganze Ding wird... Oh Gott. Ja. Na ja. Zermalen wir die mal. Die Niederlande haben mal wieder einen Aufstand am Hals, wie ich sehe. Das ist der erste Aufstand. Nicht wieder mal. Irgendwie sind die Leute nicht so der Meinung, dass du ihnen den Segen bringst. Steinwallen, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Findest du? Ah, Entschuldige, ich konnte gar nicht... Du hast mich nicht gehört. Das ist der erste Aufstand. Nicht wieder mal. Jetzt wollen wir mal bei den Fakten bleiben. Wenn man jetzt die Leute, also die sich gegen deine Herrschaft gestellt haben, die du in einem Invasionskrieg platt gemacht hast, nicht zählt. Vielleicht. Das war kein Aufstand. Ja. Das war nur Widerstand. Okay. Formell gesehen magst du in dieser Sache recht haben. Ganz streng formell gesehen. Gibt so ein bisschen Auf und Ab, das gehört dazu im Leben. Wow. Ich finde das sehr gut. Du trägst heute, finde ich, sehr viel zur Entzauberung des Mythos vom edlen Steinwallen bei. Den ich immer noch für eine Unverschämtheit halte, dass der überhaupt existiert. Nach all den Ränkespielen. Leute, ich habe jetzt ganz viel Zuwanderung in meinem Land. Es ist wundervoll. Ich bin sehr glücklich. Ja. Das ist gut. Ich habe ganz viel Zuwanderung in dem Land, was unter anderem daran liegt, dass ich gerade erfolgreich den Multikulturalismus freigeschalten habe. Also, das heißt, in meinem Land gibt es eine völlige Trennung zwischen Religion und Staat und keine Kulturen und Religionen werden diskriminiert. Ja, da rennen sie dir die Bude ein. Das schaffen wir nicht mal heutzutage. Da wollte ich auch hin, aber wenn ich die Intellektuellen in meine Regierung nehme, ist die so illegitim, dass sie keine Gesetze mehr verabschieden kann. Ich habe noch zwei Truppen in der Serbe, das ist aber egal. Meine Regierung besteht nur aus Intellektuellen. Ich hoffe, Frankreich geht nicht rein. Die katholische Kirche ist bei mir mittlerweile auf 9,2 Prozent runter. Ich bin ja Papst, Pia. Das kann ich ja jetzt nicht ganz gut heißen, was du da tust. Ey, ich finde es mega gut. Ich habe die katholische Kirche von 24 Prozent auf 9 runter. Ziel ist die unter 5-Marke. Bitte, 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 bitte. Hm. Bei mir wird jetzt schon im Chat gefragt, wo kann ich in Pias Utopia einwandern? Nee, ihr sollt in meine Kolonien kommen und in den Bergwerken schuften, ihr Pfeißen. Was soll das denn alles hier? Okay, sie sind nicht drin, dann sollte das ein schneller Sieg sein. Meine Radikalität geht runter, mein Bevölkerungswachstum geht hoch, mein BIP geht hoch. Der hatte gerade einen kleinen Sturz, seitdem ich in England drin bin. Keine Schachzüge, die könnten von selbst reingehen, aber das machen sie auch mal. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem aussteigen müssen, wieder aus der Zollunion, weil ich keinen kompletten Marktzugriff habe, was aber nicht an ... Doch, es liegt an mir. Es liegt an Wallonien. Ich habe gelogen, Wallonien hat nicht genügend Infrastruktur. Ja, da helfen mir ein paar Eisenbahnen. Auf jeden Fall. Ich baue ja die Maschinen dafür auch selber, also ... Ja, ich auch inzwischen. Funktioniert das? Ganz gut. Bitte? Ja. Ich auch inzwischen. Die Gleise werden jetzt schon befahren. Und zwar mit Kohle auch betrieben, nicht mit Handbetrieb. Die müssen nicht mehr geschoben werden? Ja, genau. Das ist ja großartig. Der Fortschritt lässt sich eben nicht aufhalten. Leute, ich greife nicht Belgien an. Hör doch mal auf. Ich habe es von Anfang an gesagt, ich werde hier keine Kriege in Europa führen. Ihr braucht da nicht rummerven. Es kann sein, dass Skandinavien gerade ein wenig am Schwimmen ist, aber ich will jetzt nicht zu negativ in die Zukunft fliegen. Warum? Was passiert in Skandinavien? Also, wir haben vielleicht temporär dem Geld den Wert abgesprochen. Oh. Aber irgendwie sehen das die Märkte nicht so. Warte, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ganz viel Minus angehäuft. Ah. Das wusste ich, dass dieser Lebensstil auf Pump finanziert wurde. Natürlich. Unglaublich. Ja, das gibt es bei uns nicht. Ich war noch nicht einmal im... Ich habe noch nicht einmal negative Goldreserven. Du hast 3,74 Milliarden Schulden. Sind das Milliarden oder Millionen? Ich? Millionen. Trotzdem nicht ganz so optimal, ne? Nee, nicht so. 3,75 tut schon weh, aber kann man machen. Also, so schlimm finde ich es noch nicht. Eben. Jeder Staat hat Schulden. Das gehört dazu. Wo sind denn deine Schulden? Ach, einfach... Du musst rechte Maustaste draufklicken. Schulden übernehmen. Und bevor du Ja drückst, nur mal warten, wie viel mehr. Ja drücken. Bitte nicht. Ja drücken. Ja drücken. Ich kenne mich. Da klicke ich nicht mal in die Nähe dieses Buttons. Das gibt einen besonderen Bonus. Ich weiß, was passiert, wenn Buttons und ich, die suboptimal sind, zusammentreffen. Stimmt. Du bist eh der Herr Weber-Meister. Ja, das wollen wir... Es wäre das Gegenteil von Webern. Klicken, um was kaputt zu machen. Aber ich gehe nicht mal in die Nähe von dem Knopf, diese Schulden zu übernehmen. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Da passiert nur Gutes, wenn du da drauf drückst. Wirklich. Versprochen. Ich könnte es nicht mal, aber... Ja, jetzt auf einmal so kommen. Ja, nee, nee. So, wir sind bei 20 Uhr. Wollen wir eine Viertelstunde Pause noch mal machen? Bevor wir zum Endspurt spielen? Es geht schnell heute. Also, ich bräuchte nur 5 Minuten. Ich bräuchte nicht mehr, aber ich schließe mich an, bei was auch immer ihr braucht. Ich bräuchte sonst auch nur 5, aber ich wollte denjenigen, die vielleicht mehr brauchen, das anbieten. 5 reicht mir auch völlig, ja. Mir reichen auch 5. Ja, noch besser. Dann ist pausiert. Liebe Leute, bis gleich. Perfekt. Okay. Bis gleich. So. Hm. Jo. Wie? Okay. Also, ich habe mir ein bisschen mehr Tempo bei der Kolonialisierung gewünscht. Ich meine, hier oben sind wir ein bisschen gewachsen. Hier wachsen wir auch ein bisschen. Aber so richtig toll geht das nicht voran. Wenn wir Zivilisierungsmissionen haben, kriegen wir immer nochmal eine Investition in Kolonialamt. Das ist auch nochmal gut. Das bringt auch nochmal ein bisschen Tempo. Aber so richtig eindrucksvoll wird es erst mit Portugal, ne? Äh, diese Nummer. Und ich meinte, was man machen könnte, ist noch ein bisschen die Armee aufbauen. Das würde schon gehen. Wobei wir echt ein Bevölkerungsproblem haben. 21.000. 21.000. Na gut, da kann man hier und da sicher noch was drehen, ne? Ah, hier geht es auch schon wieder los. Ai, ai, ai. Äh. Madag... Mh, ja, in den Kolonien, da haben wir auch nicht so viel Manpower, oder? Hier haben wir... Oh doch, hier haben wir 66.000. Ja, das stimmt. Da könnte man Kasernen ausbauen. Das ist richtig. Mh... Madagaskar ist das Problem, dass wir da halt diese Landung machen müssen. Wir haben... Was ist mit ihm? Die müssen wir noch befördern, ne? Wir haben 25 Flottillen. Weiß nicht, ob das reichen wird. Gut, die sind technologisch... Aber ne, die werden 59 Bataillone haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Äh, können wir hier diplomatisch jetzt schon gar nichts machen mehr? Haben wir schon wieder zu gute Beziehung? Wir müssen dann doch beschädigen hier. Ja, ich werde auf jeden Fall Kasernen hier bauen. Das ist eine gute Idee. Können wir gleich mal in Auftrag geben. Machen wir mal 6 noch dazu. Goldreserven sehen ja gut aus. Wir sind zwar jetzt ein bisschen fett im Minus. Aber okay. Mal gucken. Das wird sich dann wieder ändern, wenn wir das zurückerobert haben. Das hat sicher auch Auswirkungen. Der ganze Markt ist natürlich jetzt hier ziemlich durcheinander. Was ist hier mit den Spannungen? Bei wem haben wir Spannungen? Warum zeigt er mir das nicht an? Was ist mit Zahner? Ah, okay. Weil wir hier kolonisieren. Da kann es dann auch irgendwann Stress geben, wenn man zu schnell kolonisiert. Naja, gut. Ja, Leute. Also nochmal zur Kritik, sich gegenseitig anzugreifen. Was bringt es diesem Spiel, wenn ich jetzt Belgien erupe? Ich meine mal abgesehen davon, dass sie jetzt von Großbritannien geschützt sind. Was haben wir da an Dynamik gewonnen? Gar nichts. Also ich sag mal, in dieser ganzen Phase vorher, dann wäre jetzt Pia raus. Toll. Dann hätte ich halt weiter gesiedelt. Das hätte überhaupt... Es hat doch keine Dynamik gebracht. Ruhm und Ehre. Ne, das ist keine Ruhm und Ehre. Es gibt, Leute, das ist auch nicht so streng hier auf wer gewinnt oder so. Es gibt kein Ranking. Es geht einfach nur, man spielt und mal gucken, was passiert. Das mit Portugal können wir ab einem bestimmten Punkt probieren. Gut ist, dass sie noch eine Verpflichtung den Briten gegenüber haben. Das heißt, die werden sich nicht einmischen. Das wäre halt dann entweder Maurice oder halt Großbritannien. Ja. Das Problem ist, ich bin außenpolitisch ziemlich isoliert. Ich wüsste nicht, wer mir hier helfen könnte. So, ich bin bereits wieder zurück. Eine Minute vorher sogar. Wie ein Held. Pünktlich wie die Maurer. Ich bin auch wieder da. Ja, ja. Ich war gar nicht weg. So was. Ich bin auch wieder da. Dann lasst uns doch mal kurz einen letzten Überblick gehen, mit welcher Konstellation wir ins Finale gehen. Ich bin nun das mächtige Italien. Die Toskana einzig ist das gallische Dorf, das sich mir noch widersetzt. Sondern mögen die mich voll. Deswegen kann ich nicht ganz so leicht sagen, ich baller da jetzt einfach rein. Und es gibt diesen Schandfleck, dass natürlich Corsica den Franzosen anheim ist. Obwohl es eindeutig geografisch zu mir gehört hier. Äh. Aber meine Kolonien, denen geht es ganz gut. Es ist alles eigentlich ganz okay. Allmählich reisen da auch mal Leute hin. Ich finde das nicht schlecht. Wo sind denn deine Kolonien? Ich sehe sie gar nicht. Ja. Vielleicht musst du sie die dann finden. Wow. Ja. So eine Lupe habe ich noch nicht erfunden bei uns. Technologisch sind wir noch nicht so weit. Mach doch mal weiter. Wie geht es den Niederlanden? Ich sehe, ihr seid ganz gut am Start. Ja, es gibt einen kleinen Aufstand da unten. Wenn man den sich jetzt mal wegdenkt, dann sieht es gut aus. Vor allem ist es gerade ein bisschen, also wir werden da gewinnen, das ist klar. Aber es sind unsere großen Goldfelder. Die sind gerade in der Hand der Rebellen. Oh. Und die bringen tatsächlich so 5.000, 6.000 bringen die schon die Woche. Das ist schon eine kleine hilfreiche Unterstützung. Ja, so sieht es aus. Und wie läuft es mit in Kelebes und so, wo du und Ranger so ein bisschen beide die Idee hattet? Ähm, da... Niederländisch-Indien und hier ist Skandinavien, wie ich sehe. Bereits sogar inkorporiert schon. Genau. Da sind wir beide irgendwie dabei. Und noch ist da offenes Land. Noch gibt es da keinen Stress. Aber ich weiß nicht, wie Ranger das sieht. War keine Zeiten. Ja. Irgendwann wird der Stress noch schon kommen. Aber Ranger ist ja kurz vorm Bankrott, oder was? Ranger schwer verschuldet. Ja. Ja, also irgendwie nachdem... Er hat halt tatsächlich sich hier immerhin, ne, Skandinavien komplett vereint und dann alles in den Ruin gestürzt. Ja, der ist sicher begeistert. Der Oskar, der war da irgendwie nicht so helle drauf, was die Marktwirtschaft angeht, und hat gedacht, wir packen einfach das Land zusammen, da wird schon nichts Schlimmes passieren. Und als seine Berater gesagt haben, nein, denk an das Geld. Und wenn du ganz unterschiedliche Volkswirtschaften zusammenpackst, dann kann da was. Und dann hat er sich aber schon die Ohren, die Hände in die Ohren gesteckt und gesagt, la la la, und hat einfach dann Skandinavien gegründet. Und seitdem haben wir rote Zahlen. Und die roten Zahlen sind so tiefrot, dass ich weinen muss, wenn ich sie angucke. Aber sonst geht es eigentlich allen gut. Ich weiß nicht, was meine Kolonien machen seitdem. Und bist du denn schon jetzt vor der komplett, wie heißen das, vor dem Bankrott, Staatsbankrott? Ach, Bankrott ist so ein hartes Wort. Ich würde eher sagen, wir machen negativen Gewinn. Und bei dem sind wir ganz hoch mit dabei, aber es dauert noch ein bisschen, bis wir Bankrott sind. Okay. Gut. Sehr gut, sehr gut. Und Pia, wie geht es dem demokratischen Utopia? Richtig gut. Also das Einzige, was ich im Überlegen bin, ist tatsächlich aus der Zolluni und wieder auszusteigen. Weil die mir leider einfach... Also sie ist jetzt nicht schlimm, aber sie bringt mir auch viel weniger, als ich gehofft habe. Und deswegen bin ich im Überlegen zu sagen, okay, ich mach doch mal ein eigenes Ding. Oder such mir einen anderen Markt. Mir geht es echt gut. Ich bin eigentlich ganz glücklich, wie gut es da rangeht mit Kongo. Dafür, dass ich ja auch irgendwie zwei Stunden später erst zu meiner ersten Kolonie kam. Ich habe bald den ganzen Kongo. Und abseits davon, ja, also die katholische Kirche ist auf 9,1 Prozent weiter sinkend. Wie geht es den Leuten im Kongo so? Ich habe immer so gefragt. Also den Kongo, den sehe ich zumindest auf der Karte. Das ist nicht so die Haltfrage. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Den Kongo, den sehe ich zumindest schon auf der Karte. Ja, ja, wenn der in 89 Tagen ist auch das nächste Gebiet dabei und in 1773 dann alles. Dann ist der ganze Kongo bei mir. Das macht mich sehr glücklich. Wie geht es den Leuten dort? Sie sind verarmt. Kann ja mal passieren. Also das ist, das ist, die Minimalerwartung ist bei 100 4,8 und wir sind bei 11,8. Also das ist finde ich okay. Dafür geht es meiner Bevölkerung richtig, also meiner Bevölkerung in Belgien ganz gut. Wohlhabende sind bei 27,3 und Mittelschicht ist bei 21,4. Also wir arbeiten daran. Ja. Ach, jetzt sehe ich auch Italien. Südamerika ist ein bisschen außerhalb meiner Perspektive. Ja, ich gebe auch zu, es hat noch nicht ganz den Profit abgeworfen, den ich mir davon erhofft hatte, die Leute dort zu knechten. Wir arbeiten dran. Ja, das ist ja das Problem an der Kolonie. Sie bringen erst irgendwie in 50 Jahren Profit. Hier geht es ja eher um die große Schrift des eigenen Landes auf der Karte, finde ich. Ich finde, das ist der Maßstab des Erfolges. Dann können wir von mir aus weitermachen, oder? Machen wir es weiter und hoffen, dass wir Goldminen finden. Ab geht's. Kann man eigentlich irgendwas Spezielles tun, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man Goldminen findet? Oder muss man einfach geduldig sein? Es gibt Forschung dafür. Ja, aber das erhöht halt nur die Entdeckungswahrscheinlichkeit dort, wo Rohstoffe entdeckt werden können. Und ich weiß nicht, wo du bist, ob da überhaupt Rohstoffe entdeckt werden können. Ich habe auf jeden Fall Gebiete, wo Rohstoffe entdeckt werden können. Ich habe die Anzeige dafür. Ah, okay. Aber ich habe leider noch nichts entdeckt. Also... Leute. Ich habe das gerade vorhin irgendwo gesehen. Ich habe das gerade vorhin irgendwo gesehen. Chat, weil jetzt hier schon wieder ganz viele Vorschläge kommen. Ja, auch in dem Gebiet, in dem ich schon bin, steht entdeckbare Ressourcen. Bündnisse irgendwie mit Österreich oder Russland hier in Afrika. Die haben dort ja keine Interessen erklärt. Meines Erachtens können wir dann nicht irgendwelche Länder dort in den Krieg holen, oder? Korrigiert mich gerne. Und Bündnisse ist sowieso super schwer zu bekommen. Das ist alles... Die sind einfach... Es gibt ja überhaupt keine gemeinsamen Interessen. Bündnisbilden minus 150 undenkbar. Und ich wiederhole nochmal. Ich möchte nichts erobern, was jenseits dieses Gebietes liegt, in dem ich jetzt bin. Ich möchte eine große Schrift Niederlande haben und der Oman nützt mir gar nichts. Das ist das Ziel. Und was soll jetzt Pia mir helfen bei irgendwelchen Kriegen? Also ich sehe das jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja, Oman ist da. Okay, ich hätte an den Oman gedacht, ja. Okay. Da ist noch so ein kleiner Landzipfel. Mhm. Es ist unangenehm, wenn das Hauptland sonst wo entfernt ist, da Krieg zu führen. Ist nicht so schön. Muss man möglicherweise da hinten noch hin irgendwie anlanden. Genau, Lockenknopf sagt, dass die Bündnisse helfen im Heimatland. Das ist das Problem. Hier helfen halt nur Bündnisse mit Großbritannien. Meine Bevölkerung will es auch wirklich wissen, ne? Oder Frankreich. Die Kleinbürger und die katholische Kirche wollen unbedingt die Rassentrennung wiederherstellen. Ich kolonisiere noch außerhalb des Gebiets vom Kap. Was willst du mit... Was ist jetzt? Okay, die Sache ist jetzt erstmal wieder durch. Das sieht doch schon viel besser aus. Unsere Bilanz ist damit ganz gut. Äh, Leute, es gibt kein richtiges Ranking. Ihr braucht nicht fragen, wer führt. Die sind einfach mit deiner utopischen Vision, Pia, noch nicht so an Bord. Ja, was soll ich sagen? Frauen haben doch eh keine Rechte. Sie sollen sich nicht beschweren. Es könnte schlimmer sein. So, wir brauchen hier die Eisenbahn. Reicht das immer noch nicht? Jetzt wird das gebaut. Aber wir geben immer... 16 und 24, doch. Jetzt ist alles wieder da. Okay, gut. Ach Gott, ey, das kriegt man Zahnschmerzen wirklich bei. Ach man, wie läuft's denn bei euch finanziell? Gut. Best Lust. 15.000. Alles gut. Geld und Macht, Ranger. Ja, manchmal muss man auch einfach das Glück der anderen aufsaugen und dann fühlt man sich selber auch viel besser. Kooperieren, dasselbe Thema. So, wie kann ich denn der Zollunion wieder austreten, wenn ich ihn nicht mehr möchte? Eisenbahn. Ah, Nord Borneo schon wieder. Weißt gar nicht, was so einfach geht, ehrlich gesagt. Ich hab's irgendwo gesehen. Aber ich hab's irgendwo gesehen, sag ich irgendwie öfter. Warte mal. Ist aber auch das Motto dieses Spiels so ein bisschen. Warum kommen wir hier nicht voran mit der Eisenbahn? Was ist das Problem? Ah, zu den Details. Die Motoren sind zu teuer? Zu den Details. Das glaube ich nicht. Nee. Ja, die sind teuer. Jetzt sind sie wieder billig. Unter Diplomatie, sagt mein Chat. Die kommen da nicht hin, aber weil sie nicht hinkommen, sind sie teuer. Interessant. Russlands Haltung zu mir ist Kriegslüstung. Die können keine Kapitalisten einstellen. Sicher, da wird sich absolut nichts Negatives draus ergeben. Warum auch? Ach, die haben die Subventionen rausgenommen. Alles klar. Ja, dann ist klar. Schon gut, Leute. Das hab ich nicht gesehen. Ein Subventionist. Zar Nikolai Romanov ist das, was man einen lupenreinen Demokraten nennt. So, dann werden wir, glaube ich, hier das Problem gleich wieder lösen. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Jetzt müsste die Beschäftigung reinlaufen. Wir haben es gefunden. Dankeschön, Chat. Genau, jetzt ist alles wieder gut. Wobei, dass Motoren so teuer sind, verwundert mich aber dennoch. Das dürfte eigentlich nicht so sein. Und Kohle auch nicht. Was ist da los? Sind wir jetzt so weit expandiert? So, ich hätte, ich könnte auch den Niederlanden beitreten in deiner Zollunion. Das wird mir angeboten. Aber du möchtest, magst Luxemburg nicht, ne? Dann lass ich das lieber. Ja, wer weiß. Du bringst mir alles durcheinander. Genau nicht, dass ich mit denen noch mehr reden müsste. Ich weiß auch nicht. So. Wir haben jetzt Menschenrechte. Ich habe irgendwie die falschen Ziele für heute angesetzt, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, du hast das Briefing nicht so ganz gelesen. Doch, ich habe das Briefing gelesen, aber ich war irgendwie davon überzeugt, dass ich das parallel schaffe. Und dann hast du dich gegen das Briefing entschieden. Nein, ich habe mich nicht gegen das Briefing entschieden. Ted, ich finde schon, dass Pia sich gegen das Briefing entschieden hat, oder? Ja, definitiv. Sich auch so. Das ist halt, weil sie halt immer dagegen sein muss. Erst ist sie gegen das Zocken, jetzt ist sie gegen Kolonialismus. Ich bin nicht gegen Kolonialismus. Ich habe einfach zwei Stunden länger gebraucht, um mit meinem Kolonialismus starten zu können. Das war auch keine Absicht. Ich hatte einfach eine schwierige innenpolitische Situation. Und ich musste erst die innenpolitische Situation lösen, damit ich dann... Also, warum rechtfertige ich mich hier überhaupt? Das ist so wie in der Schule... Ich bin nicht gegen Kolonialismus. Das war mein Lieblingssatz des Abends. Das ist so wie in der Schule, Aufgabenstellung nicht gelesen. Ich habe meine Aufgaben... Wow! Ich habe auch den Eindruck. Es gibt auch diese Leute, die glauben, sie sind so ein bisschen was Besseres. Die Aufgaben sind für andere, nicht für mich. Klassiker, kennt man ja. Ich lasse mich hier gar nicht provozieren. Okay. Ich habe einen eigenen, super stabilen Markt. Und Menschenrechte. Ich muss meinen ganzen Markt jetzt wieder reparieren, ey. Das kann ich so gut nachvollziehen. Ich denke, er ist super stabil. Ja, ich bin gerade wieder raus aus der Zollunion. Und dadurch sind ja meine ganzen Handelspartner, die ich hatte, sind ja alle zerfallen. Also meine Importsachen. Und ich muss die einmal wieder herstellen. Okay. Klassischer, stabiler Markt halt, ne? Wie man es kennt. Ja, ist doch alles... Wow! Ist doch alles voll im Rahmen. Ja, ne, ist alles gut. Ich sage ja gar nichts. Glaubt ihr das? Das ist aber auch wirklich, ähm, ich finde die Agenda wirklich beeindruckend. Und mit eingeführten Menschenrechten die Kolonialisierung und voranzutreiben. Ich bin auch begeistert davon, ja. Ich finde, das hat eine innere Logik, die mir die Augen öffnet. Hat das eine innere Logik? Weiß nicht. Ja, so wie die Welt funktioniert und zusammenhält. Ich glaube, da ist eine ganz große Weisheit steckt dahinter. Meinst du? Ja, das ist so die Botschaft des heutigen Tages. Dass es da geheime Zusammenhänge gibt, die wir nur noch nicht verstanden haben. Die wir nicht erahnen können. Ja, ja. Wir sind... Naja, wir sind halt irgendwie verbrämt von diesen üblichen Gedanken. Den Mainstream-Gedanken. Mir zerschießt jetzt komplett meine Wirtschaft. Ach so. Ich verstehe nicht warum. Ach so. So, höret die frohe Kunde aus dem fernen Skandinavien. Wir schreiben wieder Plus. Es sind zwar nur Plus 680, aber immerhin Plus. Wirtschaft ist Plus. Das ist offiziell saniert. Profit ist Profit. Ab jetzt geht's bergauf. Ja. Absolut. Gratulation. Es darf mich jetzt nur keiner angreifen. Oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Wie viele Truppen hast du noch mal? Bist du bankrott gegangen? Das sind ja auch ganz gut Truppen. Hast du dich so saniert? Bitte nochmal? Bist du bankrott gegangen? Hast du dich so saniert? Nee, 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 nee. Also das nicht. Hast du dich quasi so eine Insolvenz angemeldet? Nur bei den privaten Kapitalisten bei mir. Hä? Was sind das für Tricks? Also ich war nett von Tür zu Tür, bin ich nett von Tür zu Tür gegangen und habe gesagt, hm, vielleicht sollten wir mal ein paar Sachen ändern bei uns im Land. Und ja, also sie haben angefangen dann das Militär runterzuschrauben und ach, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Na gut, durch diesen kleinen Fauxpas bei dir, oder nennen wir es nicht Fauxpas, systematische Verschuldung. Das hört sich schön an, bleiben wir dabei. Habe ich dich zumindest mit dem BIP überholt. Aber das ist ja auch nicht das Thema heute, ich will jetzt schon nicht wieder die falsche Aufgabe stellen. Man kann es ja trotzdem mal anmerken. Ja, genau. Nein. Das kann nicht sein. Wieso geht es mir denn, nachdem ich aus der Zollunion ausgestiegen bin, schlechter als davor? Das ist ja einfach nur, die AfD würde sagen, das ist eine Lüge, so funktioniert das nicht. Das ist Fake News. Das kann gar nicht sein, dass es einem danach schlechter geht. Nee, nee, das ist auch, der Brexit ist ja ganz, du hast ja einen Brexit gemacht im Grunde. Ich hab basically einen Brexit, ich hab einen, oh mein Gott, ich hab einen Brexit gemacht. Wobei, ich mein, der Brexit kann ja tatsächlich für beides stehen, ne? Britain exited irgendwo oder irgendwas exited aus Britain. Du hast, ähm, wie nennen wir das? Belxit. Flexit. Ja, der Belxit. Du hast den Belxit gemacht. Du bist aus dieser unterdrückerischen Zollunion raus, in deine eigene Freiheit und jetzt geht's dir beschissener als vorher. Äh, sowas. Hast du das Geld auch in dein Gesundheitssystem investiert? Was ist eigentlich hier mit unserer Armee? Ist die jetzt größer geworden? Geht's dem jetzt besser? Ja. Ja, in meinem Gesundheitssystem, achso, fragst du mich. Ja, in meinem Gesundheitssystem ging's großartig. Ja. Okay, dann hat das unsere Bilanz immer noch ganz gut, ne? Geil. Ich hab' nur Warenknappheit mit allem gefüllt gerade. Ich würd' sagen, dann bauen wir uns Armee noch. Ähm. Wir kommen mit Brexit. Oder Belxit. Belgon wird bei mir noch geschrieben. Ah, ich hab' vergessen, Seide zu importieren. Das war das Problem. Das fehlt noch. Ich muss nur meinen Markt einmal wieder basteln. Wenn ich den einmal wieder richtig zusammengebastelt habe, dann geht's dem auch wieder gut. Also. Stimmt. Aber der ist doch schon stabil, dachte ich. Ja, der ist, äh, mega stabil. Okay. Ja, geil. Glaub dir das alles. Ich bin das sehr überzeugend, was du sagst. Äh. Das braucht nur ein bisschen, bis sich das jetzt alles wieder normalisiert hat. Ich hab' die Kolonisierung nicht gestartet, weil es sich hier nicht lohnt. Weil hier überall schwere Malaria ist. Das normalisiert sich direkt. Das ist nur... Da kommen wir nicht zu Potte. Ich würd' gern' sagen, die Ausländer sind schuld. Aber das geht mit meiner Politik nicht. Ist halt die Frage, kann... Wow. Kann man hier noch irgendwo mit... Du Monster. Eskalated quickly. Ja, ja. Alter. Ich hab' Zensurwahlrecht. Damit sind wir weiter, was unser Wahlrecht angeht, als davor. Stückchen weiter. Gott sei Dank. Jetzt dürfen nicht nur wohlhabende Leute wählen, sondern actually auch Menschen, die einfach lesen können. Sag mal, also ich würd' hier gern' mal alle vernünftigen Europäer ein bisschen fragen, wollen wir das... Also, wie lange wollen wir das noch angucken, was da in diesem komischen... Erinnern wir uns noch an die französische Revolution? Meine lieben Mitkönige... Ähm... Hallo, stopp! Stimmt! Dieses Gespräch gefällt mir nicht. Halt, stopp! Ich hab' das Gefühl, es fassten da Ideen Fuß im fernen Belgien, die nicht von Vorteil sind für die Weltordnung, die sie doch rechtschaffenerweise sein sollte. Ja. Er kann nicht auch jener Meinung... Also... Ich kann ihren Gedankengängen zu gut folgen, muss ich sagen. Mhm. Ich... Ich lade jeden herzlich ein, hier an meine Grenze zu marschieren. Hallo, was? Halt, stopp! Hallo, bitte? Wie? Er hat ja nicht gesagt, von welcher Seite. Für wahr, für... für wahr, ja. Lasset uns gemeinsam ein Ende bereiten... Oh Gott, du kriegst... Jenen schrecklichen Ideen... ...im grässlichen Belgien. Ähm... Hallo? Was traut sich da zusammen? Ich hab' kein Militär, was ist das? Ja, aber du... du bringst Bauernaufstände in... in... in die gesamte... zivilisierte Welt. Nein. Nein, tue ich nicht. Doch, doch. Nein. Nein. Wir sehen es alle kommen. Nein. Wollen wir dies wirklich mit anderen... So, jetzt gehen wir erstmals ins Milus. Während den Anfängen. Was aber nicht so dramatisch ist. Halt, stopp! Ist halt noch das Portugal-Thema, ne? Was mach' ich denn gegen so... Unruhen? Wenn ich keine Nationalgarde habe? Aber... Also erstmal kannst du tatsächlich doch einfach... ähm... unterdrücken. Gibt ja Erlass, glaub' ich, für... Ja, wenn man Menschenrechte und alle Freiheiten hat, dann ist das bloß schwierig. Weil dann hat man nicht die Autorität, das zu tun. Wieso gibt's denn überhaupt Unruhen gegen so'n... so'n großartiges Land? Ich mach' ne soziale Durchlässigkeit-Kampagne. Damit geb' ich den Menschen mehr Bildung. Das hilft bestimmt. Ja, genau. Weißt du? Ich verkämpfe die Aufstände mit Nachmittagsunterricht. Oh Gott! Warte mal, wir müssen erstmal... wir haben jetzt unsere Armee aufgebaut. Aber wir haben nicht die ganze Waffenproduktion... Die wir benötigen. Die wir quasi aus der Zollunion raus sind, sind die beiden Standards massiv eingebrochen. Haben wir eigentlich schon mal Chemiefabriken gebaut? Das geht denen nicht mal gut in deinem komischen, Utopia. Aber wir sollten... Kurzweise nicht so gut, ne. Auch Sprengstoffe? Also... Ich bin auf Platz 130 weltweit im Lebensstandard. Also da geht's mir im Verhältnis richtig gut, ne? Ich verstehe das gar nicht. Oh mein Gott, was ist los mit... Oh Gott. Die beiden Maurice. Ach ne, Italien ist es ja. Meine Wirtschaft ist wieder fit. So, sorry. Jetzt nehmen wir mal einen Timer, wie lange. Die Kunst ist doch... Hohen Lebensstandard in der Heimat und ein riesiges Kolonialreich. Das muss das Ziel sein. Mhm. Ja, darauf arbeite ich hin. Nur, dass es meinem Kolonialreich auch nicht schlecht geht, so. Denen geht's halt gleich wie bevor ich da war, weil ich dann noch nicht wirklich viel zerstört habe. Aber wir importieren schönen Sachen. Ich glaube, wenn meine Finanzen eine Achterbahn im Freizeitpark wäre, wäre das wirklich eine Attraktion weltweit. So, jetzt sind wir, glaube ich, wieder gut dabei mit allen Dingen, oder? Free Fall Tower heißt nichts dagegen. Und da geht's wieder hoch und runter. Können wir Clipper mal irgendwie importieren oder so? Ne. Clipper bleibt ein Thema. Ah, da geht der Lebens... Der Lebensstandard meiner Bevölkerung geht wieder hoch. Sehr schön. Aber 18 Prozent, ja. Kann man noch ein bisschen was machen. So, jetzt ist... Spirituosen sind so teuer. Krass. Machen wir diese Portugal-Geschichte. Ich bin mir halt unsicher. Okay, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir wieder zahlen müssen. Oder Portugal kann natürlich auch Gegengeschichten starten. Großbritannien, Frankreich, Italien. Alle mega viel stärker. Ah, Spanien ist definitiv mit dabei. Okay, damit ist die Sache... Das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht hin. Oh. Ja, Armee aufbauen. Wir werden keine 100 Bataillone bekommen. Schwierig. Wo stelle ich nochmal Spirituosen her? Ich finde nur den Wein. Maurice wird doch nicht mit mir gegen Portugal gehen. Ist das nicht trotzdem auch unter Weizenfelder? Schon, oder? Das ist Quatsch. Kann ja nicht woanders sein, eigentlich. Ähm, es gibt unterschiedliche Feldtypen. Ich glaube, Roggenfelder. Roggenfelder, da kriegst du den Korn her. Konservenfabrik ist auch gut. Ähm... Wie kannst du bei dir nicht bauen? Ja. Ähm... So, Fisch können wir aber importieren. Ich habe Spirituosen. Also wirklich, ich habe reichlich, wenn du von mir was importieren möchtest. Mhm. Für den schmalen Thaler natürlich. Ja. So dringend brauche ich Spirituosen jetzt doch nicht. Also ich kann sonst, also wenn du meine Schulden von 3,84 Millionen hilgst, dann kriegst du aber auch 100 Spirituosen. Du möchtest, dass ich für 100 Flaschen 3,4 Milliarden bezahle. Aber das sind gute Flaschen. Okay, überlegst du ihn nochmal. Ja, ich lasse das Angebot erstmal im Raum stehen. Madagaskar. Auch bei mir rollt jetzt bald die erste Eisenbahn. Auch da können wir da später allen möglichen Leute mit einsteigen. Oh, jawoll. Ich habe einen Dingskart abgeschlossen. Die können halt jemand reinholen. Aber das ist nicht so schlimm. Dann sagen wir wieder einfach, okay, war ein Irrtum. Und zwar den Weg zum Liberalismus. Ja, das passt. Das ist halt ein weiterer, also... Wollen wir dies tatenlos beobachten, meine europäischen Kameraden? Den Weg zum Liberalismus hatte ich schon vor 15 Jahren. Was? Wir sind schon liberal gestartet. Kommt dieses Feuer aus den Niederlanden, das unsere gesamte zivilisierte Welt verzehren wird? Das kommt, weil unser Herrscher ist halt so ein Intellektueller inzwischen geworden. Und ich habe 100% Legitimität. Warum habt ihr Niederländer jenes zugelassen? Das ist sogar ein Reformer. Das bekomme ich hier gerade mit. Das ist ja unglaublich. Was? Wir sind an der Spitze der liberalen Bewegung eigentlich. Global. Maurice, du sprichst mit dem Falschen. Wensche! Wie spielt das Königshaus von Skandinavien? Also wir sind schon ziemlich liberal. Was? Warum? Bei uns darf jeder so leben, wie er möchte. Was sehe ich denn? Chat, wir machen jetzt mal so eine kleine... Intellektuelle und Landbewohner... Wir machen jetzt mal eine kleine... Das ist eine wilde Kombination, ich weiß. Und Gewerkschaft? Da sind die Grünen bei euch an der Macht, oder was? Was? Ja, wir wollten mal Alternativen bieten. Ein Gemäßigter von der Ideologie her. Der konnte sich nicht richtig durchsetzen. Hast du jetzt noch eine absolutistische Monarchie, oder ist das schon irgendwie... Naja, ein gutes, altes Kaiserreich. Sehr gut. Immerhin. Es wird bei mir geschrieben, eigentlich sind alle schon liberal außer Italien. Dann nimmst du halt ein Vorbild an der aktuellen politischen Situation in Italien. Wir bleiben bei der Politik, die Jesus uns gab. Vor 2000 Jahren. Ich glaube, der hat nichts mit Politik gegeben. Aber ich will... Ich bin kein Theologe. Diesmal können wir uns mal die Briten beeinflussen. Die Erde ist eine Scheibe. Aber wollen wir einen Gefallen den Briten schulden? Können wir uns nicht in den Markt einholen? Und ihr seid alle komische Leute. Was ist denn das? Bald werden da die ersten Leute guillotiniert werden, und dann werden wir sicher nicht helfen, was ihr da gegen euch heraufbeschwört. Was kostet das? 25. Naja, die Sache ist, bei uns werden die dann ja nicht guillotiniert, weil bei uns geben sie ihre Rechte ja ab. Bei dir werden sie dann guillotiniert, weil sie sehen, wie es anders sein könnte. Das wird immer schlimmer hier. Das wird immer schlimmer hier. Meine Freunde, meine Kameraden. Was tun wir? Militär ist immer eine Lösung. Also, ich will dich jetzt nicht zum Krieg auffordern, aber... Denk drüber nach. Alter, habe ich das gerade richtig gesehen? Ah, warte mal. Ich habe nur... Ich habe eine... Das war ein Fehler. Die Sklaverei... Dadurch können wir den Rest nicht nehmen. Okay, jetzt eskaliert das gerade alles ein bisschen. Ja, offenbar haben die Leute bei dir Bock auf intellektuellen Progressivismus. Äh, ja. Gut, Frankreich gegen Großbritannien. Altbriten beginnen mit der Mobilisierung. Und meine katholische Partei wird langsam zu dem, was die CDU ist. Joa. Die katholische Kirche in der katholischen Partei ist nur noch auf 7% weiterfallend. Dafür sind die Grundbesitzer ganz oben. Dafür sind die Grundbesitzer ganz oben. Bei mir ist jetzt hier dein komischer Religionsforscher, Pia, ist in meinem Chat, Karim. Die Politik, die Jesus gab, hört sich eher wie Sozialismus an. Alle Gläubigen gaben ihren Besitz weg, heißt es in der Apostelbrief. Und Jesus sagte, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Ich habe keinen Bock, den Krieg weiter zu eskalieren, ehrlich gesagt. Im Himmel, aber er hat einen Lebensstandard von 24,9. Nein, also immerhin. Ach, Paris nimmt das hier. Leute, das ist alles albern. Land unterworfen. Hessen, Kassel hat Preußen. Ich habe übrigens jetzt mal ein bisschen dafür gesorgt, dass hier ein bisschen Action reinkommt in der Welt. Und zwar kämpfen jetzt gerade Großbritannien und Frankreich gegeneinander. Und ich mische auch noch so ein bisschen mit. Und warum ist das dein für Dienst? Weil ich Großbritannien reingeholt habe und mein Gegner Frankreich. Warum? Was ist dein Ziel? Ähm, Madagaskar. Aha. Ähm. Ah, na dann. Ja, und die Briten sind sehr beeindruckt von meinem Vorschlag, dass wir die Sklaverei dort ächten. Und haben gesagt, das ist ein Grund, um Krieg zu führen. Was ist denn das für ein liberaler Nonsens, der hier überall in der Welt passiert? Und die Franzosen? Oh, Gold. Gold im Freistaat. Aber wo? Wo ist es frei? Die Niederlande! Was? Ja, natürlich. Ah, neun! Oh mein Gott, ich habe keine... Neun Goldfelder! Ein großer Anteil der afro-karibischen Bevölkerung migriert in unseren Staat Flandern sowie die umliegenden Staaten. Ich habe so viel Zuwanderung. Das ist so krass. Entschuldigung. Ich bin so begeistert. Menschen kommen alle zu uns, die bei euch diskriminiert werden. In der Karibik ist doch keiner von uns. auch noch mehr Gold. Leute! Geil! Unsere Bevölkerung geht es auch wieder besser. Jetzt kommen die Italiener in die schweren Malaria-Gebiete. Da wird, glaube ich, nicht mehr viel passieren. Ach, das ist schwer. Das habe ich noch gar nicht. Mist. Ist das nur... Ist hier normales? Ne, stimmt. Das ist überall schweres. Völliger Quatsch. Ja, du kommst da ein bisschen zu spät. Ich habe mich damit durchgesetzt. Ich habe vor 33.000 Tagen damit angefangen. Und jetzt fehlen mir noch 900. Das ist in der Tat richtig. Das ist ja totaler Quatsch. Wir haben nicht genug Männer, die die Goldfelder besetzen. Ja, das hatte ich auch vorher. Selbst für Gold wollen sie nicht unbedingt... Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Also das ist ja komplett unbegreiflich. Naja, wenn es keine Leute gibt. Also man muss dann zurückbauen irgendwie. Tee. Die sollen nicht in den Tee-Plantagen. Das ist nicht gut, dass du jetzt so viel Gold hast, Steinwallen. Wo ist mein Gold? Gold für Kasernen. Ich glaube, die haben die Goldminen zum Einsturz gebracht, als sie auf den Boden gehauen haben. Das kann ja nicht sein. Normalerweise ist in Süd-Südamerika immer irgendwo eine Goldmine. Du hast auch noch keine? Ne. Wir haben da doch drei Kolonien. Ich habe auch nichts. Ist ja schlimm. Wir brauchen Regierungsverwaltung. Ich habe noch gar nichts bei mir entdeckt, tatsächlich. Aber bei uns fehlt die Bevölkerung. Damit steht fest, Gold ist eine Lüge. Und ein reines Propagandamittel von Steinballen. Das muss ich nicht wollen. So. Was passiert jetzt hier? Wir gewinnen. Sehr schön. Das geht doch besser als gedacht. Also es war eine der besten Entscheidungen, die ich hätte überhaupt treffen können, den britischen Markt wieder zu verlassen. Mein Saldo ist auf plus 10,8 K angestiegen statt minus 2 K. Und das innerhalb von eineinhalb oder zwei Jahren jetzt. 15 Jahre werden wir heute nicht mehr leben, ne? Das war eine gute Entscheidung, meine Leute. Das war der bessere Brexit. Ist ja auch wirklich nicht schwer. Nun. Russland hat mir gerade die Rivalität erklärt. Ja, super. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst vor Russland, ehrlich gesagt. Kriegslüstern minus 180 Prozent. Aber ich meine, die kommen ja nicht wirklich gut zu mir. Neu-Süd-Wales. Wo hat Gold? Wo ist das? Die Briten versuchen da zu landen. Die Briten, ne? Oder wer hat... Ja, die Briten haben das leider. Ach. Okay. Aber ich denke... Liebes Italien, wir sollten im Falle eines Falles vielleicht gegen Russland eine gegenseitige Koalition uns zusichern. Aber nur gegen Russland. Ja, also wenn... Wenn der Russe den Frieden in Europa bedroht, dann werde ich dir auf jeden Fall ein paar Leopardpanzer schicken. Die Wunderwaffe. Aha, ich hörte von dieser. Aber irgendwie geht die auch kaputt. Ja, nicht meine. Meine ist ganz toll. Ach so. Aber das passiert dann auch schnell, oder? Ja, natürlich. Ja, dann ist gut. Du weißt doch, dass das immer schnell geht. Dann ist... Dann ist super. Wir können aber tatsächlich hier jetzt mal... Ist ja auch ein bisschen peinlich hier mal irgendwie so einen Hafen bauen, ne? Langsam wird es hier peinlich. Ich finde auch diese Wiener Walzer Musik, während man hier so einen kleinen Krieg führt in Madagaskar, das ist auch sehr erhebend. Ja, die Musikwahl finde ich teilweise sehr beklemmend, um ehrlich zu sein. Mein Chat sagt, die italienischen Leoparden sind eher Nilpferde. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier soll. Alter, ich finde mein Bevölkerungsdiagramm einfach mega geil. Ich war irgendwie davor auf 100% flämmisch und mittlerweile habe ich nur noch 90% flämmisch. 4,3% sind Afro-Karibisch und 3,9% sind Wallonisch. Es mischt sich richtig durch. Neben Katholiken haben wir jetzt auch animistisch und protestantisch. Ich bin ultra happy und ultra aufgeregt, wie gut das funktioniert und wie geil das ist und wie einfach meine Radikalität von 1,4 Millionen auf 700.000 gedroppt ist und weiter stürzt. Das ist ziemlich geil. Ich hatte das auch. Mein erstes war ja Luxemburg und da bist du halt so ein sehr kleines Land. Da brauchst du unbedingt Emigration. Also Immigration, weil irgendwann einfach sonst nicht mehr genug Leute in deinem Land leben. Deswegen bin ich auch mega liberal gewesen. Und war halt dann Winsland, aber ein riesiges ökonomisches Powerhouse dadurch. Jetzt geht es hier weiter. Also da stecken schon auch Lektionen drin in diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich habe auch das Gefühl, dass das gar nicht so dumm ist, dass ich auf das gegangen bin, weil ich habe auch verhältnismäßig nicht so viele Leute. Und dadurch pushe ich halt die Menge meiner Bevölkerung. Und damit geht halt auch mein Wirtschaftspotenzial hoch. Wo ist der General hin? Also ich glaube, ich bräuchte wahrscheinlich ein paar Stunden mehr, um das zu entfalten. Der war doch gerade hier da. Aber man kann ja neben dem Gewinner des heutigen Abends eindeutig auch die sprühendste Zukunft küren. Und Belgien würde sich da einfach sehr arrogant selbst nominieren. Wow. Völlig ungetreu dessen, was ihr so tut. Vorschusslorbeeren. Typisch. Vorschusslorbeeren. Ja, ja. Ja, genau. Vorschusslorbeeren. Aber zumindest bin ich nicht verschuldet. Ich auch nicht. Das bezweifle ich. Könnte passieren. So, was wollen wir als nächstes haben? Wenn Pia sowas sagt, dann meint sie nicht Kolonien, sondern irgendwelche blöden Gesetze. Hä? Was heißt für blöde Gesetze? Ja, offensichtlich. Weil ich glaube, was du meinst. Na, ich stelle mir die Frage, na, was wollen wir als nächstes haben? Portugal, Svaner, Goldminen im Freistaat. Unrechte. Boah, ich habe jetzt... Oh, die Investitionsstufe der Institution Gesundheitssystem wurde auf 4 erhöht. Boah. Oh Gott. Es ist so furchtbar. Aber es ist so schön. Ich könnte auch Zivilisierungsmissionen machen. Wobei ich sagen muss, dass die Texte zum Kolonialismus schon ihr schön passendes Geschmäckle haben. Es obliegt den Großmächten, das Licht der Moderne in alle unzivilisierten Ecken der Welt zu tragen, um weniger entwickelte Völker zu anzuleiten und sie die gottgegebenen Werte unserer glorreichen Kultur zu lehren. Wahrlich. Wie Maurice. Stimmt. Hast du die Texte geschrieben? Ich sehe mich da total auch irgendwie mal als Autor für so ein Spiel. Da brauchst du jetzt nur noch dein Chatbot schreiben zu lassen. Ja. Aber nur, wenn er nichts über die Religion schreibt. Ja, das wird noch interessanter. Was ist denn da für Krieg nebenan? Was machst du? Bei dir brennt ja alles. Bei wem? Ein Steinbein. Was? Brennen? Ja. Kleine Feuer. Ja, das ist halt nur so ein kleiner Weltkrieg. Ach so. Oh. Ach, die sind auch gerade bei mir. Oh, das ist ein bisschen unglücklich. Du hast gar nicht gesehen. Nee, das habe ich nicht gesehen. Das waren in Kolonien gewesen, dass Frankreich derweil einfach bei dir reichen wurde. Ach du Scheiße. Ich habe meine Einheit. Frankreich macht doch sowas nicht. Mein Land brennt. Oh mein Gott. Aber Leute, es ist alles noch im grünen Bereich. Glaube ich. Ja, das ist ja. Jawoll. Der Krieg ist gewonnen. Was? Alles gut. Ja, es ist easy. Ich muss den Krieg gewonnen haben. Ehrlich? Ja, das ist doch alles berechnet. Ja. Manchmal müssen auch die einheimische Bevölkerung, muss auch manchmal. WTF, die wir gewonnen haben. Der hat sich komplett überrannt. Ganz Niederlande stand in Flammen. Ja, das ist doch alles Strategie. Man muss sich auf das. Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche spielt sich ja, wie gesagt, in Afrika ab. Unfassbar. Na gut. Also ich wollte euch nur mal zählen. Ich habe jetzt so Goldminen, ich glaube 16 Ausbaustufen. Und das macht so plus 10.000. Ab gerade. Das ist ganz nett. Ja, das hört sich auch ganz positiv an. Ja. So. Chat, wir müssen Bau-Sektor machen, oder was? Der Bau-Sektor ist so stressig, weil da muss man immer mehr bauen. Wir haben aber auch keine Einwohner. Können wir hier noch Bau-Sektor machen? Wie auch fast 90% Legitimität war aufgegeben. Und habe mich entschieden, endlich eine anständige, ordentliche, große, liberale Partei zu gründen. Und die besteht jetzt aus industriellen Gewerkschaftern und Intellektuellen. Und ich hoffe, dass ich mit dieser sehr spontanen Regierungsbildung noch weitere tolle Gesetze vorantreiben kann. Bin gespannt. Ich auch. Ich hätte gerne meine Partei nur aus Gewerkschaftern und Intellektuellen gegründet, aber die Industriellen wollen die liberale Partei auch für sich. Ich konnte denen nicht sagen, nee, ihr dürft nicht. Ich musste entweder beide nehmen oder keinen. Deswegen wurden es dann beide. Steinbeulen, deine Goldreserven fangen schon wieder an. Wie viele sind da jetzt weg? Ja, neun von 17 oder so. Also mehr als die Hälfte. Ach, das ist doch schön. Ach nee, vier sind noch da geblieben. Nee, ich hab noch elf. Alles gut. Ja, verdammt. Ich hatte sowieso nicht so viel Arbeiter da. Ja, das sind ja auch nur Goldminen. Würde ich auch nicht einsetzen. Ja. So. Ich hätte jetzt gerne ein Armengesetz. Ah, ich kann Goldminen jetzt bauen. Okay. Ah, mein Gesetz ist grad... Goldminen bauen? Hä? Das ist doch Quatsch. Ich kann keine Goldfälle bauen. Das ist doch Quatsch. Deswegen geht das noch nicht. Warten, bis das sich wieder hochzieht. Goldminen? Im Nordkap sind auch die Goldreserven erschöpft. Ah, hier. Goldminen. Ah. Hier schlägt sich das auf niederländisch Nordkap nieder. Ich frag nur so. Das hat tatsächlich mit uns diesmal nichts zu tun. Aber ich sehe, dass ich jetzt reguläre Goldminen bauen kann. Das finde ich super. Da kann ich sogar... Das ist ja unverschämt. Da kann ich sogar hier Nitroglycerin einsetzen und all das schöne Zeug. Das ist... Wirklich. Das ist nicht okay. Wir sollten ihn eindämmen in den Kolonien. Aber ist jetzt nur mal so in den Raum geworfen von Skandinavien. Eine Option. Ich meine, dass... Das niederländische... Die niederländische Armee ist schwach. Das haben wir ja gesehen. Die königliche Landmacht, die kann nicht mehr so viel. Sie waren nur nicht da. Ja, aber als sie nicht da waren, waren sie schwach. 45 Bataillone. Kommt schon, Italien! Ihr schafft das! Das, warum wir jetzt? Warum machst du nicht mal was? Das... 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 Das ist gut, dass du uns die Frage nicht stellen hast, Leisen. Dafür habe ich gerade ein Event gehabt, dass die Waffen in Neapel weltberühmt sind. Siehst du? Siehst du? Das Event spricht mir aus der Seele. Ah, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Wobei, das ist gar nicht so weit entfernt. Vielleicht mit... Das ist fantastisch. Ich habe gerade meine Steuern gesenkt. Im Land. Ach, das ist wundervoll. Den Leuten bei dir geht es dann wirklich gut. Ich versuche gerade den Leuten noch mehr Geld aus den Taschen zu ziehen. Natürlich nur zum Wohle von allen. Natürlich. Ein Armen-Gesetz. Ist das nicht schön? Warum... Ah, hier sind keine Leute, ne? Es ist alles komisch, was da drüben passiert, Leute. Warum... Aber mir geht es wirtschaftlich richtig gut. Weil Dünger zu billig ist. Ich kann echt nichts sagen. Ich habe mein Ziel, die Wirtschaft zu pushen, nicht verfehlt damit. Das ist... Ich bin völlig zufrieden. Mein BIP hat sich fast verdoppelt, seit wir gestartet haben. Ich bin... Das ist ja lustigerweise in Victoria tatsächlich so. Die Entwickler haben ja sogar in den Patchnotes gesagt, wir wollen das Balancing so angehen, dass autokratische, konservative Spielweisen auch noch irgendwie einen spielerischen Sinn haben. Weil tatsächlich der liberale Progressivismus so viel besser ist, dass es kaum Sinn gibt außer Rollenspiel, dass du irgendwie dich der Moderne verwehrst. Genau. Und das finde ich auch so lustig. Weil historisch war es ja so, dass diese bürgerlichen Revolutionen dazu dienten, diesen Konservatismus zu überwinden. Hier brechen immer nur Revolutionen aus, weil man zu schnell liberalisiert. Und das sind meistens immer die Konservativen, die das verhindern wollen. Das ist irgendwie eine ganz absurde Verkehrung der Geschichte. Du hast schon wieder einen Bauernaufstand, Steinwallen, ne? Was? Du knechtest deine Leute echt hart. Jambi... Bei mir rebelliert niemand. Ne, das bin ich, das ist Niederländisch-Indien. Damit habe ich nichts zu tun. Wie kannst du nichts mit Niederländisch-Indien zu tun haben, du Erzschuft? Ja, die haben sich halt so genannt. Damals gab es noch nicht so hier Copyright-Geschichten und so. Das ist alles eine Lüge, was der Mann hier erzählt. Trademark, Niederlande ist noch nicht geschützt. Das muss ich erst erforschen. Der Mensch redet einen solchen Quatsch. So, also das oben hier holen wir uns auf jeden Fall noch. Die haben nämlich jetzt auch eine Verpflichtung gegenüber Frankreich. Wenn das vorbei ist, das schnappen wir uns noch. Leider trägt das nicht dazu bei, unseren Schriftzug zu vergrößern. Das ist blöd. Waffenstillstand bis 58. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Mal gucken. Ja, was haben die hier eigentlich? Oh, 114.000 Paaren. Mein Getreide ist immer noch so teuer. Das ist richtig krass, dass ich mein Getreide nicht ordentlich in den Griff bekomme. Kasernen hin. Ich habe gerade einen internen Aufstand bei mir im Chat, weil ich Kaffee besteuere. Und irgendwie wird das nicht so gerne wahrgenommen. Würde ich auch kritisieren, muss ich jetzt offen sagen. Ja. Eisenproduktion. Auch nochmal ein Thema. Das haben wir noch gar nicht richtig angegangen. Dabei ist das ja hier möglich. Hängt ihn. Okay, die Leute sind wirklich nicht amused darüber. Huch. Ich glaube, ich muss runtertauchen. Ja, ich brauche in Madagasca auch einen General. Okay, 46 Bataillone ist nicht die Welt, aber es wird besser. Plus 20 Prozent einberufbar. Was erforschen wir eigentlich jetzt gerade? Nach irgendwie mechanisierten Werkstätten, ne? Kann man noch irgendwas cooles für... Wahrscheinlich sollten wir nochmal gucken, dass wir noch was für Krieg oder sowas erforschen. Gezogene Rohre. Das hätte eigentlich in den Waffenfabriken auch noch was geben können. Was wollen die? Handelsvertrag. Will doch keiner. Handfeuerwaffen. Da sind wir schon beim Thema. Das müssen wir natürlich jetzt parallel mit ausbauen. Wo ist die Waffenfabrik? Hier. Wir haben hier noch 25.000. Das ist gut. Oh ja, dringend. Da haben wir zwei Stufen, oder? Glattrohre. Reduziert weiter die Handfeuerwaffen. Wollen wir nicht. Haben wir irgendwelche Handelsrouten? Tatsächlich. Bin mir nicht sicher, ob wir die eingerichtet haben. Dass man die da nicht gleich sieht, dass man da nicht gleich mit den Handelsrouten interagieren kann, finde ich auch irgendwie doof. Ja, ja, ich sollte Truppen in den Niederlanden stationieren, da habt ihr recht. Das sollte ich diesmal machen. Wir haben ja zwei Generäle. Südafrika, Zansch, Senegal. Wir haben... Italien. Was ist denn da los mit Japan? 24. Gar nichts. Japan? Das japanische Shogunat. Was? Was wird denn dort geplant? Das ist meine Kolonie. Oh! Was? Okay, aber... Kennt ihr nicht italienisch Hokkaido? Also da bin ich jetzt irgendwie nicht so für. Aber auch direkt alles hier. Tohoku, Kanto, Chubu. Uiuiui. Ich hab das erstmal fair and square kolonisiert hier. Sachalin und Hokkaido, da ist auch Gold drin. Das ist ein Staat in Italien, wie ihr auch alle seht. Sachalin. Und ich bin halt der Meinung, dass auch mehr von diesem Land mir gehören sollte. Du hast nicht als Kleinmacht begonnen, oder? Ich glaube, ich bin Mittelmacht zuerst und falle aber recht schnell zurück auf Kleinmacht. Und bin dann wieder Mittelmacht geworden. Okay. Weil als Kleinmacht kannst du nur ein Kolonialreich einmal Interessen erklären quasi. Das heißt, ich könnte gar nicht so viele Interessen für Kolonien erklären. Ich musste erst eine Mittelmacht werden, damit ich das kann. Nee, genau. Ich hab mittendrin tatsächlich meine Interessen sogar verloren. Und musste sie neu erklären. Ach, krass. Und dann begab sich, dass ich zum Glück noch genug hatte. Also ich musste dann zwei andere aufgeben. Ach, du musstest leider Kolonien aufgeben, weil du zu viele hattest. Nee, nur Interessen. Ich hatte irgendwelche am Anfang schon erklärt, von denen ich auch nicht ganz kapiert habe, was die sein sollten. Äh... So, jetzt muss ich nur mal kurz hier... Geh mal bitte an irgendeine Front hier. Genau. Hier passiert jetzt was. Obwohl ich hätte die vorher mobilisieren sollen. Baureihen werden jetzt irgendwie nervig, ne? Weil man jetzt so viel zu tun hat insgesamt. Sehr schön. Die Chinesen, mit denen habe ich mich sehr gut gestellt die ganze Zeit. Die sind auch gerade zerbrochen. Äh... Das heißt, sie... Cool ist immer noch ein Thema. ...haben hier nicht mitgeredet. Krass. Ah... Hört ihr mich noch? Ja. Okay. Ja. Mein Internet hat gerade mal kurz derselbe gemacht wie meine Einnahmen. Wir sollten... Wir sollten Kohle, glaube ich, hier ausbauen, oder? Schubs weg und wieder da. 15.000. Und... Uns fehlen überall die Leute. So. Kommt der jetzt hier auch? Wow. Okay. Das ist jetzt... Das wäre, wenn wir Länges spielen würden... Wäre das jetzt hier echt... Der begrenzende Faktor. Muss man mal so sagen. Da hätten... Würden wir dann die Probleme... Ah, es dauert. Ah. Okay. Vielleicht war ich etwas zu langsam in... In meinem... In meiner Bewegung hier. Wir schaffen das. Ich habe nicht mehr gecheckt, dass ich den ja schon mobilisieren kann... Davor. Ohne Verbrauch. Ach was. Ist alles gut, Leute. Das sind ja auch nur Kolonien, die da jetzt ein bisschen abgefappelt werden... Von diesen japanischen Bauern her. Diesem schäbigen. Was machen wir hier? Alter. Haben wir nicht noch eine andere Front, wo der gute Mann jetzt hier hin kann? Mir gefällt das da alles nicht. Das ist... Oder können wir nicht jetzt irgendeine Flotte benutzen? Für eine Landung? Ich habe Niederlande eingeholt mit meinem BIP. Aha. Ich habe einen höheren BIP als Niederlande. Ich bin völlig zufrieden. Darf ich dich kurz darauf hinweisen? Als das Niederländische... Als das Niederländisch Indien. Sorry, nicht Niederlande. Niederlande ist da oben nochmal extra. Und ich habe 22. Ja, ja. Nee, nee. Das Niederländisch Indien. Das, mit dem ich mich die ganze Zeit gebettelt habe. Ja, okay. Nicht Niederlande allein, sondern Niederländisch Indien. Ja. Und ich war immer so nebeneinander. Und ich hatte die ganze Zeit als Ziel, die einzuholen. Und ich habe sie jetzt erwischt. Ich glaube, mein General kommt einen Tag zu spät oder so an der japanischen Front. Schaffst du das noch? Ist hier noch ein Gebiet? Komm! Nein! Er kam nicht zu spät. So. Ich habe keinen Plan mehr, was wir machen. Ich meinte, wir könnten unsere Waffenproduktion ein bisschen forcieren. Marine lohnt sich nicht. Wir haben ja keine Flotte, die Versager. Dynamit. Alter, war das beteuert. Egal. Wir holen uns das. Keine Ahnung, wie das funktioniert mit Marine Invasion, ehrlich gesagt. Das sage ich dir jetzt auch nicht. Ja. Nee. Du musst nur deine Flotte auf Marine Invasion stellen. Ja, das machen sie gerade. Das dauert wohl etwas. Das ist eine sehr simple... Da ist das UI mal gut. Relativ simple. Tja, Leute. Keine Ahnung, ob einer von denen jetzt gerade tatsächlich... Kurz mal durchspielen. Portugal nur mal, ne? ...macht. Kontrolliert die Küste. Warum? Was würde passieren? Spanien? Wir hätten das gleiche ja schon mit Frankreich. Ah, es passiert gerade. Okay. Und du? Braucht aber eine gewisse Zeit. Aber wenn sie mobilisieren, sind sie sofort da. Also die haben eigentlich alle Zeit der Welt. Das ist... Ihr beide macht das. Das ist übertrieben. Glaub ich. Das wird nichts. Thema ist natürlich wieder Großbritannien, aber die helfen nicht. Die helfen nicht wirklich. Ähm... Nord-Madagaskar haben wir noch einen Waffenstillstand. Das sollte euch noch bekannt sein. Bis 58. Da können wir jetzt noch nichts machen. Tja. Wow. Das Kolonisieren geht echt so lang. Ja, das war jetzt bescheuert. Das habe ich nicht gecheckt. Mal wieder bin ich an der Kriegsmechanik gescheitert. Das ist eine Sache, die man noch betreiben könnte. Jo. Boah. Geledi. Ha, das war richtig dumm. Äh, in diesem... Das Ränkespiel ist ein immer wiederkehrendes Konzept von Maurice Weber. Der, äh, das Vorbohr mittlerweile über einem Jahr ins Leben gerufen hat. Und sich regelmäßig unterschiedliche Content-Creator einlädt. Um unterschiedlichste Strategiespiele auszutesten. Ähm, Ränkespiel, denke ich mal, hat seine Herleitung, sein Anfang aus Crusader Kings 3. Was auch quasi die erste Veranstaltung war, die es gab. Und mittlerweile werden da alle möglichen Spiele gespielt. Und heute spielen wir mit Steinbein und mit Ranger Area. Und versuchen quasi, wer wird die mächtigste Kolonialmacht. Das hast du schön gesagt. Ja. So, da finden sie doch jetzt hier... Was war das für ein Stegreif-Referat? Der Chat voller Skeptiker hier. Hm? Ich hab Steinbein nicht verstanden, der hat irgendwas... Ich fragte, was das für ein wunderbares Stegreif-Referat war. Es war großartig. Es war so... Also wurde gefragt quasi, was Ränkespiel bedeutet. Und da ich ja schon ein alter Hase bin, das ist für mich ja nicht so schwer. Das ist ja quasi inzwischen dein Format, wie wir wissen. Ja, genau. Deswegen ist das ja für mich hier keine Herausforderung, das hier vorzutragen. So, Leute, wie wir hier unsere Ländereien zurückerobern. Kandinavisch Celebs, das hört sich auch sehr seltsam an. Die Namen dieser Kolonien sind so geil. Ich find Italienisch Hokkaido ist halt auch irgendwie großartig. Wie viel Prestige habt ihr heute geschafft, dazu zu bekommen? Ich bin von Platz 10 auf 8 hochgegangen. Ich weiß nicht. Von was? Von 10 oder 11 auf 8, glaub ich. Krank. Bist du dir... Bist du dir sicher? Weil Belgien hat 91. Du müsstest doch viel mehr haben. Ja, Prestige 352. Ich redete vom Rang. Weißt du, wie viel du gemacht hast heute? Nee, leider nicht. Weil ich hab das... Ich tu mir so schwer, mit dem Prestige hochzugehen. Ich find, das braucht immer so Ewigkeiten, damit man was hochbekommt. Ich glaub, ich bau zu wenig Armee für Prestige, tatsächlich. Armee bringt Prestige, ja. Leute, beruhigt euch mal mit der Bauindustrie. Ja, ich... Das ist einfach... Es läuft ja auf 3, man hat einen Krieg zu tun. Das ist alles... Easy, ne? Alles nicht so schlimm. Wenn ich ne Mittelmacht werde, muss ich 300 Prestige haben. Äh, 208 Prestige haben. Und ich find 110 Prestige zu machen, jetzt irgendwie nicht so entspannt. Also du bekommst pro Werft, glaub ich, 2 Prestige. Das heißt, 50 Werften dann... Alter, wie soll ich denn 50 Werften an einem Tag bauen? Russland ist jetzt auch im Kongo. Russisch-Kongo. Wo? Wow, für ein Name. Ach da, so ein ganz kleiner grüner Fleck. Diese kleinen Arschgeigen. Das ist mein Kongo. Marktführer sein bei einer Ware bringt viel Prestige, sagt mein Chat gerade. Das stimmt. Oh, stimmt. Es gibt so ein paar Sachen, die man gar nicht so im Kopf hat, die tatsächlich einiges... Kunstwerk oder so. Das ist das Prestigestreichste. Oh, Ranger ist raus. Ranger ist raus. Oh mein Gott. Was? Dabei ist gerade ein Krieg ausgebrochen. Okay. Stimmt, bei mir steht auch gerade die Zeit. Ei, 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 ei. Dann versuch nochmal raus und wieder rein zu gehen. Yes. Russland wollte gerade, dass ich mich ihm unterwerfe. Finde ich nicht okay. Nee, ich auch nicht. Ähm. Ich fände das auch ziemlich frech, um ehrlich zu sein. Das stimmt, Chat. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte die hier noch als Kriegsziel nehmen müssen. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das wäre völlig in Ordnung gewesen. Also wenn die mir auf den Sack gehen, rufe ich England. Da bist du wieder. Perfekt, ich lade gerade noch. Jawohl. Also das ist für den Krieg alles im grünen Bereich hier der Markt. Da muss man sich nicht kümmern. Sechs Bataillonen in Reserve. Oh sorry, ich habe wieder weiter geklickt. Sag Bescheid. Ich glaube wir haben keinen Verteidigungspakt gerade mehr. Nee. Ich glaube England ist pissig, dass ich die Zollunion verloren habe. Aha. Hier ist so. Ein Moment. Oder? Ich glaube England hat wahrscheinlich den Eindruck, dass du ihn übel mitgespielt hast. Erst in die Zollunion, dann wieder raus. Ich bin wieder drin. Ja wunderbar. General rekrutieren. Ja. Rein ist das Problem. Ab geht's. Ah. Cool ist halt, dass diese japanischen Bauernsoldaten, wir machen jetzt hier ein letzter Samurai. Da hatte ich ja einen neuen General. Jetzt erinnere ich mich wieder. So, wo ist Rein? Dass man nicht sieht, wo die herkommen. Von modernstem Militär. Rein HQ hier. Nee, das würde ich nicht. Bist du allein im Krieg mit denen? Bist du allein im Krieg mit denen? Dieses Interface. Macht mich. Wer da? Ist Maurice allein im Krieg mit denen? Also nur Italien gegen Japan oder ist noch irgendein anderer dabei? Es gab nur China, die hätten beitreten können. Die sind lustigerweise in dem Moment auch jetzt nicht mehr. Die sind literally für fünf Minuten zerfallen in dem Moment. Da war dann die Manchurei und so auf einmal. Was mich etwas nervös gemacht hat, weil ich extra mich gut gestellt hatte mit ihnen. Der obere? Von was? Aber sie haben jedenfalls nicht eingegriffen. Ich sehe nicht mehr durch. Ich befördere einfach alle. Alter, was ist denn mit Russland gerade? Russisch-Garbun? Was ist denn mit innen? Hauptsache, sie sind an der Front. Die gehen jetzt voll auf Kolonialisierung. Weil wir zu wenig Leute da haben. Ja. Beziehungsweise, weil es schwierig ist. Ich finde es nicht gut. Russland hat ein bisschen mitgehört bei dem, was wir hier so treiben. Ja, die wollen das Tränkespiel gewinnen. Verdammt! Dieser Zar Nikolai Romanov. Ein Erzschuft. Warum braucht denn meine Kolonialisierung, die auf 300 Tagen war, jetzt wieder 2800 Tage? Maurice, an Japan weißt du dir aber ein bisschen in die Zähne aus, ne? Ja, ich kapier's auch tatsächlich gerade nicht so ganz. Naja, sie haben 212 Bataillone. Ja, aber das sind alles Bauern. Also meine, also meine Militärprojektion ist halt das Fünffache oder so von ihnen. Ähm. Ja. Also eigentlich hab ich gedacht, das läuft so ganz gut. Wirklicherweise hab ich, wie so oft in diesem Format, ja kalkuliert. Soll vorkommen, hab ich mir sagen lassen. Und was geht's auf der anderen Seite? Wahrscheinlich nur Reparationen oder was? Oder verlierst du was? Ne, sie wollen, das ist tatsächlich ein Problem. Sie wollen dann, dass sich eine Kolonie zurückkommt. Ah! Na sowas. Was suboptimal ist. Ich glaube auch, sie ist inzwischen eh wertlos geworden, weil das Gold darin jetzt erschöpft ist. Also es ist alles, sag ich mal, nicht ganz wie geplant. Will ich jetzt mit euch ganz offen und ehrlich sein. Ähm. In meiner Vorstellung lief das hier anders. Aber das ist euch inzwischen ja auch ziemlich vertraut, ne? Dieses, ähm. Ignorieren wir es, bauen wir wieder ein bisschen auf. Wie das so läuft manchmal hier. Motorenwerke und Dynamit. 9000, können wir hier noch etwas modernisieren? Ich möchte einmal feierlich verkünden, dass ich es potenziell noch schaffe, die katholische Kirche unter die 5% Marke zu drücken heute. Was? Wir sind auf 5,8%. Wie kann das sein? Alter ey. Ich hab dir da über 20% politischen Druck abgebaut. Wie kann jenes sein? Das ist so weltklasse. Das macht mich richtig glücklich. Mein Chat hat auch gerade geschrieben verbrennt den Papst. Krass. Ich vergesse jedes Mal, wo haben wir hier unsere Kohle? Hä? Wir hatten doch hier auch irgendwie Kohle. Ach hier. So. Jetzt geht das doch hier langsam voran. Kohle 22.000, da können wir vielleicht auch noch was machen mit Kohle. Kohle ist mal die Engstelle. Aber alles gut. Das wird schon noch hier alles, Leute. Ich sag's euch. Hä? Krass. Normalerweise mischt sich doch dann Japan in China ein. Warum haben sie das nicht getan? Das ist auch nicht täuschend. Mehrere Gründe. Zum einen war ich mit ihnen recht gut gestellt. Ja. Zum anderen sind sie, glaube ich, in dem Moment hatten sie gerade interne Probleme. Aber ich hab auch wirklich mit ihnen fett gehandelt. Ich importiere irgendwie 1500 Weizen von ihnen. Ähm. Und ja, ein General ist gestorben. Ich weiß noch nicht, wie ich den jetzt wiederkrieg. Hier. Es läuft alles mittelmäßig. Bin ich jetzt offen und ehrlich mit euch? Ja. Ich will nicht sagen, dass es dir zurecht geschieht. Aber du tust es. Aber ich denk's. Ich glaube, das gewinnst du noch. Also dein Kriegswille sinkt deutlich langsamer als der des Gegners. Es wird ein sehr langer Krieg. Es wird ein sehr langer Krieg. Ja, aber ich glaube, es könnte funktionieren. Ich habe jetzt gerade noch die Militärgehälter erhöht. Ich meine, der zweite General macht hier tatsächlich gar nicht unbedingt was, weil eh immer nur so acht Leute oder so in die Flacht geschickt werden. Ich habe jetzt ein Armengesetz. Und ich bringe Krieg und Verderben in die Welt. Ich bin unfassbar glücklich. Ich habe ein Armengesetz. Es ist absolut großartig. Oh, und da sind meine Investitionsfonds. Ist das noch verbuggt, das Armengesetz? War das das? Weil da musst du nämlich aufpassen. Ab irgendeiner Stufe kann man das dann nicht mehr aufhalten, weil das so ein Steamroll auf einmal war. Weiß aber nicht, ob das beim Armgesetz war. Wie meinst du, man kann das nicht mehr aufhalten? Das klingt wie eine Zombie-Apokalypse. Es kam dann irgend so eine Todesspirale, dass niemand mehr gearbeitet hat, weil du so viel bezahlt hast. Und dann kamen nur noch mehr Arme, die du dann noch mehr finanzieren musst. Und dann hast du kein Einkommen mehr. Und alle haben... Also genau die Schreckensfantasie, die Konservative immer heraufbeschwören, wenn wir Hartz 4 und 5 Euro erhöhen, ist tatsächlich in diesem Spiel echt passiert. Ist der Back von Christian Lindner finanziert? Wie muss ich das verstehen? Ach du Scheiße. Ja, das wäre nicht so gut, wenn das passieren würde. Weil jetzt habe ich das gesetzt. Dann schauen wir mal, was passiert. Dann schauen wir mal, was passiert. Ähm... Ich glaube, du darfst das nur nicht zu hoch stellen. Ich weiß aber nicht, ob das schon gefixt wurde jetzt. War Gesundheit und ist gefixt, okay. Ähm... Geil. Geil. Ne, Gesundheit war das nicht. Das war schon das arme Ding. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Bug ist oder ob das... Wie soll ich sagen? Nicht doch irgendwie so gewollt war. Man muss halt die richtige ökonomische Situation auch abpassen, so ein armen Gesetz zu machen. Viele Spiele haben einfach immer quasi so von der Logik her, mehr ist besser so, nach dem Motto. Ja. Und... Ja. Man muss halt auch eine extrem entfaltete Volkswirtschaft haben, würde ich mal sagen, um das zu finanzieren. Ich sehe gar nicht, wo ich das einstellen kann. Das müsste doch unter Etat eigentlich sein, oder? Äh... Institution. Bitte? Institution. Ah, stimmt. Das ist in den... Das ist unter Institution noch drinnen. Ich bin zu spät. So. Krieg gewonnen? Wie sieht's hier aus? Wie sieht's hier aus? Warum? 58. Wo ist mein anderer General jetzt hin? Immer noch die Portugal-Frage. Ich hab ne neue Partei. Immer noch Spanier. Ja, die Industriellen sind endlich aus meiner liberalen Partei raus. Okay, also manchmal ist es auch echt komisch. Jetzt ist irgendwie... Die Fronten werden hier aufgelockert und auf einmal ist mein General an keiner mehr davon, sondern wieder daheim. Und muss... Ja, das ist nervig. Der muss so schnell nach... 50 Tage lang dahin reisen. Mhm. Ey, diese Mechanik in diesem Spiel, diese Kriegsmechanik ist echt Pain. Mhm. Das stimmt. Also... Ja. Also gerade das Thema Fronten teilen und Fronten sowas, da passiert viel Mist. Da funktioniert vieles nicht gut. Ich bring die Industriellen wieder los geworden. Ich hab jetzt ne Freihandelspartei. Ne liberale Partei und ne katholische Partei. Ich bin vollkommen zufrieden. Meine Regierung ist wieder auf 89% hoch. Es ist Weltklasse. So. Grundschulpflicht. Wie kann ich denn mit nem General, kann ich die Einberufenen auch in die Schlacht schicken? Ich glaube nicht, ne? Ja, klar. Aber die werden mir nicht angezeigt. Ach, das dauert jetzt wohl noch bisschen, dass die da... Du musst sie halt einberufen und dann sind sie, je nachdem wo sie herkommen, in dem Hauptquartier. Und der General hat quasi zwei Limits. Einmal für Berufssoldaten und einmal für Einberufene. Ah. Und der nimmt die quasi einfach mit. In dem jeweiligen Hauptquartier. Also eigentlich musst du da nix machen. Okay. Ja gut, das ist halt dadurch, dass der halt von Japan entfernt wurde. Ja, das machen wir nicht. Das ist nur nervig mit dem Opium. Wobei ich meine, Männer ist schon so ein Thema. Ja, aber hier haben wir keine Leute, ne? Aber hier bin ich jetzt gleich. Hier müssen wir mal wieder durchchecken, ob wir noch irgendwas... ...optimieren können. Mein anderer General kommt irgendwie hier hin und ist da auch jetzt rechtzeitig. Perfekt. Nee, die hatten das hier schon alles gemacht. Ja gut, hier sind wir an die Grenze gestoßen. Hier ist nichts mehr zu holen. Selbst bei den... Die Kriegsmechanik ist echt manchmal so ein Ding im Spiel. Hier ist noch was. Warum bist du jetzt hier wieder... Hier ist noch was. Wo bist du genau? Und warum hat die Marineinvasion hier nicht funktioniert? Dünger ist ein Problem. Erntewerkzeuge. Jetzt sind sie wieder weg. Es ist so sonderbar. Und wo ist der andere jetzt? Ah. Ich kapiere nicht, warum meine Generäle so herumspringen. Dünger holen wir jetzt einfach. Was ist ihr strategisches Ziel? Was ist der Plan? Meine Männer. Also hier ist jetzt einer. Immerhin. Verliert. Da oben ist der andere, der irgendwas macht. Okay. Gut. Haben wir jetzt hier Männer bekommen? 5000. Ein bisschen geheilt, aber das ist die Grenze. Wir sammeln Prämien. Dann kommen wir nicht mehr weiter. Meilenprämien. Ja, offensichtlich. Mach dir jemand platt hier. Komm. Ja, wir müssen hier eigentlich komplett mal gucken. Haben wir das überall jetzt in den Stadtzentren? Ne, haben wir nicht. Und dann brauchen wir aber wieder Eisenbahnen. Der rückt jetzt hier dafür relativ. Kolonien ausbauen. Man kann keine... Also man kann es nicht so ausbauen. Also klar, ja. Dort können wir natürlich Dinge machen. Was? Preußen hat Skandinaviens Schulden abbezahlt? Ja, irgendwie. Also... Und Kuchen muss ganz gut gewesen sein bei uns. Und warum hast du schon wieder Schulden? Jetzt habe ich keine mehr. Ich dachte, du bist die Wirtschaft saniert. Ach so, ich habe nur eine kleine grüne Zahl darüber gehabt. Darunter war noch ein riesengroßer roter Balken. Ah, okay. Das ist aber ein glücklicher Zufall gewesen. Ich komme hier gar nicht nach mit dem Bauen und meine Goldreserven sind bald voll. Wow. Was für eine Tragödie. Ja. Während meine Männer in Japan ihr Leben lassen. Wo ich auch absolut selbst schuld bin. Aber darum geht es ja hier jetzt nicht. Ja. So. Wir werden hier in den See gedrängt. Aber hier erobern wir. Tja. Hier haben wir ja schon wieder irgendwie eine Garnision in Reserve. Ach, das ist lästig. Das baue ich mal ab. Das nervt nur. Hier sind 44.000 Mann. Hier kann man noch was machen. Hier werden wir einfach eine Eisenbahn hinbauen. Wir brauchen glaube ich Transport. Ganz gut. Das ist eine Katastrophe. Kriegsschiffe sind teuer. Das Schiffsthema. Kann man auch nochmal hier und da angehen. Aber Bauern 17.000. Ne, das war hier hinten 12.000. Ja. Tja, ja. Okay. Wie viele Bataillone haben wir jetzt? Wir haben 62. Das ist schon mal eine ganze Stange. Können wir die noch irgendwie in Stellung bringen? Wir können hier, sind immer noch 100.000. Wir können die Kasernen hier einfach immer noch weiter ausbauen. Wir bauen uns jetzt hier nochmal zur großen Armeemacht aus. Vielleicht noch eine finale Schlacht doch gegen Portugal. So nach dem Motto, Spanien kann uns nix. Harar kann ich mir sicher holen, ja. Das ist sicher möglich. Die können uns glaube ich hier nicht groß Probleme bereiten. Wie sieht unsere Verrufenheit insgesamt aus? Völlig problemlos. Okay, Leute. Gönnen wir uns das auch noch. Tja, da hast du ja wohl nicht mit den Franzosen gerechnet. Wer? Skandinavien. Kriegstreiber Skandinavien. Kämpft ihr gegeneinander? Nein, nein. Aber Frankreich vielleicht gegen Skandinavien. Frankreich ist heute bisschen auf Krawall geblösset. Wobei das ist die Gelegenheit, vielleicht woanders was zu machen, wo Frankreich dann nicht nerven wird. Interestieren die sich denn dafür? Oh, mir wird angezeigt, dass Niederlande vielleicht positiv beeinflusst werden könnte. Hm. Ich könnte einen Regimewechsel anbieten. Gehe ich das ein, das Risiko? Ich weiß es nicht. Hm. 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 Na, kann ich den Krieg hier so auf einer Arschbacke absitzen? Bin mir nicht ganz so sicher. Aber warte mal, wir können... Mal gucken... Wer ist jetzt hier dabei auf der Gegenseite? Die können wir doch auch noch hier reinholen, ne? Ja. Da machen wir jetzt mal noch ein Kriegseel. Okay, das andere liegt mir nicht nah genug dran. SaaS. So weißt du? Ja. Oder muss ich nur noch ein Krieg sein? Warum? Ja. Ja. eens Ne. kann er sein? Genau. Peter? So, fahren wir doch mit allem auf, was wir haben, ist vielleicht doch besser. Kein Risiko eingehen. Klotzen, nicht kleckern. So, haben wir schon wieder irgendwas in Reserve? Nee, ich glaube nicht. Alles, was an der Front ist, kommt an die Front. Ja, sagt mal an, welche Kriege toben bei euch alle so? Na, Ranger hat den Schwanz angekniffen. Was? Das war diplomatisches Geschick und ein Auge für den richtigen Moment. Was? Das war es nicht wert. Wie weit nenn ich das? Das war es nicht wert für diesen Haufen Wüste. Na, ich kämpfe hier ein bisschen in Äthiopien. Ich habe übrigens auch noch ein bisschen Gold jetzt entdeckt, aber es ist nur ein einziges Goldfeld. Traurig, klein und schwach auf der Südinsel. Ich finde, wie gesagt, mein Ziel, also das Maß der Dinge müsste eigentlich sein, wer hat den größten Schriftzug irgendwo auf der Karte? In den Kolonien? Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich versuche halt so zusammenhängende Gebiete zu bekommen. Ja, ich glaube, Japanisch-Italien wird sich gut auf der Karte machen. Naja, nee. Warten wir mal ab, wie es weitergeht da. Ich arbeite noch an einem längeren Schriftzug. Oh. Niederländisch-Russland? Nee. 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 Es geht um, naja, was habe ich hier? Goldrausch? Zwei Goldrausch-Evente? Ich baue die Opium-Plantagen aus. Dann sind wenigstens alle dort glücklich. Nein, es geht darum also, dass mal hier das Thema, wer hat den längsten, eine ganz neue Bedeutung bekommt. Was definierst du jetzt für eine perverse Siegbedingung auf der letzten halben Stunde für dieses Format? Naja, ich meinte, wir müssen doch irgendwo ran messen, wer sozusagen am erfolgreichsten kolonisiert hat. Und wer hat den längsten Schriftzug? Finde ich, ist doch ein Maß, auf das man sich einigen kann. Also, wie hast du es eigentlich geschafft, für eine Reputation erstens als ehrbar und zweitens als Gentleman zu erarbeiten in der deutschen Gaming-Szene? Das ist... Hast du manchmal Imposter-Syndrom, weil du selbst weißt, dass nichts davon wahr ist? Imposter-Syndrom? Nö, ich lebe eigentlich ganz gut. Wieso? Ich komm gut mit mir zurecht. Bei mir wird im Chat geschrieben, relativ gesehen. Achso. Hm. Ja gut. Wie relativ gesehen? Mag sein. Schriftzug, längster und so? Was ist das jetzt für eine... Idee. Ich glaub, sie meinten auf Ehrbarkeit. Achso. Ja, im Vergleich zu dir... Man muss ja nicht sicherer... Man muss ja nicht sehr ehrbar sein, also genau wie du... Du musst nicht schneller sein als der Löwe, du musst nur schneller sein als der Typ hinter dir. Genauso musst du ja nicht sehr ehrbar sein in der deutschen Strategie-Szene. Solange du nur ehrbarer bist als der Typ hinter dir. Also, ich persönlich bin dafür, dass wir mit der Relativität eher in Bezug auf den Schriftzug gehen, nämlich wie groß oder lang ist der Schriftzug relativ gesehen zur Bevölkerungsanzahl, das würde ja auch Sinn ergeben. Achso. Dann hab ich nämlich tatsächlich den längsten. Aber hast du nicht hoffenweise Immigranten? Ist nicht dein Volk inzwischen riesig? Nein, 5,9 Millionen, ich bin winzig, ich sitze in Belgien. Ach, das ist ja schäbig. Ja. Und trotzdem. Ich guck mal gleich, wie viele Leute ich hab, wenn nicht all die japanischen Bauern abgeschlechtet haben. Aber die Idee war ja, dass wir, dass wir halt kolonisieren und dann bekommt man ja Bevölkerung. Äh, das ist ja eine widersinnige Logik. Ach, stimmt. Also, ich hab mit weniger Bevölkerung... Hat er recht, der Steinbein. ...bekommen. Ja, aber was heißt dann bekommt man Bevölkerung? Ich krieg 130.000 für ein Gebiet, für das ich 33.000 Tage gebraucht habe. Ja, okay, ich gebe zu, es gibt die eine Art von Kolonisierung, das ist die, die du betreibst. Und dann gibt's noch eine andere Art. Was soll das denn jetzt heißen? Nein, da kommt man mit so einem Schiff an eine Küste und schießt ein paar Kanonenschüsse ab. Und dann kommen ein paar Männer mit Huderbooten. Und Schreibtisch. Es geht um die Technik, mit der der Schriftstut geschrieben wurde, nicht die Größe. Nein! Ich muss ja an dieser Stelle sagen, ist ja auch schwierig hier zu konkurrieren, wenn das Spiel mich begrenzt. Ich darf einfach nicht mehr kolonialisieren, weil ich immer noch keine Mittelmacht bin. Ja, du hättest ja einfach, du hättest ja rücksichtslos auf Prestige gehen können, statt irgendwie zu versuchen, deinem Volk ein besseres Leben zu geben. Auch das gibt Prestige. Jaaa. Ich hab Prestige gemacht, aber ich mach halt mit so einem Kackkaff in drei Stunden nicht eben 150 Prestige. Ach. Wie viele Häfen soll ich bauen? 40? Ja. Was auch immer notwendig ist. Ja, ich baue ja auch jetzt ein für die Paraden. Baue ich eine Marina Basis in Flandern. Alle Häfen wird bei mir geschrieben. Andere versuchen, deine Situation schlimm zu reden, aber sie hat einen stabilen Markt und die Menschenrechte. Na, der Markt, also ich bin ehrlich, so stabil klang der jetzt neulich nicht. Der ist stabil. Der ist richtig stabil. Ich fand jetzt nicht, dass der so stabil klang. Muss ich dir jetzt ganz ehrlich eröffnen. Was ist ein stabiler Markt gegen einen, gegen den längsten Schriftzug? Also, ich möchte an dieser Stelle einmal anbringen. Ich mach, wenn ich gerade kein Bürogebäude baue, quasi, das ich selber bezahlen muss, mach ich zwischen 3,6 und 5,5 K plus, also Gewinn, obwohl ich ein Armengesetz habe, Sozialhilfe, die Steuern total tief liegen, die Gehälter super hoch sind, sowohl für die Armee als auch für die Regierungsmitglieder. Also, ich bin komplett zufrieden. Wenn ich da das Geld ein bisschen runterziehe, bin ich auf 18 K plus. Das ist ein stabiler Markt und ich bin alleine mit mir selbst in einem Markt. Ich bin absolut zufrieden. Den Menschen geht's gut. Sie bekommen Brot und Kuchen. Ranger ist nicht so zufrieden. Der hat mal wieder Frankreich geärgert. Was? Ah, nee. Was tust du denn die ganze Zeit? Ich weiß nicht, was Frankreich gegen mich hat. Nur weil ich ein paar Kolonien um, ja, disponieren lasse. Undisponieren. Ach, verflucht Frankreich. Ich baue jetzt eine madaskanische Superarmee auf. Wie sieht eine madaskanische Superarmee aus? Ich weiß auch gar nicht, ob man das so sagt zu Madagaskanern. Madagassen. Madagassische Superarmee. So heißt es. Ich erinnere mich gerade wieder. Ja, wie sieht das aus? Also, bald 50.000 Männer von den madagassischen Spezialeinheiten. Das ist einfach Soldatenmaterial. Ach nee, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Okay. Das klingt so furchtbar. Alles davon. So, jetzt wird langsam der Schriftzug wird langsam. Länger? Länger. Größer. Immer größer. Ja. Aber das ist noch nicht alles. Es geht noch mehr. Mal gucken, wie gut Frankreich gegen Großbritannien antreten kann. Ah, hast du dasselbe jetzt initiiert. Ja, ich hoffe aber, dass meine Hauptstadt nicht brennt. Oh Leute, Velo wäre doch da gewesen. Ich Idiot. Ist wieder ein wilder Ritt. Ich bin ein Depp. Gottes Willen. Ich habe mich verschätzt mit Velo. Wir müssen kurz gucken, ist hier alles so einigermaßen im Rahmen, was den Markt betrifft. Was eigentlich ein cooles Feature wäre, wenn es irgendwann reine Kolonialkriege geben würde. Also wirklich nur im Kolonialgebiet gekämpft wäre. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Ja, das wäre echt super. Dass das nicht mehr so mega eskaliert. Oder zumindest in der ersten Stufe nicht, ne? Ja. Also das japanische Volk ist irgendwie nicht mit meiner Herrschaft so einverstanden. Ich habe minus 15% Sterblichkeit. Ne, minus 20% Sterblichkeit in meiner Bevölkerung. Was soll ich euch sagen? Ich habe ein öffentliches Gesundheitssystem, eine öffentliche Krankenversicherung. Also falls deine Leute Arbeit brauchen. 1857. Mir fehlen ein paar Arbeitskräfte. Meine Leute? Ja, die sind herzlich willkommen hier. Ne, die brauchen keine Arbeit, weil ich habe Marmen gesetzt. Was? Was? Die Faulen sind lieber als hier ehrliche Arbeit in den Niederlanden? In den niederländischen Motorenwerken? Das ist ja... Das ist wirklich schlimm. Also Leute, Steinwall, ich habe dich versucht zu warnen. Was sich da zusammenbraut an einer Weltordnung, die wirklich niemand gutheißen kann. Ich habe es echt probiert. Und du so... Ja, ich bin ja auch relativ liberal. Also... Was willst du noch von mir hören? Muss ich jetzt halt auch ehrlich sagen. Gott, ich verliere in den Kolonien. Und Frankreich kämpft nicht mal mit. Was? Wollen wir es jetzt nochmal probieren? Wie? Spanien? Wenn man sich die Schlachten anguckt, dann schießen meine Kanonen auf Lehmhäuser, aus denen mit Gewehren rausgeschossen wird. Und ich verliere. Wartet mal, wie machen wir das am besten? Start, erobern. Spanien. Ich habe echt nochmal ein bisschen gemerkt, dass ich doch wirklich mich nochmal mehr als ich selber im Kopf hatte, der Kritik an dem Kriegssystem des Spiels schon anschließen muss. Also, dass es halt so Situationen gibt, wo einfach die Front plötzlich auseinanderbricht und dann der General nach Hause geschickt wird. Und dann 60 Tage lang neu anreisen muss. Das Problem ist, dass wir irgendwas zurücklassen müssen, sonst passiert vieles gleiche. Das darf halt nicht sein, spielmechanisch, finde ich. Einfach keinen Krieg führen. Einfach... Und Menschenrechte ausbauen. Guck mal an, wie viel Tabak ich jetzt aus Japan rauspressen kann. Lassen wir die zurück. Das ist dann halt nicht mehr so viel. Das ist ein guter Punkt, ja. Dafür lohnt sich das. Wie viele Opfer hat der Krieg gefordert? Gar nicht so viele auf meiner Seite. Also, Japan hatte eh viel zu viele Bauern. Die wissen ja gar nicht, wohin mit denen. Also, du weißt ja selbst, du hast ja mal Japan gespielt. Du kannst ja wirklich, du kommst ja nicht hinterher damit, diese ganzen Bauern irgendwie in Lohn und Brot zu bringen. Stimmt allerdings. Jetzt gibt es halt ein paar weniger. Also, sagst du damit indirekt, du hast Japan eigentlich noch geholfen? Ja. 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 Fair enough. Es war eine noble Tat, die ich beging. Boah, weiß ich jetzt nicht. Eine tapferen neuen skandinavischen Bataillone, die gegen 96 französische Bataillone kämpfen. Also, da kann man ruhig mal sagen Chapeau. Und die gewinnen sogar noch. Ja. So sieht es aus. Also, das beste Kommentar des heutigen Abends ist sich definitiv von Sergeant Grosche in Maurice Chat italienischer Thanos. Ja, genau. Genau. Ja, richtig. Richtig. Alles ist nun perfekt ausbalanciert, wie es sein sollte. Also, nicht ganz, weil es gibt immer noch ein unabhängiges Japan. Und man kann ja nicht endlos Regionen auf einmal erobern. Ich habe alle meine Schachzüge benutzt, um die halbe, zwei Drittel der Insel zu erobern. Ähm. Was ist da ein Diplomatiespiel? Niederlande gegen Portugal? Ja. Da ist schon wieder was los. Was ist denn da der Steinwein? Was will der da für einen Schriftzug schreiben? Ach, die haben da auch Kolonien und wollen jetzt deine oder wie? Oder du willst die? Ja, genau. Die wollen nämlich auch. Die haben das, Portugal will auch den längsten. Und das muss natürlich verhindert werden. hier. So. Ich möchte eine Schiffswerft bauen. Was soll ich euch sagen? Ich habe, glaube ich, jetzt den Kongo so weit ausgebaut, dass vielen mehr gar nicht geht. So, Leute. Das ist riskant. In dem einen, der geht zumindest. Aber ach, so doll riskant ist es auch nicht. Nee, da leben einfach schon seit immer nur 3.000 Bauern. Ich weiß nicht. Alles klar. Ja. Das kann alles passieren. Ähm. Da war noch nie mehr. Aber das ist jetzt der ultimative Angriff, um den langen Schriftzug zu kommen. Da kommen dann jetzt noch Immigranten her, die die Arbeitskraft liefern, die du brauchst, um aus dem Kongo sein volles Potenzial... Ja, ich kann aus dem Kongo nicht das vollste Potenzial holen, weil da einfach nicht... Also, ich habe einfach keine wertvollen Ressourcen dort gefunden bis jetzt. Das ist... Ja, meine Amerika-Kolonien waren auch eine Enttäuschung. Und so habe ich ein bisschen Gold. Also, ich hatte die ganze Zeit Gold in Japan. Und ich habe ein bisschen Gold noch auf der Südinsel gefunden. Aber Amerika hat mich wirklich auch sehr enttäuscht. Ich habe gar nichts gefunden. Ich konnte ja nur den Kongo einnehmen, weil er halt klein macht. Und ich habe nichts gefunden in allen Gebieten, die ich quasi eingenommen habe. Obwohl es eine Möglichkeit gibt, Ressourcen zu entdecken. Ich kann halt seit Anfang an... Ich importiere quasi nur Hirse, Färbeplantagen, Bananen, Kaffee, Zucker und Tee. That's it. Ich kann nichts anderes ziehen, weil ich nichts anderes gefunden habe. Richtig sad. Sieg gegen Frankreich. Ah nee, die kämpfen noch mit. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Aber immerhin gehört mir die Kolonie. Wow. Gott! Ja, da kommen noch 60. Das wird schon heikel hier. Und die neuen Bataillone haben tatsächlich gegen die 97 Bataillone standgehalten. Das wird eine zähe Geschichte, weil das jetzt wieder diese Schlachtenmechanik ist, ne? Wo du mit nervigen... Naja, das wird sich jetzt ein bisschen hinziehen. Eigentlich... Ja gut, der Mann ist eigentlich der Beste hier. Offensive 64. Den wollen wir da haben. General Franz Küper. Erste Schlacht geht verloren, ja. Na, die Heimat ist jetzt nicht so schlimm. Hier ist noch irgendwas los. Anja, ist nicht unser. Weil wir da ja jetzt... Da haben wir... Da haben wir einiges da, ne? Wir haben ja was zurückgelassen. Da haben wir den Chat geschrieben, ich habe mir jetzt selbst Victoria 3 geholt, gestartet und verzweifelt. Und das nur, weil ich so dumm war und gedacht habe, ich versuche es erstmal so. Das Spiel, da muss man sich ein bisschen einarbeiten. Ähm... In dem Spiel ist wirklich keine Schande, die Tutorial-Kampagne mit einer der empfohlenen Nationen erstmal zu machen. Und wirklich ganz lässig... So, jetzt wird's besser. Irgendwie Tutorial-Kampagne mit Belgien oder sowas und dann mal schauen, wohin dich das führt. Äh... Ich finde, das ist keine Schmach in dem Fall. In dem Spiel, da steckt echt einiges drin, dass man sich schauen muss. Ihr seht ja, auch wir haben es noch nicht gemeistert hier. Aber es lohnt sich, wenn man sich einmal reingearbeitet hat, dann hat man eine ganze Menge an Spaß und kann wilde Sachen hier drin erleben. Es lohnt sich absolut, ja. Marine-Landung parallel. Das könnte man machen, wenn man... Wenn man... Dann musste man die Heimat... Das kommt doch nicht auch rüber. Das ist sehr, sehr lustig. Wieder blank lassen, ne? Ähm... Das müssen sie schon noch wissen. Aber tun sie ja auch. Haben sie auch schon gesagt. Okay. Aber dadurch, dass meine neuen Bataillonen die 97 aufhalten, bin ich vollkommen zufrieden gerade. So, aber das ist schon... Also die Spanier sind hier aktiv. Diese Situation, ich hasse sie so sehr, wenn ich auf der anderen Seite des Ganzen bin. Äh... Ich hatte das mal irgendwie mit 300 preußischen Bataillonen bin ich an der belgischen Bürgerwehr gescheitert. Es war richtig, richtig schlimm. Gott. Okay, das läuft hier. Und dann schmeißt du auch noch Unmengen an Geld und Material in diese Schlacht rein. Und dann hinterher ist auch noch ein Bankrott dadurch. Es war literally dann so, dass... Also ich war, ähm... Ich war, ähm... Luxemburg. Ich hatte schon die Niederlande erobert und wollte Belgien als nächstes. Marine-Landung in Misserborn ist auch eine gute Idee, ne? Äh... Und hat Preußen als Verbündeten geholt. Machen wir das so vielleicht. Und Preußen hat so lange, ähm... Versagt. An dieser Front. Bis es aufgeben musste, weil es Bankrott war. Es war so frustrierend. Gott. Was? Weil, weil Preußen sich halt... Also die KI hatte halt Preußen komplett runtergewirtschaftet und dreimal sich in so einen Krieg gegen Russland gestürzt, um irgendwie Schleswig zu erobern, zu dem es keinen Landweg hatte. Und dann konnte es nicht nach Schleswig und hat dreimal hintereinander einfach eine Schneise nach Russland reingeschlagen und am Ende trotzdem verloren, weil es Schleswig nicht bekommen konnte. Gute Idee. Das ist ein schöner Abschlusspunkt. Und dann war halt Preußen so im Eimer, dass es nicht Belgien erobern konnte, weil es dreimal sich gegen Russland verheizt hat. Aber Franz Küper ist gut in der Offensive. Richtig absurd war alles. Hätte ich wahrscheinlich das Spiel deinstalliert. Was macht denn Frankreich denn jetzt hier nicht erobern? Lassen! Ich glaube, die Briten haben sich gerade aus meinem Krieg zurückgezogen. Die schicken einfach keine Truppen mehr. Was hast denn die Kriege? Das machen die Briten gerne. Holy shit! Was? Meine Kolonien haben gerade die... Mein Spiel ist gecrashed. Was? Mein Spiel ist gecrashed. Nein! Pause! Wir müssen bestimmt was Neues laden, oder? Ich hab pausiert. Aber wir müssen jetzt noch die Kriege, die jetzt laufen, müssen wir noch zu Ende spielen. Das ist so spannend jetzt gerade. Ich bin gerade dabei, vor Lissabon anzulanden. Solche spektakulären Aktionen. Was passiert hier? Die Flaggenfahne ändert sich gerade. Ja, kein Problem. Ich hab pausiert. Schön Kolonien. Ja, Frankreich ist auch blau. Also von dem her... Welches Blau ist ja auch egal. Ja, absolut richtig. Woher kommen die denn her? Ja, und die Briten sind einfach wirklich komplett weg. Die haben sich gedacht, jo, alles klar. Sind wir durch für heute. Feierabend. An welcher Front erwartest du sie denn? An allen. Also wenigstens an irgendeiner. Es wäre mir eigentlich egal, wo. Also vorher waren die hier in der Region Ghana. Aber aus irgendeinem Grund hat die KI gesagt, nö, brauchen wir nicht. Und daraufhin hat Frankreich alles rund um Ghana und Liberia eingenommen. Ah, ist Pia wieder. Hallo. Ich lade gerade noch rein. Bitte noch nicht direkt starten. 5 Uhr Nachmittags, Tea Time. Genau, das war's. Naja, sie sind... Ah ne, es sind deine 60. Hä? Wo sind denn die britischen Soldaten? Die machen gerade Fronturlaub. Das ist wirklich merkwürdig. Das lädt immer noch. Ulkig. Naja, auf die kann man sich nicht verlassen. Die KI wird doch jetzt alles wieder umgestellt haben. Nee, die werden noch nicht innerhalb von einer Sekunde alles umgestellt haben, oder? Nein, wird sie nicht. Wir haben ja pausiert. Also bei mir war auch nichts umgestellt. Uh, Leute. So, ich bin wieder da. Ihr könnt wieder starten. Jawohl. Dankeschön fürs Warten. Das ist doch gut. Kein Problem. Kein Problem. Dann, Leute, noch ein Endspurt. Wir haben noch 7 Minuten. Ja, komm. Können auch 8 sein, aber es werden sicher nicht mehr 30 sein, Steinwallen. Wenn deine Kriege schlecht getimt sind, dann ist das nicht die Schuld dieses ehrbaren Formats. Ja. Denn das Format ist perfekt. Nur der Spieler ist imperfekt. Das stimmt. Aber wenn der Spielleiter immer 20 Minuten vorher große Reden noch schwingt, dann ... Was soll das denn jetzt heißen? Wie kann man auch mal eine Nachspielzeit ... Willst du deinen steinweiligen Lügentiteln auch noch Steinwallen der Schweigsame hinzufügen? Willst du wirklich so weit gehen in deinen offensichtlichen Lügnereien? Ich will nur mal Krieg zu Ende führen. Warte mal, wo hab ich jetzt? Was ist hier los? Das arme Portugal, ich seh es hier. Oh, wow. Die haben ja gar nichts. Portugal fällt ja hier in einer Sekunde. Also eigentlich ... Sieben Bataillone haben sie nur. Ja, die haben sie halt nicht ... Warum sind die so scheiße? Die starten doch einigermaßen stark. Diese sieben Bataillone haben sie halt nicht in Portugal. Was ist denn auch eine Kleinmacht? Was ist denn da passiert? Ich wollte das Steuersystem stellen, ja. Naja, die haben es halt mit mir zu tun gehabt. Oh. Ui. Und ... Skandinavien? Was passiert denn mit Skandinavien? Was ist denn das hier? Du hast da irgendwie ... Irgendwie ist diese halben Kolonien von irgendwas von Frankreich besetzt? Ist das richtig? Die ... Erstens machen sie Urlaub und zweitens waren wir so nett, sie durften ihre Flagge hissen. Okay. Sie durften im Urlaub ihre Flagge hissen? Ja. Was habe ich verpasst? Service. Also ... Wir wollten ja, dass sie wiederkommen. Ne, wir wollen eigentlich nicht, dass sie wiederkommen. Hä? Was passiert hier? Ich habe ein Schachbrettmuster bei mir in den Kolonien. Jack hat ein kleines Problem. Wir haben da mehrere Fronten. Aber die Briten kommen wieder. Und ... Vielleicht haben die sich ja noch ein General. Das ist ... Shit. Da weiß ich nicht genau, was wir jetzt machen. Menschenrechte freigeschaltet? Äh. Brauchen wir nicht. Ich habe mich gefreut über die Menschenrechte. Aber schön zu sehen, wie viel länger das bei dir gebraucht hat, bis die da waren. Okay, du hast jetzt hier ... Die Niederlande haben jetzt tatsächlich hier mehrere Sachen noch erobert. Ja! Jetzt haben wir noch ... Jetzt haben wir einen langen. Ich sehe, wo dein Schriftzug hin. Der könnte natürlich noch ein bisschen hier verbunden sein, ne? Ähm ... Ähm ... Aber ja, ich sehe schon, worauf deine Bemühungen hier hinauslaufen. Ach ja. He he. Würde noch fehlen. Dann wäre es super lang. Aber wir wollen mal nicht unverschämt bleiben. Wir werden ... Bleiben! Das war jetzt Freudscher Versprecher. Das war jetzt Freudscher Versprecher. Immerhin lacht er selbst darüber, ne? Ja, ja. Aber jetzt steht auch nur Steinwallen, der schweigsame Ehrenmann, direkt notieren für das nächste Event. Freudscher Versprecher war das. Das sagen wir bei jedem Event, ne? Also, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Steinwallen notiert wird. Ja, weil die lernen halt nicht, die Leute. Das ist das Problem. Ich hab ja die Erkenntnis schon längst gehabt. Aber aus irgendeinem Grund nicht mal mein eigener Chat glaubt mir. Das ... Ich weiß auch gar nicht, warum. Warum nur ... Nee, das ist komplett unbegreiflich. Weißt du, was ganz schlimm ist in meinem Chat? Wir haben jetzt neulich entdeckt, dass Coppelius ein richtig schämisch grinsendes Hofnarren-Emote hat. Und seitdem ist wirklich jeder ernst aus meinem Chat entwichen, seitdem sie das haben, diese Waffe. Oh ja, der ist gut, der Emote. Der ist wirklich gut, der Copenare, ja. Ähm ... Meine Strategie war dann tatsächlich, dass wir Coppelius jetzt doch noch ein Dasein als Vollzeit-Streamer ermöglichen. Einfach mit den Einnahmen aus diesem Emote, das bei mir im Chat generiert wird. Und wir sind, glaub ich, ganz gut dabei. Weil da seh ich, wie viele das haben. Ja. Ah! Kranzwahl, dem gehört das. Gold ist wieder ... Was, warum wieder in Steinwallens Region in den letzten drei Minuten? Gold ist wieder da. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, ich meinte, es gibt halt auch Regionen auf der Karte, wo halt Gold ist. Ne? Ach so. Da muss man halt hin. Dankeschön. Ach. Fick dich! Wenn man irgendwo an der chilenischen Küste abhängt. In Japan gibt's auch Gold. Ich hab die ganze Zeit den Ostklo gesucht. War das nicht richtig? Ja. Ach, Pui, Pui, Pui. Warum funktioniert das nicht mit meinem fucking Stahl? Wie viel brauchst du denn noch? Aber zu deiner Ehe im Rettung, Maurice, was ist hier los? Ah, Friedensvertrag? Ja. Aha! Okay. Also es war nur ein Hafen. Alles klar. Ähm, Chile hat auch Gold, sagt mein Chat. Frankreich hat sogar die Rivalität mit Skandinavien beendet. Oh, die Franzosen stellen sich auf die Seite Omans. Chile hat auch Gold und ich hab mich mit denen verbündet. Hm, ne, da hab ich aber... Jetzt wollen's die Skandinavier nochmal wissen. Aber, liebe Skandinavier, wir holen noch gleich die Briten mit rein. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so gut überlegt habt. Was? Die Ranger? Ja. Ja, wir können das ja nicht zulassen, dass ihr hier so einen durchgehenden... die komplette Ostküste hier besetzt. Das stimmt. Ja, aber ich fürchte, der Schriftzug würde da gar nicht durchgehen. Ich weiß nicht genau. Ach so, damit hast du mich rausbekommen, stimmt das. Hahaha. So, hm. So schnell kämpfe ich auf Seiten der Franzosen. Jetzt haben wir hier noch einen richtig schönen Krieg. Zum Schluss. Einen Passenden. Wie, wie kann ich denn damit sein? Wenn du ein Interesse hier hast. Wo ist hier? Da unten? Nein, Ost-Afrika. In seinem Schriftzug? Genau. Ja, ich bin dabei. Wie schnell geht das? Geht das noch rechtzeitig? Nee, nicht mehr glaube ich. Komm, lass mich. Nein! Willst du auch gegen Großbritannien kämpfen? Okay. Ja, die können doch nix. Die haben doch gerade schon wieder, haben sie schon den Schwanz eingezogen. Kann ich nur bestätigen. Ja. Versager. Ach Gott, ich kann mir ja Kolonie mit denen hochkommen, ich muss woanders hin. Ah! Ich glaube, du hast jetzt ein richtiges Problem, ne? Nur bedingt. Ach, da sind ja keine Truppen von denen, glaube ich. Gut gefällt mir auch Luxemburg gegen Frankreich. Drei Bataillone gegen 141. Ja. Da werden die Schwerpunkte richtig verteilt. Ja, die Franzosen sind mit reingekommen, weil sie Luxemburg wollen. Aber Luxemburg habe ich ja schon gleich angekündigt. Die sind ja eh lästig. Das können die Franzosen für mich aus haben. Aber so weit wird es, glaube ich, gar nicht kommen. Keiner ist schnell genug in die Kolonie da runtergekommen. Nee, natürlich nicht. Ich sehe auch die französischen Bataillone reisen auch ebenfalls bei mir in den Kolonien an. Ist ja auch viel sinnvoller, mit 155 Bataillone gegen Null anzutreten. Ja, man kann ja derweil... Vielleicht nochmal irgendwie... Was? Na nun wird es ja was. Die Zeit ist ja eigentlich vorbei. Ich wollte nochmal kurz ein Statement setzen. Boah. Das ist eigentlich... Das war ja jetzt auch mal hier so ein bisschen... So. Boah. So. Aber... Weil mir wurde auch gesagt, Österreich würde mir helfen und das hat mich amüsiert. Die Vorstellung. Ähm. Aber ich glaube, wir sind vorbei, oder? Ja. 22 Uhr ist vorbei. Ernsthaft? Wer dann? So ein Megakrieg vom Zaun. So ein Megakrieg vom Zaun und das wird jetzt noch nicht ausgefochten? Ähm. Also... Mein... Hier rumposen. Alle auf das arme Niederlande einschlagen und dann noch nicht diesen Krieg hier ehrenhaft zu Ende bringen. Was sind da alle? Wir haben einen Weltkrieg aus Versehen ausgelöst. Aber Schein war der Schuld. Das klang nicht wirklich aus Versehen. Ich würde meine Neutralität einmal bekannt geben. Was auch immer ihr hier für Dinge tut, ist nicht Teil meines Problems. Was willst du denn Italien eigentlich von mir? Holland, Fries... Was? Du bist selten schwanger. Hürbsteinwein. Du ehrloses Sackgesicht. Heute wird deine Maske dir vom Leibe gerissen. Du bist echt ein Schwein. Und Preußen und Österreich werden die Werkzeuge meiner Rache sein. Du bist ein Schwein. Ja komm, dann geh auch mit rein. Boah! Da muss man auch mal Grenzen setzen. Bei diesen Expansivisten. Auf ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Aber ich... Niemand hilft dir, Steinwallen! Ich merke, ihr habt alle die Aufgabenstellung auch nicht gelesen. Meine Kolonien sind toll. Ich hab gedacht, Ranger kümmert sich um deine Kolonien. Wenn ich da jetzt auch rein renne, ist es ja irgendwie... Ist ja nicht so geil. Weil dann kommen wir uns nur im Weg um. Und... Und derweil... Warte mal, hab ich gerade... Leute... Was ist denn hier mit dem Omar-Krieg? Was ist mit Frankreich los? Ich glaub, Brasilien kann schon auch noch mal ein bisschen gegen Steinwallen agieren. Brasilien. Oh, also kurz vor Weltkrieg. Wenn jetzt nur Russland und Großbritannien mit reingegangen wären. Auch Brasilien stellt sich auf die Seite Italien. Der letzten Meter. Äh... Großbritannien geht natürlich mit rein, ist ja ganz klar. Tun sie das? Ja, die letzten Sekunden. Scheiße. Ach, zu spät. Ah, scheiße! Ich hab kein richtiges Kriegsziel gefunden. Hast du etwa gewebert, Steinwallen? Nein. Ja, ich fürchte nun, ähm... Naja, also ich... Ich fürchte, diesen Krieg zu Ende zu spielen, das wird jetzt vielleicht zu lange dauern. Ach so! Ach jetzt auf einmal! Ich glaub, so lange dauert der gar nicht. Ich glaub, der geht relativ schnell, ehrlich gesagt. Das glaub ich nicht. Also ne Viertelstunde hab ich bestimmt noch, um mir das anzugucken. Ja, alles klar. Hier, Ehrenfrau, genau. Wo sind denn jetzt die Russen? Die hatte ich doch angefragt. Hä? Denn die hatten grad keine Zeit. Haben sie mir extra per Fax geschickt. Die waren doch noch einverstanden. Ich hab ihnen doch noch geschrieben. Demütigung Skandinaviens. Hm. Na gut. Und so beginnt sie die Schlacht zwischen Preußen und Iderlanden. Ich find's einfach so schön, wie ihr alle Krieg führt. Und mein... meine letzte Errungenschaft ist Eigentumsrecht für Frauen. Es ist einfach großartig. Die Preußen verlieren den ersten Krieg. Mhm. Ja, wir müssen auch so ehrlich sein, dass Österreich nicht wirklich sehr nützlich ist hier. Ähm... Was sagst du? Was ist die Front in Ghana? Warum gibt's eine verwundbare Front in Ghana? Das gehören mir. Ach so, da musst du kämpfen. Da kann ich gar nicht hin. So, die Preußen... Die habt doch hier alle keine Chance, ey. Was sagst du ehrlich? Das... Also ich glaub, die verwundbare Front können wir getrost sein lassen, denn Steinwein wird bestimmt nicht dort rüber verlegen mit seinen Leuten. Glaube ich. Nehme ich an. Hoffe ich. Alter, warum... Ach, ich hab schon wieder ein bürokratisches Defizit. Ich fühl mich wie Deutschland. So, ihr habt... Ja, ich glaub, die Preußen haben schon ein bisschen Bock. Ihr habt überhaupt keine Chance. Ich stehe schon im preußischen Gelände und kämpfe da. Oh, Niederlande. Verdammt. Richtig gut gehauen. Verdammt, verdammt, verdammt. Herr Skandinavien hat nur ein BIP von 20? Entschuldigung. Du bist gigantisch, was tust du denn? Ja, wir haben gigantisch viel Fläche, wo niemand wohnt. Wir haben 10 Millionen Einwohner. Ja, hi Steinwallen. Das sind viel mehr, als ich hab. Die verteilen sich. Die wollen nicht so viel haben. Jetzt ist das eigentliche... Oh, eine gleichwertige Schlacht. Oh, die wird spannend. Jetzt ist das eigentliche Ziel erreicht. Die durchgehende Niederländische Küste, die leider dazu geführt hat, dass der Name nicht ganz so groß geschrieben wird wie vorher. Aber das ist ja jetzt zweimal da, weil er auch noch... Ne, das war doch vor schon auf der Insel. Es wurde jetzt komplett... Du hast dein eigenes Kunstwerk ruiniert in deinem Maximalismus-Steinwallen. Das stimmt. Das finde ich gut. Eine Schande. Großartig. So, die Preußen werden erstmal zurückgeschlagen. Ja, aber derweil ist da hinter dir jemand, ne? Also... Ja, Gott. Warum kann ich diese Schlacht nicht anklicken? Ja, ist doch super. So muss das. Ich sag's dir, die Preußen, die schicken auch gerade noch 60 Mann Verstärkung. Okay, das sind meine. Ah, noch besser. Ich glaub nicht, dass die besser sind, aber... Ja, bestimmt. Die haben's drauf. Die geben moralischen Beifall. Ja, aber nichts ist so gut wie die Männer aus Italien, sag ich euch. Laut applaudieren steht sie hinter den preußischen Truppen. Ja! Da vorwärts. Die macht das schon ganz gut. Ich gucke mir derweil unser eigentliches Ziel des heutigen Abends an. Und wenn ich mir so Afrika beschaue, dann weiß ich... Moment, Steinwallen. Also, das Ziel war ja nicht Afrika, sondern Kolonien. Ja, genau. Ich hab Kolonien in Japan, ich hab sie in Australien, ich hab sie auf der Nüd- und Sord-Insel, ich hab sie in Amerika. Auf der Nüd- und Sord-Insel? Nüd- und Nord-Insel? Was fällst du mir in den Rücken? Das ist ein... Das ist ein... Ich hab's nicht gesehen. Ja, gut, jetzt gewinnen sie mal ne Schlacht. Ja, guck dir das an hier. Ja, jetzt gewinnen sie mal ne Schlacht. Aber passt auf... Ich gewinne da schon die zweite da oben. Ihr könnt ja das alles haben. Ich werde mich dann in meine Goldminen in Afrika zurückziehen und auf die Karte gucken und ich denke, vom Roten Meer bis bis zum Kap fast erstreckt sich das Reich und das Ziel des Abends ist erreicht. Also ich möchte an dieser Stelle einmal anbringen, dass sich bei mir gerade die belgische Arbeiterpartei gegründet hat. Komisch von mir. Wir machen die Welt so viel schlechter und alle fliehen in Pias Utopia, weil es bei uns alles so schrecklich ist. Ich hab mittlerweile 6,3 Millionen Einwohner, ich hab so viel Wanderungszuwanderung, es ist mega krass. Ich lebe von Zuwanderung, es ist einfach nur herrlich. Wenn man sich das auch anschaut... Warte mal, wo war denn das? Gibt es hier überhaupt noch? Gibt es hier noch eine Front oder haben wir eine? Ja, das ist nervig, die Front. Verschieben sich mal wieder, man kommt nicht hinterher. Hier. Da oben ist eine. Ah ja, jetzt. Ziemlich gute Anladungswerte in Italien. Ich möchte an der Stelle einmal anbringen, dass ich ursprünglich, wenn es um mein Reich ging, dabei war aber das... In meinem Check wird eine interessante Argumentation aufgebracht, Steinwallen. Können es noch Kolonien sein, wenn es kein Heimatland mehr gibt? Genau. Ich habe sozusagen das Ziel sogar noch getoppt. Ich habe die Kolonie... Das würde ich jetzt aber nicht so nennen, dass eine Kolonie... Es geht ja darum, eine Kolonie auszubeuten und Reichtum für das Heimatland zu scheffeln. Wenn es kein Heimatland mehr gibt und du stattdessen traurig im Sand hockst, irgendwo in der Wüste und sagst, ja, aber ich hab Gold, Leute. Das sind, warte mal, das sind inkorporierte Staaten teilweise. Teilweise? Ja, und insofern ist das das neue Mutterland. Transwaal und der Rest sind die Kolonien. Lässt sich auch viel einfacher fingieren. Also, ich möchte ganz kurz mit voller Begeisterung erzählen, dass meine Bevölkerung nur noch zu 48,6% aus Flämisch besteht und nur noch zu 28,9% aus Wallonisch, was meine zwei Anfangsgebiete waren. Der Rest ist mittlerweile Zuwanderung. Ich habe einfach so viele Menschen, die zuwandern. Es ist großartig. Ich nehme all eure Flüchtlinge, die vor eurer Grausamkeit fliehen und Menschenrechte wollen und Krankenversicherungen und Armutgesetze. Ja, ja. Ich glaube, wenn ich das so weiterspielen lasse, habe ich einfach in zwei Tagen irgendwie so einen Zuwachs von irgendwie 20 Millionen oder so. Es ist crazy. Ich habe einfach so alle 20 Minuten ein Pop-up mit ja und jetzt aber Zuwanderung hier und Zuwanderung dort. Es ist schön. Ich gewinne immer nochmal nicht. Das ist ja auch klar, weil derweil, ich meine, wo will man noch hin? Will man nach Japan? Nee, da bin ich und habe alles niedergebrannt. Will man in die Niederlande? Nee, eigentlich auch nicht. Will man irgendwo in irgendeine Kolonie Amerika abgefackelt, Afrika abgefackelt, Australien abgefackelt? Hä? Dann bleibst du ja wirklich nur du. Wieso Afrika abgefackelt? In Afrika entsteht ein neues, glorreiches Weltreich mit viel Gold zu verteilen. Ein besseres Niederlande. Ja, genau. Ein besseres Niederlande. So. Also. Wir haben... Hey, es gibt die Niederlande noch! Es gibt noch Findhofen. Nee. Wir haben Luxemburg befreit. Das finde ich auch eine noble Sache. Großartig. Aber, glaube ich, damit musste ich... Damit habe ich irgendwie... Ich kann jetzt in die Niederlande Getreide liefern und mache Geld. Hast du kein Getreide mehr? Ja. Ich hab da... Na, du Gebenschänder. Er ist literally gestorben, direkt nachdem der Krieg vorbei war. Ich glaube, wir können hier pausieren. Und jetzt kann jeder mal den Case machen, warum er der Meinung ist, dass er heute gewonnen hat. Ähm... Und ich fange natürlich schamlos an. Also, ich bin absolut der Meinung, dass ich ein meisterlicher Kolonialherr war. Ich hab fünf Stunden lang Japan kolonisiert, ohne dass irgendeinem von euch überhaupt aufgefallen ist. Das waren ja erstmal Kolonien. Das habe ich ja erstmal nicht erobert. Sondern hier Hokkaido und, äh, Sakhalin. Da gibt's Gold, ne? Keinem von euch ist diese wertvolle Reichtumsquelle überhaupt aufgefallen. Ich sag, mit diesem Gold habe ich die Armee finanziert, die den Großteil des Restes von Japan in die päpstliche Umarmung geholt hat. Die päpstliche Umarmung. Und nebenbei sind meine Enklaven über die ganze Welt verteilt. Auf der Südinsel fördern wir Gold, Gold, äh, Gold, Gold. Auf der Nüt-Insel, das ist Gold. Ja, das italienisch-West-Australien ist am Start. Wir haben mehrere Kolonien in Südamerika, die größer sind als die von Ranger. Also, und was hat Steinwall in all dem... Und obendrein habe ich nebenbei noch im Vorbeigehen Italien vereint. Und all dem entgegensetzt hat Steinwall in diesen einen Küstenlandstrich und ein verheertes, verwüstetes, zusammengestütztes Heimatland. Also, ich sehe mich ganz klar als den eindeutigen Sieger des Abends, unanfechtbarer Meisterstratege, äh, zweifellos. Und bevor jetzt Steinwall eine Gegenrede machen kann, ich bin der Formatanführer. Ranger, mach erst mal du dein Argument, warum du heute gewonnen hast. Da sieht man es mal wieder. Ich will dem Steinwall nämlich auch zuvor kommen. Ich war ja wohl einer der wenigen, die sich auch kampfvoll und kampfhaft die Kolonien geholt haben in Afrika, ja. Immer wieder mit seinen Armeen vorangegangen ist, sich mit Frankreich angelegt hat, mit Großbritannien angelegt hat. Der Einzige, der den anderen die Stirn geboten hat, die Größe... Ja, was er wieder verloren hat, oder? Das ist ja jetzt nur eine Randinformation, die wird in der Geschichte irgendwann verloren gehen. Das wird in irgendeinem Buch stehen und dann rausgelöscht. Und, äh, also, wie gesagt, es kommt nicht auf die Größe an, es kommt viel mehr darauf an, wie man es sich geholt hat, wie stark man dabei war, wie viel, äh, Wohlstand man damit nach Hause gebracht hat. Und den Rest blenden wir jetzt lieber aus, den wir dann da angewichtet haben. Hast du nicht ständig verschuldet? Das ist, also du, immer mit den Randnotizen, das ist, das kommt irgendwo unten, im Inhaltsverzeichnis kommt das rein, oder so. Das ist kein Wohlstand. Wir sind Platz neun der Rangliste. So, und haben Skandinavien nebenbei gegründet. Skandinavien. Also, schöner geht's ja wohl noch. Das ist ja nett. Außerdem hat das ein schönes Blau. Viel besser als so ein Grün. Das stimmt, da muss ich dir recht geben, du hast eine der schöneren Farben. Nur Frankreich hat noch eine schönere. Steinwall, jetzt dein schäbiges, falsches, verlogenes Argument. Also, ich gebe ja zu, du hast in einem Punkt gewonnen. Nämlich, wer hat den größten Flickenteppich auf der Welt erzeugt? Da kann keiner mit dir konkurrieren. Das gestehe ich dir zu. Ich würde es lieber ein weitreichendes Kriminalreich nennen. So, warum habe ich gewonnen? Aus einem Grund. Weil ich, obwohl, also ich hatte zwischenzeitlich ja ganz offensichtlich, den längsten Schriftzug. Den mega längsten Schriftzug. Aber der war so lang. Der war so lang, dass es fast schon peinlich war, wie lang der war. Und das fand ich dann auch ein bisschen unanständig. Und in gewisser Weise auch unehrenhaft. Deswegen habe ich noch den Oman schnell erobert, was ihr versucht habt zu verhindern, was euch nicht gelungen ist. Sodass der Schriftzug wieder eine etwas bescheidene, aber immer noch angemessene Größe hat. Und selbst diese noch wieder reduzierte Schriftzuggröße ist immer noch größer als alles, was ihr zu bieten habt. Zum Beispiel Skandinavien ganz eindeutig kleiner und von dem Flickenteppich gar nicht zu reden. Perspektivisch. So, das ist insofern klar hergeleitet. Äh, wir können weitermachen. Pia, bitte. Dann, Pia, erzähle uns, warum wir alle Halunken sind und du die moralische Siegerin des Abends. Ich finde, ich würde nicht sagen, dass ich die moralische Siegerin des Abends bin. Ähm, ich würde an dieser Stelle einfach sagen, ich habe auf jeden Fall verstanden, was das Ziel des heutigen Abends war. Habe es aber einfach ab dem Punkt getrost ignoriert, als mir bewusst war, dass ich nicht den Hauch einer Chance habe, gegen Mittelmächte zu gewinnen, wenn es darum geht, Kolonien einzunehmen. Also habe ich mich einfach entschieden, meinen Bewerb in einer anderen Kategorie stattfinden zu lassen. Weil wenn ich die einzige Bewerberin in meiner Kategorie bin, bin ich auch die beste Bewerberin in meiner Kategorie. Das stimmt. Damit habe ich für mich in meiner Kategorie für heute gewonnen. Und ich möchte nicht mal definieren, was diese Kategorie war, es war einfach meine Kategorie. Ja. War es tatsächlich so, dass dein Land als einziges wirklich weniger Interessen haben konnte als die anderen? Das hatte ich leider tatsächlich nicht auf dem Schirm. Das Problem ist, dass ich quasi eine kleine Macht bin. Eine kleine Macht. Und damit kann ich nur eine einzige Interesse deklarieren. Das heißt, ich konnte keine Kolonien mehr einnehmen. Und ich musste eine Mittelmacht werden, um eine zweite Kolonie einnehmen zu können. Und daran habe ich gearbeitet. Aber das Ding möchte 245 Prestige von mir. Und du startest irgendwie mit 70 oder 80. Naja, du konntest schon, das eine Interesse konntest du schon auf dem Kolonialgebiet legen. Ja, das habe ich ja auch. Das eine Ding habe ich ja auch eingenommen. Aber mit dem einen kommst du ja nicht weiter. Ich habe ja da unten, ich habe ja den Kongo. Und dann stehst du im Kongo und bist so, okay, end now. Das stimmt. Man muss ein Land erobern, weil wenn man da unten Land hat, dann braucht man kein Interesse mehr und kann das eine Interesse verlegen. Aber dann verliere ich ja das, was ich wieder hatte, oder? Nee, weil du dann, wenn du irgendwo erobert hast, dann hast du sozusagen schon, also da, wo du wirklich Land besitzt, hast du automatischen Interesse. Das zählt dann quasi nicht mit. Ah, das heißt, ich hätte quasi... Du hättest irgendwie ein kleines Popelland angreifen müssen, dann hättest du quasi dort ein... Ich hätte quasi wirklich einfach Krieg führen müssen, um weitergehen zu können. Ja, ich denke schon in deinem Fall. Boah, okay, krass. Das habe ich nicht gewusst tatsächlich. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, ich muss einfach größer werden, damit ich mehr Interessen besiedeln kann. Dann weiß ich nicht, dass ich mal Krieg führen muss. Aber hey, ähm... Dafür hast du ein Utopia gebaut, ich finde auch, dass... Ich habe meinen BIP auf 16,7 hoch, das finde ich tatsächlich ganz nett. Also, ich bin wirtschaftlich ganz gut dabei mittlerweile, weiter steigend. Ähm... Und habe mich jetzt trotzdem auf Rang 16 hochgekämpft. Und ich war dazwischen auf Rang 23. Also, ich bin ganz zufrieden für heute. Ja, voll gut. Ja, dann, liebe Leute, am Ende entscheidet ihr, wer jetzt die überzeugendste Rede gehalten hat. Ne? Das ist ja eindeutig. Ich fürchte leider, Steinwallen gewinnt in einer objektiven Kategorie. Er hat das meiste Gold. Ähm, das ist ein bisschen schade. Ich hatte auch ein bisschen was, aber nicht so viel wie der gute Mann dort. Ich hatte jetzt acht Goldminen in Japan und noch eine irgendwie auf der Südinsel. Und das war's. Äh... Das... Aber... Wie sehen denn eure Goldreserven aus? Äh... Ach, das ist doch jetzt unnötig, darüber zu reden. 2,4 Millionen. Ja. Ich hab 4 Millionen. Aber, naja, lassen wir das. Goldreserven 3,45 Millionen. Und, Ranger? Ja. Ja, also... Minus 500. Okay. 1.000. Ich muss für 500.000 vielleicht. Und das, obwohl Preußen deine Schulden bezahlt hat. Äh... Ich hab... Ich hab das Geld reinvestiert in die Leute. Ja. Also, ich kann gar nicht mehr Goldreserven haben, als ich habe, ne? Also, es ist alles auf dem... Ich... Jo, ich bin... Ne, ich würde gar nicht gehen mit meinem... Mit meinem... Also, ich muss auch sagen, ne, ich hab einen Kranken... Nochmal. Ich habe Goldreserven. Ich bin nicht verschuldet. Ich habe quasi versucht, den Sozialstaat zu spielen. Und ich bin nicht verschuldet. Die Leute bekommen bei mir Arbeitslosengeld. Arbeitslosengeld. Frauen haben Eigentumsrecht. Ich hab ne öffentliche Krankenversicherung. Das ist ehrenwert. Die sind nicht verschuldet. Ich versteh immer noch nicht, wie das geht. Glück bekommen die bei mir Arbeit. Bei mir müssen sie nicht arbeiten. Ich würde auch nochmal hier... Steinwallens BIP. 20 Millionen ist okay. Aber es ist halt keine 46 Millionen. Ah, ja. Klar, wenn wir da schon mal dabei sind. Haben wir ihn ja auch zerschlagen gerade. Der war auf 30 Millionen davor. Ja, das stimmt. Ich war davor auch schon auf 40 Millionen. Aber ich meine... Und wer irgendwelche Länder vereinigen kann, wie Italien und Skandinavien. Wir sollten aufhören, über Geld zu reden. Ich finde der Geld gut. Weil wenn wir über Geld reden, bin ich fast an dem Punkt, wo Skandinavien ist. Und Skandinavien ist echt groß. Das wirkt nur so. Perspektivisch. Wie gerade schon bei den Kolonien, sage ich dazu. Perspektivisch. Wir können auch über Lebenserwartungen sprechen. Damit bin ich auch zufrieden. Oh, hm. Lieber nicht. Ich würde auch nicht unbedingt gerne über Lebensstandarde oder sowas reden. Also... Und über die 6 Millionen Radikalen bei mir auch nicht unbedingt. 6 Millionen! Ich habe mehrere Länder unterworfen. Also ich glaube, die Niederländer und die Japaner finden mich beide nicht so geil. Holy Shit! Ich bin Platz 17 vom Lebensstandard und ich habe mit Platz 56 begonnen. Ich bin auf Platz 56. Literally. Das ist nett, dass du mir meinen Sitzplatz warm hältst. Er hat sich auch... Das ist faszinierend, wenn man sich die Kurve bei mir anschaut. Er hat sich absolut nicht verändert. Also der durchschnittliche Lebensstandard bei mir hat sich nicht verändert. Das sieht bei mir aber auch gleich aus, weil der bei mir schon so lange so gut ist. Ah, nee, bei mir ist das... Na gut, er ist glaube ich schon von 10... Wir waren mal auf 10, glaube ich, oder so. Aber... Äh... Aber also das BIP macht bei mir witzigerweise immer so abrupte Sprünge. Immer wenn ich mir da gerade irgendein neues Land besetzt habe. So füttern wir die Wirtschaft. Ja, ja. Ich finde das mit den Radikalen krass bei dir. Also... Was ist daran krass? Ich habe 200.000 Radikale. Ja... Weiter sinken. Vielleicht noch mal eine Million dazu. Das ist ja alles... Ähm... Die haben halt das Licht noch nicht... Also den muss man halt ein bisschen... Weißt du, der Papst wird halt sie schon missionieren, sage ich nur. Aber... Gut. Gut. Du, das war schön. Das war sehr, sehr schön auf jeden Fall. Es war sehr schön, dass ihr Zeit hattet. Vor allem, weil es diesmal etwas spontaner war. Ich will mich jetzt tatsächlich bemühen, das Ränkespiel wieder monatlich stattfinden zu lassen, wie es sich gezeamt. Und diesmal habe ich das ein bisschen so kurzfristig gemacht, dass Steinwall mehr oder weniger die Konzeption des heutigen Abends übernommen hat. Weil ich so gepennt habe. Dafür noch mal vielen Dank. Also die ganze Kolonialidee war tatsächlich von ihm. Ich fand, sie war sehr lustig. Sie hat zu sehr vielen schurkischen Exzessen geführt. Und ja, der Chat sagt auch schon, wir werden darauf hinweisen. Ja. Übrigens, mein Chat hat dich gerade zum Sieger gewählt, Pia. Warum? Wofür? Es gab eine Abstimmung. Offensichtlich, weil sie moralische Bemühungen... Das ist einfach so verlogen. Mein Chat? Jetzt will mein Chat auf einmal moralisch tun. Mein Chat. Ja, ja. Ähm... Geht alle weg. Das sind nur diese 30% Pia-Zuschauer-Überlappungen, glaube ich, die hier den Ausschlag gegeben haben. Das sind Pia-Doppelagenten. Ich glaube nicht mal mein eigener Chat hätte mich zum Sieg gewählt. Also ich glaube nicht, dass es so daran liegt. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Ich sage euch allen Zuschauern ganz vielen Dank, dass ihr bei diesem Format immer wieder einschaltet. Ihr seid alle wundervoll. Danke auch an, wie gesagt, alle Teilnehmer. An Ranger, der glaube ich beim ersten Rängespiel dabei war. Ja. Bei der Victoria-Runde schon mitgespielt. Die war aber kein formelles Rängespiel, weil es eher so eine Noob-Runde war. Ähm... Und danke an natürlich Steinwallen und Pia, die alten Veteranen. Immer ein Fest. Äh... Ja, ja. Habt ihr noch Abschlussworte? Puh. Ähm... Danke. Hat mir Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir einigen uns einfach drauf. Skandinavien hat gewonnen und dann war es das ja eigentlich auch, oder? Geht alle weg. Wurde ich nicht gerade zum Sieger gewählt? Ja, das war aber eine... Das... Das war... Ja, nur in meinem Chat. Das ist natürlich die Frage, was würden die anderen Chats sagen? Äh... Bei mir herrscht hier keine Demokratie. Ja, verstehe ich. Nee, es ist, äh... Es ist natürlich noch eine Schwäche des Formats, wenn du über vier Kanäle streamst, kannst du bei Twitch nicht eine übergreifende Abstimmung. Und da wäre trotzdem immer noch die Gefahr... Wir müssten einen bei Scrawpol machen. Oder so, genau. Das halt... Oder ich... Dass auch sonst immer der mit den meisten Zuschauern gewinnt, wäre auch irgendwie blöd. Ähm... Ich glaube nicht, dass das passiert. Also, ich glaube... Ich glaube tatsächlich nicht, dass automatisch die Person mit den meisten Zuschauern gewinnt. Weil... Ich meine, jeder Streamer bekommt den Chat, den er verdient. Das stimmt. Und... Und dann habe ich verloren. Und dann habe ich verloren. Wie wir gerade sehen, meiner wählt mich auch nicht. Wobei, ich habe immer noch Platz zwei in meinem eigenen... Das... Das schreibe ich auf meine Visitenkarte. Platz zwei in seinem eigenen Chat. Ähm... Besser als bei mir. Bei mir feiert es der Chat, wenn ich Platz vier bin. Also... Das stimmt. Alles schlimm. Alles schlimm. Es hat aber sehr viel Spaß gemacht mit euch. Jawohl. Vielen Dank wieder für die Einladung. Absolut. Dann, liebe Pia, sage ich dir nun gute Nacht. Du hast ja schon vorher gesagt, äh... Ein langer Tag. Und deswegen... Dankeschön. Du warst aber noch ein bisschen überzogen, um zu sehen, wie wir uns an Steinwallens Leiche weiden. Das hat dich sehr geehrt. Leiche? Ja. Also bitte... An einem saftigen Körper. Habt ihr ein bisschen abgebissen. Ein Pufen. Was soll das bitte sein? Das ist alles, was von deinen Hinterlanden bleibt. Ein Pufen. Ähm... Der saftige Körper befindet sich woanders. Ja, ja. Dein Gold hätte ich mir auch noch geholt, wenn es weitergegangen wäre. Aber nun, Pia, gute Nacht dir. Schön, dass du dabei warst. Äh... Und auf jeden Fall. Euch auch. Ränke spiele. Ciao. Tschüss. Adios.